Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu Das Medienformat, der Podcast rund um Medien, Medienkultur und das Medienmachen. Ich bin, wie immer, der Homaldo. Ich bin der Florian. Und wir haben wieder ganz viele Themen vorbereitet, unter anderem werden wir über die neue Apple Vision Pro, also dieses ganz teure Virtual Reality Headset, das nicht der Virtual Reality Headset genannt werden will, quatschen und generell einen Ausblick geben über die Entwicklung der Virtual Reality. Ja, und dann sind wir bei konventionelleren Games, wo ich zum Beispiel reden werde über Final Fantasy 16, aber auch über Master Detective Archive's Raincode. Ich werde bei VR bleiben und über Mare reden. Ein kleiner Geheimtipp auf der Quest 2 und bin in die Vergangenheit zurückgereist und habe einen Resident Evil aus dem Jahr 2000 gespielt, nämlich Resident Evil Code Veronica X, obwohl das X eigentlich ein bisschen später rausgekommen ist, aber egal. Ja gut, ich gehe dann auch ein bisschen in die Vergangenheit, nämlich zu einem alternden Actionstar und zwar machen wir das heute lustigerweise zweimal, aber ich rede über FUBAR. FUBAR, ja, mit dem Arnold Schwarzenegger. Mit dem Anni. Mit dem Anni. Ich werde über Black Mirror reden. Da arbeite ich mich gerade durch die komplette, durch alle Staffeln durch, weil vor kurzem ist Staffel 6 rausgekommen. Ja, und dann kommen wir zu einem aktuell im Kino befindlichen alternden Actionstar, nämlich wir haben beide Indiana Jones 5 gesehen. Und das Rad des Schicksals. Ja, Dial of Destiny gefällt mir besser. Dial of Destiny klingt besser, ja. Ja, das und viele weitere Themen werden wir in den nächsten vermutlich knappen drei Stunden bequatschen, sowie wir werden abschweifen, wir werden in Richtungen abbiegen, die keiner von uns geplant hat und wo noch nie ein Mensch zuvor hingereist ist. Und in Richtungen, die wir schon geplant haben, die wir euch jetzt nicht verraten haben, weil wir haben schon diskutiert, was wir alles reinnehmen und was nicht. Es wird dann sowieso, der Podcast hat ja sein Eigenleben, der macht dann sowieso, was er will und nicht das, was wir wollen. Ganz richtig. Genau, aber kurz mal die Hausmeisterei am Anfang noch. Wir lieben ja Feedback und ihr könnt uns gerne Feedback zukommen lassen. Am besten funktioniert das in der Schock2-Community, in diesem Online-Forum vom Schock2-Magazin, wo wir Unterschlupf erhalten haben. Das ist ein kostenloses Forum, kann man sich anmelden, kann man mitquatschen, kann man sogar, wenn man einfach mitlesen will, einfach ohne Anmeldung auch alles sich anschauen. Und ist zwar nicht so lustig, aber man kriegt zumindest den Diskurs mit. Dann gibt es weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel E-Mail für die ganz altfaderischen, wie man bei uns sagt. Kann man einfach E-Mails herschreiben. Dann natürlich YouTube-Kommentare. Dieser Podcast erscheint ja als YouTube-Version auf meinem Kanal, wo mal du macht Videos. Twitter hat sich selbst auch geschossen, schon vor langer Zeit, aber es gibt auch einen Master-Tone-Count. Es geht, wie das letzte Wochenende bewiesen hat, immer noch schlimmer. Und was sonst noch? Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Und wir sind ja auch immer auf der Suche gewesen nach alternativen Kommunikationsmöglichkeiten. Also falls diese gerade aufgezählten Möglichkeiten für euch nicht in Frage kommen, ob es sonst auch noch etwas gibt. Nach Seancen, nach Rauchzeichen, nach Brieftauben und was, was ich mir schon alles besprochen habe, ist uns letztens auch der Vorschlag eingebracht worden. Jodeln. Da habe ich mich ein bisschen eingelesen. Jodeln als Kommunikationsform. Und war selbst ein bisschen überrascht, als eigentlich als Österreicher habe ich gar nicht gewusst, dass Jodeln gar keine Kommunikationsform ist, sondern eigentlich rein ein Gesang. Also es ist wirklich Singen ohne Text mit häufigen Registerwechsel. Also das Wechsel zwischen Brust und Kopfstimme, genau. Das macht es einem Sänger auch extrem schwierig, das zu lernen, wenn man gelernt hat, zwischen Brust und Kopfstimme zu wechseln, wie man es halt im Gesang macht, ist Jodeln plötzlich eine ganz andere Denkweise. Es gibt ein großartiges Video, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, Peter Alexander und Moussard Kabalier beim Jodeln. Also großartig. Sollte man gesehen haben. Genau. Auf jeden Fall war ich selbst ein bisschen überrascht, dass das im Wikipedia-Artikel und in sonstigen Google-Suchen eigentlich überall herausgekommen ist. Es ist eigentlich keine Kommunikationsform. Also die Leute auf der Alm haben sich nicht durch Jodeln verständigt. Aber anscheinend gibt es den Alm-Schrei. Es gibt, glaube ich, Verwandte davon quasi. Es gibt den Alm-Schrei, das ist ein Verständigungsruf zwischen den Nachbarten Almhütten und es gibt dann den Vieh-Lock-Ruf und den Kuh-Reihen. Aber es überschneidet sich alles. Es gibt auch den Jodel-Ruf, soweit ich weiß. Den Jodel-Ruf, ja. Genau, das klassische Jodeln ist jetzt einmal, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so tief reingeforscht jetzt, weil ich will jetzt nicht, dass plötzlich Leute uns anjodeln. Also bleib mal lieber. Du wolltest in Wahrheit, hast das ja geübt, damit du uns jetzt was vorjodeln kannst. Jodler sicher nicht, das habe ich letztens schon bekannt gegeben. Ja, also auch Jodeln fällt eigentlich als Kommunikationsform aus, um uns Feedback zuzusenden. Macht es lieber per YouTube-Kommentar. Ja, wobei, ich glaube, falls uns jemand einen Jodler zuschickt, einen Medienformat-Jodler, ich glaube, den können wir einbauen. Also falls irgendwer groß werden will und bei uns auftritt will. Falls wirklich jemand so dumm, also so cool ist, uns einen Jodler zuzuschicken in Audioform, dann kommt der garantiert in die nächste Sendung. Aber ja, schauen wir mal, wer das schneit hat. Ja, also das wäre abgehackt. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch auf unserer Listen steht, Pfeifen als Kommunikationsform. Da werde ich mich dann das nächste Mal einlesen, aber ja, schauen wir mal. Ja, da weiß ich, dass es das als Kommunikationsform gibt, weil ich habe so ein paar Connections zu den Kanaren und da gibt es eine Pfeifen. Aha, vielleicht wirst du ja für Ausnahmsweise du mal einlesen in die Kommunikationsform und das nächste Mal vortragen. Das müssen wir schauen. Das Problem ist, das kenne ich auch ich mich wieder nicht aus. Ich weiß es nur, dass das geht. Ich tue mir einmal erst zehn Minuten vor der Aufnahme einlesen. Also das schaffst du. Ja, mal schauen. Also ihr seht schon, dass ein vorbereiteter Profis am Werk. Nein, nein. Für unsere Hauptthemen haben wir sie natürlich sehr gut vorbereitet. Sonst, ja, eigentlich, ich glaube, aus unserer... Ich glaube, das war es schon. Wir können eigentlich schon gleich zum ersten Programmpunkt weitergehen. Wie läuft es mit dem Medienmachen? Wir sind ja beide fleißige Medienmacher. Ich eher zum Hobby, du sogar beruflich und da hat sich hier wieder einiges getan. Starten wir gleich mal mit dir. Was passiert so? Ja, also ich bin momentan noch immer ein bisschen mit der Nachbereitung vom Musical beschäftigt. Das gehört ja da einiges dazu, wenn das Ganze mal vorbei ist. Also wenn so was schnell ist wie einen Abbau und so, das ist relativ einfach. Aber man muss dann Sachen zurückschicken. Man muss Sachen einfach an die Behörden schicken und so weiter. Also das ist noch immer so ein bisschen in der Arbeit. Parallel dazu habe ich jetzt begonnen mit den musikalischen Arbeiten am Märchen. Also das ist dann für Dezember relevant und das geht jetzt langsam los. Und ich bereite mich auf zwei Auftritte vor im Sommer. Das eine ist ein Musical-Konzert, das mittlerweile eh auch schon fast Tradition ist. Es gibt jetzt dann das vierte Jahr am 27. Juli auf der Terrasse des Tscherte in Wiener Neustadt, falls ihr vorbeischauen will. Eintritt ist frei. Da singe ich mit meinen Leuten, also eigentlich meine Leute mit mir oder wie auch immer man das sehen will. Ich bin nicht verantwortlich, das ist das Schöne. Wir singen ein Programm unter dem Namen Magic to Do. Wird ein sehr bunter Musical reigen von wirklich ganz, ganz klassischen Sachen bis hin zu American Idiot. Das habe ich mir auch nicht gedacht, dass ich mal Green Day singe. Aber es gibt nämlich auch ein Musical von denen. Ja, und danach, oder außerdem gibt es halt noch im August, da reden wir sicher noch später drüber, aber da fahren jetzt auch die Vorbereitungen an, diese klassische Bustour, über die ich eh auch schon immer wieder mal geredet habe. Und auch da beginnen die Vorbereitungen jetzt. Und wie viele Auftritte wird es da geben? Bei dem Tour-Ding gibt es sechs Auftritte ab 30. August, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche. Immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, zwei hintereinander folgende Wochen. Da fahren wir mit dem Bus an verschiedene Locations in Wiener Neustadt und spielen dort in den Stadtvierteln vor den Leuten, die da gerade dazukommen. Das ist ganz lustig. Org, org, org. Klingt, klingt cool. Jo, das heißt, bei dir ist es immer so nach den Musicals, vor dem Märchen und ja. Ja, ja, definitiv. Also das kannst du sowieso nicht, also jetzt bin ich endlich an dem Punkt, dass ich wieder arbeiten kann. Ich muss ein bisschen, gibt es schon Pläne fürs Märchen? Ja, ja, klar. Wir haben jetzt angefangen zu schreiben, also das geht jetzt langsam los. Es wird ein anderes Stück. So weit sage ich es jetzt schon mal. Oh, okay, cool. Ein anderes Stück. Das heißt, in den nächsten Monaten bei jeder Folge, das Medienformat, werden immer weitere Informationshäppchen freigelassen und dann gibt es einen großen Römin. Einmal hört ihr dann vor allem wahrscheinlich vom Schreiben und dann geht es ja wirklich dann schon los mit den Proben. Also das ist ja jetzt immer spannend. Jetzt sind jetzt zwei Monate, da muss das Stück stehen. Das ist immer ein bisschen abenteuerlich. Ja, ja, wir mögen ja Abenteuer. Ja, eben. Ja, gut. Bei mir ist natürlich wieder YouTube ein Thema. Ich habe ja vor einem halben Jahr genau einmal meinen Let's Play-Kanal auf Englisch umgestellt, weil man gedacht hat, das ist jetzt für mich eine interessante Herausforderung. Alles Englisch machen, vielleicht schon mal schauen. Vielleicht ist ja das interessant, das weltweite Publikum theoretisch erreichen zu können. Habe viel ausprobiert, habe diese Let's Plays weiter, also ich habe wirklich viel Zeit reingesteckt in die Entwicklung, habe wieder Workflows verbessert, bla bla bla. Und bin dann draufgekommen, im Endeffekt, interessiert kein Hund so ein Let's Play. Und auch wenn ich es auf Englisch mache, ist es schon gar nicht. Jetzt habe ich dann nach einem halben Jahr gesagt, so ein halbes Jahr Experiment ist genug, machen wir es wieder, jetzt habe ich es wieder zurückgebaut auf Deutsch. Einfach weil ein Let's Play-Kanal für mich sowieso eher so ein Bonus zu meinem Rest-Content ist und eigentlich sowieso niemand, und das ist auch so eine Erkenntnis, die im letzten halben Jahr richtig mitgekriegt habe ich, dass Let's Plays-Kanäle eigentlich so gut wie nie eigenständig funktionieren als Hauptprodukt. Das heißt, Let's Play-Kanäle gehen immer um die Person und das Spielen ist eigentlich, also das Gaming, was da gespielt wird, dieses Game, die Let's Plays selbst sind eigentlich nur ein Beiprodukt und die Leute schauen eigentlich hauptsächlich wegen dem Vortragenden, wegen dem Let's Player und die würden sowieso alles schauen, was der macht. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, einen Let's Play-Kanal zu starten als Let's Play-Kanal, wo einem selbst nur keiner kennt. Also das funktioniert eigentlich zumindest heutzutage nur mehr, wenn du sowieso eine Person bist, die ein Publikum mitbringt und das Publikum kommt dann wegen dir wieder, weil sie sehen will, wie du Videospieler spielst. Und deswegen würde ich jeden davon abraten, einen Let's Play-Kanal zu starten, der ja noch nicht schon sehr bekannt ist. Also wenn du als Person nicht schon eine große Follower schafft hast, würde ein Let's Play-Kanal überhaupt keinen Sinn machen. Also da würde man, nein, ich würde wirklich inzwischen sagen, das ist zu 100% verschwendete Zeit, einen Let's Play-Kanal zu starten. Finde ich eigentlich spannend, weil man immer so das Gefühl, also mein Gefühl, und ich bin ja nicht in dieser Let's Play-Szene so drin, war eigentlich immer, dass das Let's Play dann so ein bisschen das Hauptprodukt ist. Klar, es geht um denjenigen, der es macht, aber trotzdem geht es einmal primär darum, dass der etwas spielt. Aber so wie du es beschreibst, klingt es ja, der könnte irgendwas machen, weil es geht um die Person. Nein, das ist ja generell im Internet. Also wenn du mal ein Internet-Celebrity bist oder ein YouTube-Celebrity, dann ist es wirklich schon fast egal, was du magst. Also die Leute kommen sowieso hauptsächlich wegen dir und weil sie sehen wollen, dass du als Person ihnen was präsentierst. Und der Content ist wirklich schon zweitrangig. Das ist inzwischen so mein größtes Learning gewesen im ganzen YouTube und so weiter. Das heißt, du bist entweder eine Internet-Persönlichkeit mit schon einer großen Anhängerschaft, dann hast du sowieso schon gewungen, weil dann kannst du halt machen, was du willst. Und natürlich sollte das auch halbwegs Hand und Fuß haben auf Dauer. Aber trotzdem, sobald du schon eine Bekanntschaft hast, ist die Hälfte schon gewonnen. Oder du magst wirklich Content in der höchsten Güte. Das heißt so, oder höchste Güte im Sinne von, das will ich jetzt wirklich, das wollen die Leute auch sehen, auch wenn sie die noch nicht kennen. Du findest eine Nische, wo wirklich ein Publikum da ist, die bereit sind, da wirklich ihre Lebenszeit damit zu verbringen, die Videos zu schauen, weil sie nützlich sind, weil sie unterhaltend sind. Also diese zwei, es gibt meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, diese zwei Schienen im Internet. Du magst wirklich Content, den die Leute wirklich sehen wollen, weil der interessant, weil der hilfreich ist. Und da, wo du als Person gar nicht mehr so wichtig bist. Oder die Leute kommen wegen dir als Person. Und ich habe wirklich viel jetzt bei den Let's Plays, also recherchiert, andere Let's Play Kanäle und so weiter mir angeschaut. Und es ist halt wirklich, die erfolgreicheren Let's Play Kanäle sind nicht wirklich, es gibt die Großen, sehr Große und sehr Kleine. Und dazwischen gibt es eigentlich fast nichts. Und die Großen sind nicht wirklich Persönlichkeiten, wo man sich dann oft denkt, okay, ich verstehe schon, warum diese Person jetzt so eine große Follarschaft hat, weil sie im internationalen Bereich einfach sehr spezielle Art haben oder sehr sympathisch sind oder sehr hübsch sind. Also vor allem bei Damen merkt man es oft. Also es ist sicher von großem Vorteil, wenn du da wirklich optisch, ich meine wirklich auch, wo du was hermachst, ich meine jetzt nicht irgendwie aufreizend, aber einfach nur eine hübsche, sympathische Person bist, hast du eigentlich wirklich schon mal sehr viel gewonnen. Und viele von denen machen die Let's Play sowieso neben Twitch. Das heißt, die meisten, glaube ich, haben auf Twitch eher große, vor allem in den letzten paar Jahren auf Twitch sind sie gewachsen und haben dann quasi das YouTube als Neben-Content. Es war jetzt einmal der Trend, dass manche eigentlich eins zu eins ihre Twitch-Streams als Let's Play auf YouTube geladen haben. Das, was eigentlich immer ziemlich billig war, finde ich, weil das halt einfach billig ist, einfach den Twitch-Stream einfach auf YouTube hochzuladen. Aber inzwischen überschneidet sich das schon. Also ich habe jetzt ein paar Let's Plays schon gefunden, ein paar Let's Play Kanäle, kann ich mal reden, große Let's Play Kanäle, die ausschauen, als wären sie geschnittene Let's Plays, sind aber in einem Livestream entstanden. Das heißt, da sieht man in den YouTube-Let's Plays diese ganzen Twitch-typischen Chat-Einblendungen und was es da alles gibt. Die sind da gar nicht dabei, die sind da separat aufgenommen anscheinend und dann ohne diesen ganzen Twitch-Fierle-Fans auf YouTube hochgeladen. Das heißt, wirklich erst, wo man erst am zweiten Blick mitkriegt, ah, okay, das ist ein Livestream, der da als Let's Play hochgeladen wurde. Das Billigste, was man überhaupt nicht will, ist, dass wir Let's Play anschauen und dann kommen diese ganzen Kommentare und Einblendungen und Interaktionen mit den Zuschauern. Ja, aber egal. Das heißt, jetzt ist jetzt, Humaldo Plays ist jetzt auch wieder so ein, wie vor meinem Experiment, wieder so ein Nebenkanal von mir, wo ich sowieso spiele, die ich spiele, einfach dann einmal kurz an Let's Play. Und wer mich sowieso kennt, der schaut total vorbei und alle anderen, ja, eher nicht. Das hat ja eh wurscht. Nein, mir nicht, mir nicht, aber ich eher nicht. Nein, weil, weil, ja, es ist ja so, es ist ja alles übersättigt. Jeder, der sich interessiert für ein Videospiel, hat schon mindestens fünf Stamm-Let's Player, der sich anschauen würde, bevor er aktiv auf die Suche gehen würde, noch jemanden Neuen. Und so eine Nische zu finden, dass man nur Spiele spielt, die noch nicht behandelt sind, das ist halt auch schon sehr schwierig inzwischen. Das heißt, wenn man wirklich, aber das ist mir persönlich eher schon vorgeschlagen worden, ich muss unbedingt eine Nische finden, aber andererseits, das motiviert mich eben nicht, weil jetzt auf die nächsten Jahre nur eine einzige Nische bedienen, nur dieser Ort von Spielspielen, das würde mir die Lust und Laune verderben an dem ganzen Vorhaben. Also ich mag es abwechslungsreich. Ja, vor allem, es sollst ja auch du sein, du willst ja nicht gezwungen sein, Spiele zu spielen, die du nicht magst, nur um eine Nische zu füllen. Ja, aber das ist ja das Problem. Und je länger ich mit diesem ganzen YouTube und Internet Zirkus wieder abgiebe, desto klarer wird es. Wenn man nur das macht, was man selbst will, kommt man nicht weit. Man muss ja irgendwann einmal sich entscheiden. Oder man hat selbst das Glück, dass man selbst eine Nische oder irgendwas, was gerade beliebt ist, sehr gern macht. Zu allem ist es natürlich Nonplusultra. Aber jetzt mal auf die Suche zu gehen, was könnte ich denn jetzt machen und das Leute wirklich abholt und interessiert, das ist halt wirklich schwierig. Ja klar, vor allem, du kannst es ja nie sagen. Ja, und es ist halt einfach, es braucht einfach seine Zeit, etwas aufzubauen. Ja, genau, das ist eigentlich dieses ewige YouTube-Thema. Aber ja, jetzt bin ich da wieder zurück auf Deutsch und macht auch Spaß, weil in meinem ureigenen Dialekt kann ich auch viel lustiger die Spiele kommentieren und macht mir eigentlich auch viel mehr Spaß. Englisch war auch lustig, aber selbst in der eigenen Muttersprache Blödsinn quatschen ist einfach viel unterhaltsamer. Ja. Zu Muttersprach lernen und Englisch kommen wir dann später noch. Ja. Ja. Da habe ich noch wen dann im Veto. Ja, ja, da haben wir noch wen. Genau. Sonst könnte ich nur wenen. Ja, ich habe es jetzt endlich geschafft, dass ich tägliches Musizieren und tägliches Üben in mein Leben reinbringe, nämlich gleich in der Früh. Sehr brav. Gleich nach dem Aufstellen. Zurzeit geht es bei mir einfach, dass ich in der Früh sowieso nichts Orges zu tun habe und meistens habe ich nach dem Aufstellen mal einen Kaffee geholt, mich vom Computer gesetzt und einfach nur mal eine Stunde irgendeinen Scheiß gemacht, bevor ich dann zum Arbeiten anfange. Irgendwo im Internet herumsurfen, irgendwo auf YouTube herumklicken, dort rein, da im Forum was lesen, so komplett unkoordinierte Blödsinn, der eigentlich komplett wurscht ist. Und jetzt mache ich einfach stattdem, mache ich jetzt in der Früh einfach immer die Gitarre, haue mir irgendeinen Backing-Track rein und fange einfach auch zum Üben an, verschiedene Patterns spielen, ein bisschen jammen und habe jetzt wirklich gemerkt, wie extrem wichtig das ist, dass man etwas wirklich sehr, sehr regelmäßig macht. Das tägliche Üben ist so extrem wichtig, auch wenn es vielleicht nur 20 Minuten, eine halbe Stunde sind, aber dieses tägliche Dransitzen macht alles so viel leichter, weil ich habe es eben gemerkt, früher, also vorher, früher damals, wie ich nicht so konsequent geübt habe, war es so, dass ich, wenn ich zwei, drei Meter Wochen wirklich Zeit gefunden habe, mit ihm dazusitzen, dann war es so, habe ich mir zwei Stunden Zeit genommen und habe mich dazugesetzt. In diesen zwei Stunden bin ich plötzlich angestanden, bin nicht mehr weitergekommen, einfach, ich bin fertig gewesen mit dem Üben und denke mir, scheiße, das ist aber nicht gut und war richtig demotiviert, weil ich wusste, wann ich das nächste Mal dazukomme, also so in ein paar Tagen geht es genau da weiter und es wird urmühsam. Und jetzt aber, wenn man es täglich macht, dann ist es halb so schlimm noch mehr, weil ich weiß ja, am nächsten Tag mache ich genau da weiter und es wird schon etwas werden. Also das ist viel besser abzuschätzen, viel motivierender und auch wenn es so frustriert... Man baut sich diese Barrikaden nicht auf, dass man dann lange Zeit Angst hat, jetzt muss ich da wieder hin und dann stehe ich wieder fest. Das hat mich richtig demotiviert, so zu wissen, ich muss dieses Ding üben, weil das ist halt, das ist jetzt der Blocker für mich, um den nächsten Schritt zu erreichen, aber es ist so mühsam und... Aber wenn du das täglich machst, kannst du richtig schon abschätzen, okay, wenn ich das jetzt wirklich noch täglich mache, so nächste Woche Montag wird es schon besser ausschauen. Und diese Abschätzung habe ich bisher nicht gehabt, weil ich nie genau sagen konnte, wann ich das nächste Mal übe. Und das ist wirklich, 20 Minuten genügen schon, wenn man sich dazu sitzt, jeden Tag. Und bei mir funktioniert das jetzt in der Früh einmal wirklich gut und das ist halt auch ein Luxus, den ich habe, weil viele haben halt diese Regelmäßigkeit nicht, dass jeder morgen da eigentlich frei ist. Im Gegenteil, der Morgen ist für die meisten Leute ziemlich stressvoll, wenn sie Kinder haben. Oh ja, das kann ich dir bestätigen. Ich könnte schon früh genug aufstehen, aber nein. Ja, ja. Nein, also ich habe es jetzt auch schon in diese Richtung geschafft, dass ich eher früher schlafen gehe, damit ich zeitig aufstehe und in der Früh eben diese Übungen machen kann, weil ich... Ah, dann bin ich ja eher dazu tendiert, länger aufzubleiben und dann nicht weniger zu schlafen. Aber das bringt auch nichts, weil weniger schlafen kostet Konzentration und dann ist erst wieder... Da verschwendet man... Mit weniger schlafen verschwende ich zum Beispiel einfach mehr Zeit, weil ich dann einfach die nächsten Tage so fertig bin, dass ich wieder nichts auf die Reihe kriege. Das heißt, durch das Fertigsein und Kaputtsein kriege ich weniger weiter als diese eineinhalb Stunden, die ich dann länger aufgeblieben bin. Ja, das sind so die kleinen Dinge des Medienmachens, des Übens, des Musizierens und ja, auf jeden Fall bin ich da jetzt gerade sehr froh drüber, dass das jetzt in meinen täglichen Alltag eingegangen ist, weil man sagt ja immer, man kann erst dann was richtig gut machen, wenn man es regelmäßig macht und wenn man diese Regelmäßigkeit mindestens drei Wochen lang durchgezogen hat, dann ist es so in der eigenen Routine drinnen, dass es dann auf Dauer bleibt. Ist ja so eine Hausnummer. Ich glaube, da gibt es Studien, sagen so, dass es ein Blödsinn, aber ich glaube, es ist schon ganz eine gute Richtlinie, diese 20 Tage oder etwas durchzuziehen, dann wird es dauerhaft in die Gewohnheit übergehen. Ja, Motivation, Motivation. Immer gut. Gut, und somit können wir schon in die Diskussion übergehen. Du hast ja eine Quest 2 oder nicht? Nein, ich habe keine Quest 2. Ich habe eigentlich immer nur die PSVR. Das ist das Einzige, was ich habe. Hat bei mir auch nicht so durchgesetzt, dass ich da weiter großartig rein investiert hätte. Wann hast du das letzte Mal der PlayStation VR 1 benutzt? Warte mal, wann kam Star Wars Squadrons? Das ist die Antwort drauf. Okay, ich glaube, es war dann schon 2020. Es ist sicher schon zwei Jahre her, wenn nicht sogar drei. Okay, das heißt, das ist die einzige VR-Erfahrung bis jetzt ist, PlayStation VR 1. Ja, so schon. Also die modernste sowas. Stimmt nicht ganz. Naja, eigentlich war die modernste VR-Erfahrung tatsächlich ein VR-Escape-Room in Wien. Das war schon wesentlich moderner von der Technik her. Und das hat auch für mich wesentlich besser funktioniert, muss ich dazu sagen. Aber da waren wir, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, das war eine Quest 2. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was da genau war. Ich glaube, sie haben irgendwelche, die von Steam, die Vive-Dinger haben sie auch gern. Es könnte auch die Vive sein, ja genau. Also eine von beiden war es. Es war auf jeden Fall eine ganz andere Dimension auch von der Steuerung her. Auf jeden Fall. Kannst du es kaum erwarten, ins Metaverse einzusteigen? Naja. Was auch immer das ist. Naja, ich meine, ich bin im Metaverse, ich bin auf Facebook, aber auf seine eigene Art. Aber nein, eigentlich bin ich technisch gesehen nicht wirklich unterwegs in dem Bereich. Kennst du irgendwen auch nur annähernd, der sich auf eine virtuelle Reality-Zukunft freut und sich kaum erwarten kann, dass er ein Gerät am Kopf trägt, das er jeden Tag stundenlang den Alltag versüßt oder sogar ersetzt, indem er in der Virtual Reality herumläuft? Also ich glaube VR nicht. Wobei ich glaube, ich würde jetzt aufzeigen, wenn es um Augmented Reality geht, weil dann würde ich mich dann schon wieder selber drauf freuen. Ich weiß ja, wo du hin willst. Ja, ja, ja. Es ist ja so. Auf der WWDC, also der World Wide Developer Conference 2023 vor kurzem hat Apple, also die Hausentwicklermesse von Apple, ist endlich die Apple Vision Pro angekündigt worden. Also das erste neue Produkt von Apple seit der Apple Watch 2015. Also seit acht Jahren hat Apple eigentlich kein neues Gerät mehr rausgebracht. Und ungefähr seit dieser Zeit war das Ding auch in Entwicklung. Es hat ganz viele Gerüchte gegeben, dass Apple an einem VR-Headset arbeitet und Reality Pro war immer so die Bezeichnung davon. Ja, und jetzt ist es endlich angekündigt worden und hat den bisschen brachliegenden VR-Markt ein bisschen aufgemischt, würde ich sagen. Also es ist zumindest in Mainstream angekommen in das Thema. Nachdem ja Meta das jetzt während der Pandemie versucht hat, also der Zuckerberg mit seiner Facebook-Umbenennung in Meta und seiner Zukunft des Metaverses und alles, hat ja ziemlich einen Bauchfleck hingelegt, muss man ja sagen. Also das interessiert ja eigentlich keinen mehr, dieses Metaverse. Und sie versuchen auch jegliche Spuren zu erwischen. Also Facebook versucht ja gar nichts in dieser Richtung zurzeit zu erwähnen, außer und hat inzwischen die Quest, also eher hauseigenes, transportables VR-Headset, wo jetzt bald die dritte Version rauskommt, als reines Spielgerät inzwischen umgebaut. Das heißt, es wird ja wirklich inzwischen vermarktet, als wäre das nur mehr für GameStore. Gibt es eine Version trotzdem für professionelle Sachen, die ist dann abgekoppelt oder sowas? Genau. Es gibt die Quest Pro, die einfach bessere Specs hat, aber im Prinzip das gleiche Ding ist, also ist teurer. Haben sie 1.500 Dollar, haben sie es angeboten damals und haben sie es in kürzer Zeit auf 1.000 Dollar runtergesetzt, nachdem sie draufgekommen sind. VR interessiert die große Masse nicht. Also es ist immer noch eine sehr kleine Nische. Obwohl Facebook mit der Quest 2 und die Quest 2 ist ein wirklich gutes Gerät. Also das muss man wirklich sagen, also das ist wahrscheinlich das beste Produkt, das Facebook hier rausgebracht hat. Die Quest 2 ist echt gut. Aber es ist halt nach wie vor weit weg vom Massenmarkt. Die Quest 2 ist das meistverkaufteste VR-Headset zurzeit und es ist trotzdem weit davon entfernt, irgendwie ein massentaugliches Produkt zu werden. Ja und gerade in dieser ganzen Gemengelage hat jetzt Apple ihr eigenes VR-Headset angekündigt, was schon eher so wirkt. Also haben sie da jetzt eigentlich ein bisschen die Zeit übersehen? Sind sie nicht zu spät dran? Ist das Timing nicht ziemlich schlecht? Oder schaffen sie den Apple-Move und entfachen einfach die Lust an VR neu mit ihrem Produkt? Du hast noch nicht verstanden, wie Apple tickt. Apple kündigt dir oft genug was an und sagen, es ist bahnbrechend neu. Alle schauen sich an und sagen, nein, es ist nicht. Das ist eigentlich schon jahrelang da. Aber Apple verkauft dir also, es ist bahnbrechend neu. Und was sie halt können, ist es dann so umzusetzen, dass es tatsächlich bahnbrechend ist in vielen Bereichen. Genau, das ist ja auch eines der großen Kritikpunkte an Apple immer von den Apple-Skeptikern, dass Apple ja nie was Neues erfindet, sondern immer irgendwas nimmt, das es eh schon gibt und dann einfach rausbringt, so als wären sie die Ersten das machen. Das stimmt aber so nicht ganz, weil natürlich hat Apple noch nie irgendwas Neues komplett auf den Markt gebracht. Ich glaube, das hat alles vorher schon gegeben. Aber Apple sind die, die durch ihre schiere Finanzpower und ihre Geduld und ihren Entwicklungsapproach dadurch, dass Apple Software und Hardware in der Hand haben, gibt es keinen anderen Hersteller, der ein Produkt so integriert bauen kann, wie Apple das kann. Wobei ich anmerken würde vielleicht, ich meine, das iPhone war ja trotzdem das erste richtige Smartphone. Es hat ja verschiedenste Smartphones in dieser Richtung schon gegeben, es hat die Kapazitäten... Aber da reden wir vom Communicator oder sowas, das war ja wieder was anderes. Es hat schon ein paar Sachen vorher gegeben, aber Apple waren die Ersten, die die Versuche, die es schon gegeben hat, dann in einer Form gepresst haben, die halbwegs gebrauchbar waren. Wenn man sich zurückkriegt, das erste iPhone war so gesehen ein Klumpet. Das erste iPhone war... Das ist ja ein anderes Kapitel, ja. Genau, das war auch noch nicht gut. Aber Apple hat es geschafft, durch ihr Verkaufstalent das Ding so weit in die Medien und die Massen zu pushen, dass sie damit einen kompletten Paradigmenwechsel eingeleitet haben. Und das kann man als Kritiker... Auch das iPad, glaube ich, ist sogar in der Gegend. Auch da, ja. Die Kritiker sagen immer, kreidend ist Apple anders, wäre das etwas Schlechtes. Aber andererseits, du brauchst so jemanden, so einen großen Player, um Sachen in den Markt und in die Mengen zu pushen, weil sonst wird kein Produkt jemals bekannt werden. Also... Ja, klar. Das heißt, natürlich hat es vorher schon ähnliche Produkte gegeben, aber nichts hat es in den Massenmarkt so gut geschafft. Und da sind Apple einfach die Besten. und deswegen ist jetzt halt... Ich habe es ja gemerkt, ich beschäftige mich so nebenbei mit VR eh schon länger jetzt und plötzlich... Ja, nicht aufgefallen. Nach dieser WWDC-Ankündigung von der Apple Vision Pro waren plötzlich die Nachrichten voll und die haben halt teilweise, weil das VR-Thema nach wie vor nicht wirklich massentauglich ist, haben halt einige oder gar nicht weniger das so verkauft, als wäre das jetzt etwas Neues von Apple. Aber das ist ja nicht Apples Schuld, dass diese Geräte-Klasse noch nicht so stark in der Masse ist. Das ist ja nicht die Schuld von Apple. Das heißt... Aber es wirkt halt jetzt so, wo Apple plötzlich ein Produkt rausbringen und alle drüber reden, als würden Apple das erfunden haben. Ja gut, das ist nichts Neues, ja. Ja, ja. Aber ich finde, das ist jetzt nicht schlecht. Ich finde, das ist sogar im Gegenteil, es muss so ein großer finanzkräftiger Hersteller sowas eigentlich auch in den Markt pushen, weil sonst wird es eh nichts. Auf jeden Fall, gehen wir mal weiter. Das Ding ist halt aus Glas und Aluminium gefertigt. Ist zwar relativ schwer, aber ist halt auch wirklich, wirklich eins auch gefertigt. Was das Ding alles hat, hat fünf Sensoren, sechs Mikrofone, zwölf Kameras, Hot-Eye-Tracking drinnen. Zwar... Kann die Augen außen drauf projizieren, damit sich verwirrend wird. Genau, einen Außenschirm, damit man quasi sein eigenes Gesicht, mehr oder weniger die eigenen Augen vor außen sieht, weil es ist halt immer so ein Problem, wenn du so eine VR-Brille auf hast, bist du halt für Außenstehende komplett abgekoppelt. Die wissen jetzt gerade nicht, was du gerade tust, weil sie deine Augen nicht sehen. Und es ist jetzt zur Zeit eben so, wenn du den Pass-Through-Modus anhaltest, hast, also Pass-Through-Modus, das wissen vielleicht auch einige noch nicht. Die Quest und andere Headsets kennen das schon länger, dass sie das Bild mit der Kamera, also dass sie den Raum filmen und dann ins Headset übertragen, sodass du, wenn du es trägst, eigentlich durch das Headset durchsiegst. Das heißt, du siehst durch das Headset, durch die Umgebung, kannst du dich somit herumbewegen, als hättest du nicht eine Brille, quasi einen Bildschirm vor dir, sondern, ja, das hat schon funktioniert. Bei der Quest 2 gibt es jetzt auch bei der PlayStation VR 2, aber es ist halt immer nur von der Qualität, von der Auflösung her ziemlich niedrig gewesen und es war halt eher so ein Kompromiss, um halt nicht komplett abgelöst von der Außenwelt zu sein, wenn man so ein Ding auf hat. Und die Apple Vision Pro hat das halt wirklich jetzt gemeistert und hat da wirklich eine Qualität jetzt zusammenbracht anscheinend. Und jeder, der dieses Ding aufgehabt hat, hat gesagt, das ist einfach, du merkst kaum mehr, dass du da jetzt nicht durch eine Glasscheibe schaust, sondern dass das ein projiziertes Bild ist. Also es dürfte wirklich so gut funktionieren, das Durchschauen durch diese Brille, dass es wirklich bahnbrechend sein soll. Und, ja, ich glaube, jetzt müssen wir ja schon zum Preis kommen. Also, dass VR halt nicht günstig ist, ist eh bekannt. Also, ich glaube, die Quest 2 ist das günstigste mit knapp 300, 400 Euro Sätze inzwischen wieder kostet. Das ist das günstigste und dann gibt es nach oben hin eigentlich Geräte, gibt es eigentlich gar keine Grenze vom Preis her. Und, ja, die Apple Vision Pro ist für 3.500 Dollar jetzt einmal angekündigt. Und 3.500 Dollar ist halt wirklich nichts für den Consumer. Ja, vor allem, wenn man es zu uns umrechnet, ist es nochmal ungefähr 1.000er mehr. Ja, ja, es ist gigantisch. Um den Dreh vielleicht eine Spur weniger, aber es ist eine Menge Geld. Ja, 3.500 Dollar ist halt wirklich für den Standardkunden, also für uns jetzt wirklich eigentlich unleistbar, sage ich jetzt einmal. Und wird sowieso erst im 2024 rausgekommen. Ursprünglich wollten sie eine Million Stück verkaufen nächstes Jahr. Aber heute habe ich die News gelesen, dass sie es inzwischen schon wegen Produktionsengpässen auf 400.000er runtergesetzt haben. Ja, ich glaube, es sind weniger die Produktionsengpässe als die Nachfrage. Weil, auch wenn dieses Teil sehr, sehr faszinierend ist, die Marktchancen davon sind halt sehr, sehr beschränkt, sage ich jetzt einmal. Man muss schon halt dazu sagen, es ist ja auch der tragbare Computer dann auch gleich dabei. Genau, also das Ding ist ja Standalone. Genau, das ist völlig Standalone. Das ist jetzt nicht so, dass man es an einen Computer anschließen muss, sondern das kommt halt mit. Das ist VR mit Computer, mit tragbarem Computer, auch wenn sie es komischerweise immer so beworben haben. Du kannst es dann als Monitor für deinen Mac benutzen. Aber natürlich, das erklärt den Preis auch ein bisschen. Vor allem, wenn wir wissen, wo Macs in der Preisklasse stehen. Ja, und wo Displays. Die hochauflösenden Apple Displays kosten ja auch gleich den Preis. Also ich kenne schon Leute, die das durchgerechnet haben und gesagt haben, da ist die Brille tatsächlich billiger als ein Mac in der gleichen Klasse plus dem Display. Da bist du schon wieder besser dran. Aber ja, also trotzdem ist es viel natürlich, keine Frage. Das Ding ist jetzt, wer soll denn jetzt eigentlich der Kunde sein? Wer ist das Zielpublikum von dem Apple Vision Pro und das weiß Apple selbst das, sonst hätten sie diesen Preis einfach nicht so kommuniziert. Und darum ist auch das Pro so wichtig an dem ganzen Gerät. dass das Ding halt wirklich nur in Richtung Pro-Benutzer abzüht. Reiche, also Leute, die sich halt dieses leisten können und Leute, die das in einem produktiven Umfeld verwenden. Und das Lustige ist, es ist gar nicht so teuer. Eigentlich ist es sogar ein Schnäppchen. Weil es gibt zum Beispiel das bisher beste VR-Headset ist das VAIO XR3. Das ist ein finnischer Hersteller und die haben Ende 2020 schon dieses VAIO XR3 rausgebracht und das ist das bisher Only, also das Marketing bla bla, Only True Mixed Reality Headset. Und das Ding hat dieses Pass-Through auch schon gehabt. Und das war das erste Ding, das in so einer guten Qualität das umgesetzt hat, dass man auch, wie jetzt eben bei Apple Vision Pro, keinen Unterschied mehr erkennt hat, ob ich jetzt wirklich durch eine Glasscheibe schaue oder durch diese Brille. Der Unterschied ist, dieses VAIO XR3 kostet halt 7000er, also du brauchst eine Subscription dafür und einen PC auch noch dazu. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist wirklich nur rein das Headset, das du relativ umständlich mit Haufenweißkabel nur an einen fetten PC anstecken musst, dass das Ding überhaupt diese Leistung bringt, das du willst. Ich meine, ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, aber in dem Footage, das ich gesehen habe, war das Ding wirklich verbunden mit einem Computer. Also geht davon aus, dass das von einem fetten PC auch noch gesteuert wird. Das heißt, du kannst zu den 7000 noch mehr was dazu rechnen. Von dem jetzt her gesehen ist die Vision Pro günstig. Das ist der halbe Preis und ist all in one, ohne Kabelsalat und richtig ausgetüftelt. Das heißt, der Markt, auf den dieser VAIO XR3 zielt, den es anscheinend gibt, also professionelle Firmen, Studios, was auch immer, die kein Problem haben 7000 Euro plus fetten PC auszugeben für ihre VAIO, können sie jetzt um den Preis, wo sie vorher eine VAIO betrieben haben, drei Apple Vision Pros kaufen. Das heißt, von dem her betrachtet, also wenn das der Markt ist, wo Apple hin will, dann ist das Ding sogar ziemlich geil. Weil dann haben sie gerade die komplette High-End VR Konkurrenz ausgeschalten. Und das ist etwas, das man in der Mainstream, ich sage jetzt mal Mainstream, Berichterstattung halt, was man nie hört, alle, es ist so teuer, weil es immer verglichen wird mit einer Quest 2 oder was. Aber das, was das Ding wirklich kann und drauf hat, geht nach oben hin und ist aber billiger als die bisherigen Top-Geräte. Das heißt, für professionelle Anwendungen, also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich sage jetzt mal Hollywood oder wo auch immer so Medienproduktionen stattfinden, dass die Apple Vision Pro dort das Hauptgerät sein wird in Kürze, wo halt wirklich, also Kürze. Das ist halt das Ding, das dort einfach überall weltweit verwendet wird, um in der Virtual Reality Pro Content zu erzeugen. Und das finde ich gerade sehr spannend. Ja, und ich glaube, das ist auch das Problem. Wir sind halt jetzt an dem Punkt, für viele aus unserer Bubble ist VR halt Gaming vor allem. Ja, und das ist genau das, was du jetzt auch gemeint hast, diese Anwendungen, die Apple da gezeigt hat, die haben ja im Grunde genommen gar nicht wirklich irgendwas in Richtung Games gezeigt, sondern die haben einmal gezeigt, so kannst du das als User, als High-End-User verwenden. Und das finde ich schon interessant, das ist ein interessantes Kapitel. Da gibt es auch genug Anwendungsmöglichkeiten. Denken wir nur an zum Beispiel Roboter-Kirurgie. Ja. Das sind so Themen. Oder ein Ingenieur, dieses kollaborative Arbeiten, das sind schon tolle Anwendungen. Und da ist der Preis dann schon wieder gerechtfertigt auf gewisse Art und Weise. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo das irgendwie für Gaming interessant wird. Und eben, da dürfen wir nicht vergessen, das haben wir vorher schon gesagt, die erste Version von einem Apple-Gerät ist meistens relativ uninteressant. Ja, ja. Es wird dann irgendwann einmal die zweite, die dritte Edition, vielleicht die vierte, sind dann die Punkte, wo man sagt, jetzt wird es interessant oder jetzt ist es ausgereift genug. Eben, schauen wir uns das iPhone an, denken wir daran, wo das war bei der Version 1. Das war auch ein cooles Ding, das nicht viel konnte. Ja. Das Problem ist eben, dass Apple so ein Lifestyle-Produktehersteller ist. Und jeder hat sich diese Präsentation angeschaut, der ein Apple-Fan ist. Und man wartet davon, da jetzt ein Lifestyle-Produkt zu kriegen. Aber die Vision Pro... Und die ganze Präsentation war ja so für, wie wir uns so diskutiert haben, jetzt im Wohnzimmer veränderst und alles ist super. Aber das Ding ist nicht für unser eins gemacht. Und das ist das, was ein bisschen verwirrend ist. Dass Sie ein Pro-Gerät, das für Professionelle präsentiert hätten, als wäre es ein neues Accessoire, dass man sich halt schnell ins Wohnzimmer stellt, wie ein Switch oder was. Es sind auch Linien, die einfach jetzt blören. Das passt nur so Hype dazu am Rande. Aber ich habe jetzt auch Artikel gelesen, dass Apple jetzt anfängt, sich selbst Konkurrenz zu machen, weil sie halt diese wirklich teuren High-End-Rechner haben, die du halt wirklich benutzt, wenn du 8K-Rechnen hast und solche Geschichten. Wo es dir dann wirklich einmal schnell 4.000, 5.000 Euro hinlegst für eine sinnvolle Konfiguration. Und jetzt aber mittlerweile sind diese ganzen M2-Laptops, also zum Beispiel das Air, die Pro-Laptops, so stark, dass die für manche von diesen Dingen einfach reichen. Wo selbst ein Pro sagt, eigentlich brauche ich jetzt nicht 5.000 Euro hinlegen, sondern ich lege jetzt vielleicht 2.000 hin, kaufe mir das günstige Gerät und die ganze Geschichte hat sich. Theoretisch, wenn sich jeder Apple Vision Pro kauft, braucht er kein Ei, braucht er nichts anderes mehr. Kein Computer, keinen Monitor. Ja, aber das wird noch dauern. Es wird dauern, aber ich sage nur, man darf nicht vergessen, auch wenn Apple so Lifestyle gegangen ist, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, es gibt noch immer einen ganz, ganz großen Profimarkt. Und ich meine, ich arbeite genug mit Grafikern zum Beispiel zusammen, auch mit Tonleuten, die halt sagen, ich verwende einen Mac und nichts anderes, aber ich habe auch einen dementsprechenden Anspruch an das Ding. Da geht es nicht um Lifestyle, sondern da geht es um Workflows und da geht es um Software, die es noch dort gibt. Ja, ein Bekanter von mir, der in der Grafikerindustrie arbeitet, also Grafikdesign und so, hat auch gesagt, die Firma, wo er war, die haben am Anfang ziemlich lange PCs gehabt, und wie sie dann umgestiegen sind auf Apples, haben sie eigentlich, was die Mehrkosten, also die Mehrkosten, weil Geräte teurer waren, haben sie innerhalb kürzester Zeit drinnen gehabt, weil sie weniger Service gebraucht haben, weil sie weniger Updates, weil die Dinge einfach nicht so schnell kaputt gegangen sind. Das heißt, sie haben einfach viel weniger Downtime gehabt, als bei Windows damals noch, viel weniger Maintenance, und haben sie viel dort dann neue Geräte kaufen müssen. Also das heißt, das hört man sehr oft, und das glaube ich schon, weil ein PC braucht immer ein bisschen Liebe, da muss man immer ein bisschen ein Mechaniker sein. Ja, das auch, aber ich glaube, es geht auch viel einfach um diese Denkweise, also Apple ist schon etwas, was einfach auch vom Workflow Leute einfach lieben, und wie gesagt, mein eigener Mischer, also der, der mir die ganze Musik mischt zum Beispiel, sagt halt, er arbeitet auf Logic, da gibt es einfach keine Windows-Alternative, gibt es nicht, und das ist aber seine Platform of Choice, und das spielt halt dann schon wieder rein. Jo, aber wieder zurück zu VR, und übrigens, Apple hat kein einziges Mal VR oder AR erwähnt, sondern hat das ganze Spatial Computing genannt, also das heißt, sie haben wirklich versucht, diese neue Kategorie zu verkaufen, und wollen gar nicht in die VR-Ecke gesteckt werden, und ich glaube, sie haben gute Chancen. Das heißt, ich glaube wirklich, dass die Apple Vision Pro wird wahrscheinlich jetzt kein super erfolgreiches Produkt von den Stückzahlen sein, wird es aber schaffen, dass es als Referenzgerät in die breite Masse eindringt. Das heißt, auch wenn die wenigsten Leute eine haben werden, es wird das Gerät sein von Apple, wo jeder weiß, ah okay, das ist diese Virtual Reality Brille, so ist es, und es wird sich jeder an dieser Brille orientieren. Das heißt, es ist ein kompletter neuer Benchmark jetzt, wo es hingeht. Und das Geile ist, dass sie ja keine Controller mitliefern, sondern dass es mit Eye-Tracking und mit Gestensteuerung funktioniert. Das heißt, es erkennt wirklich, solange du deine Fingern irgendwo nur an der Vorderseite von deinem Körper hast, werden deine Fingern erkannt, und du kannst mit so kleinen Schnippsgesten alles steuern, und auch wo du hinschaust mit den Augen, Eye-Tracking ist auch schon ein altes Ding, zum Beispiel die PlayStation VR 2 hat es auch, aber die Apple Vision Pro dürfte es so perfekt machen, dass es eigentlich wirklich schon mal wirkt, als würde man sich Gedanken lesen. Und das ist anscheinend, alle das ausprobiert haben, haben gemeint, es ist so eine vernünftige Ort, in VR sich fortzubewegen und Menüs zu bedienen, dass niemand mehr diesen Laserpointer verwenden will, weil bisher wird ja VR nach wie vor mit so einem Laserpointer-Steuerungssystem verwendet. Das heißt, man hat immer so einen langen Zeigestab, wo man dann auf irgendeinen flachen Button draufklickt. Schaut auch dementsprechend lächerlich aus, wenn man damit rumrennt. Ja, ja, ja. Und das könnte da jetzt auch die Apple Vision Pro auch komplett ändern. Und das Blöde für Microsoft, äh, für Microsoft sage ich, für Facebook ist jetzt, also Meta, dass die Quest 3, die jetzt für Herbst angekündigt ist, kein Eye-Tracking hat. Obwohl Eye-Tracking jetzt wahrscheinlich der Shit of the Future ist. Das heißt, das wird wahrscheinlich die beste Fortbewegung, also die beste Art von Interface sein. Äh, ja. Das heißt, da könnte es sein, dass sich da der Meta grad selbst ein bisschen Zeit kostet und Geld kostet, indem sie dieses wichtige Feature nicht im neuen Gerät drinnen haben. Ja. Ja. Ist halt noch immer schwierig, wirklich das Feature-Set, was muss ein Headset noch haben, das ist noch immer nicht ganz ausdefiniert. Das ist einfach das Problem. Ja. Vor allem, ich bin ja nach wie vor sehr, sehr unzufrieden mit dem State of the Art of, wie Software funktioniert in VR. Weil bis jetzt ist es so, dass man in einem 3D, in einem Raum immer flache Bildschirme hat. Es ist, es ist relativ, es ist alles relativ fad noch. Das heißt, man ist zwar in seinem Moment, Quest 2 oder auf der Playstation, man, man ist in einem Raum, kann sich teilweise in einem Raum herumbewegen, aber alles, mit dem man interagiert, sind flache Leinwände, flache Bildschirme mit Tasten, die vorne herumschweben. Und ich denke nicht, dass das die beste Ort ist, sie in VR zu arbeiten. Aber ich weiß auch nicht, was die beste Ort ist. Ich bin nur gespannt darauf, wann endlich jemand draufkommt, wie man VR wirklich ausnutzt. Also in VR arbeiten zu können oder vernünftig mit VR zu interagieren. Weil diese flachen Bildschirme, diese schwebenden, das kann nicht die letzte, das kann nicht die letzte Lösung sein. Und wenn irgendjemand neue Systeme erfindet oder austüftelt oder auf irgendwelche neue Ideen kommt, dann glaube ich, dass das auf dem Apple Vision Pro sein wird. Hast du ja schon gesehen? Wobei, das haben sie ja auch gezeigt, diesen flachen Screen. Ja, es ist ja dort auch so. Auf der Apple Vision Pro ist ja auch alles nur flache Screens, die im Raum schweben und auf die man draufklickt oder was auch immer. Das kann es noch nicht sein. Und jetzt, vor kurzem haben sie ja die Software schon veröffentlicht, dass man schon simulieren kann. Und ich habe jetzt schon gesehen, es gibt schon, Leute haben schon Wohnzimmer gebaut, wo alle Nintendo Konsolen gleichzeitig emuliert werden. Das heißt, man hat da riesige Bildschirme stehen, wo Nintendo 64, Super NES, Gamecube steigen. Man kann einfach von Bildschirm zu Bildschirm gehen und dort parallel emuliert diese Spiele spielen. Aber ja, man hat wieder eine Abbildung eines Raums mit flochem Bildschirm. Ja. Und das, also VR, die große Auswahl meiner Meinung nach ist, ein neues Bedienensystem zu finden, das in VR wirklich funktioniert und das kennt man jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, was es sein wird, weil es erst erfunden werden muss. Aber es ist so langweilig. Die Quest 2, ich will so viele Sachen ausprobieren damit, aber im Endeffekt dieses Draufstarren auf flache Bedienelemente, die im Raum schweben, ist einfach langweilig. Da muss eine Lösung gefunden werden. Ja. Ja, gut. Aber ist das wirklich die Hauptanwendung? Das ist halt noch immer so die... Ja, aber Hauptanwendung, genau um das geht es. Es gibt keine Hauptanwendung für VR. Zurzeit ist VR wirklich nur eine Abbildung des realen Raums. Das heißt also, ob ich jetzt da sitze und auf die zwei Monitore vor mir schaue oder im VR drinnen sitze und dort auf zwei virtuelle Monitore schaue, ist nur eine virtuelle Abbildung der Realität, was ich sowieso habe. Aber der Mehrwert ist nicht da, weil komfortabler ist in der Wirklichkeit, das Ding vor sich zu haben. Ja, darum sage ich ja, für mich ist das Interessanteste eigentlich, und das haben Sie auch ziemlich ausdrücklich gezeigt, ist ja das ganze Augmented Zeug. Also da sehe ich halt eher schon eine ganz große Kategorie, die potenziell kommt. Wobei, da sind wir ja in dem Bereich, das hat ja Google vor, weiß ich nicht, zehn Jahren damals schon probiert mit Google Class, wo sie halt relativ schnell bei Problemen angestanden sind. Und das sehe ich halt auch schon auch kommen. Jetzt stell dir einfach mal vor, du hast das wirklich dann als Brille. Das wird auch irgendwann mehr wie eine Brille ausschauen, nehme ich mal an. Also dass man es wirklich wie eine Brille aufsetzen kann. Und dann wird es aber zum Beispiel haarig in der Schule oder auf der Uni. Ja. Oder was glaubst du, du kannst ja jeden fotografieren theoretisch damit. Ja. Das ist halt auch das. Die Entwicklung geht diesbezüglich sehr voran. Das kriegt man zwar kaum mit, aber ich habe neulich auf einem VR-YouTube-Channel habe ich gesehen, irgendeine Messe, die erst vor kurzem war, wo sie wirklich unglaublich viele verschiedene Hersteller, die gerade genau an diesen Brillen arbeiten, wie die Google Class sind, verdorben ist. Diese wirklich brillenartige Dinge sind, die wirklich gar nicht mehr weit weg sind von der Sonnenbrille, zwar alle noch mit Kabel irgendwo verbunden sind, aber die wirklich schon dieses Augmented Reality-Erlebnis in einer Qualität bieten, die unglaublich ist. Ich meine, natürlich alles noch weit weg von der Marktreife, aber die Entwicklung geht voran. Es ist doch nicht mit Google Class vor zehn Jahren oder wann es war stehen geblieben. Das heißt, da geht einiges weiter. Und könnte man schon vorstellen, dass dann in fünf, sechs, sieben Jahren dann diese Apple Vision ohne Pro dann auch in diese Richtung gehen wird. Sie werden zwar wieder nicht die Ersten sein, aber sie werden die Ersten sein, die dann ein ausgereiftes Produkt so in den Markt pushen können, dass es sie durchsetzt. Ja. Ja, aber es ändert halt trotzdem nichts. Google Class ist ja auch gescheitert an den datenschutzrechtlichen Einschränkungen, die sie da gesehen haben. Und das wird halt schwierig. Also da stehen wir halt echt vor einer Herausforderung, wie man das dann im Endeffekt lösen kann. Also wie man dann, wie man mit dem umgeht. Eben, du kannst jeden fotografieren, du kannst dir Informationen während der Prüfung holen. Natürlich, aber als Handy kann ich einfach sagen, gib es bitte vom Tisch runter bei der Prüfung. Kannst du zu jemandem sagen, der bei einer Prüfung sitzt und sagt, ohne Brille sehe ich nichts, nimm die Brille runter? Na gut, eine TVR-Brille als Sehkorrektur, glaube ich, zu verwenden. Naja, aber wir haben jetzt schon, ich weiß nicht, ob du die Berichte gelesen hast, aber einer der Gründe, wo sie die Demo sehr gezielt gezeigt haben, war, dass die wirklich einen Optiker dort hatten, der in den Gläser geschliffen hat für die VR-Brille, bei den Demos, damit sie halt wirklich das optimale Feeling haben. Aber das ist jetzt aber eben mehr oder weniger notwendig. Als Brillenträger hast du mit VR so ein bisschen ein Problem. Ich meine, persönlich bei mir funktioniert es. Also die Brille, die ich habe, die passt gut unter die Quest 2, und da die Playstation VR 2. Aber es gibt inzwischen schon einige Hersteller, wo du um 70 Euro oder wo du dir persönlich angepasste Gläser, Einsatzgläser für jedes herkömmliche Gerät kaufen musstest. Das ist sowieso schon, das ist fast notwendig, wenn du als Brillenträger ohne Brille auf einem VR-Headset spielen würdest. Das heißt, das ist fast schon Voraussetzung. Ja. Ja, also man muss sich sowieso anschauen, aber wie gesagt, ich gehe da mehr in Richtung EA und ich glaube halt, dass du es dann viel besser eine größere Akzeptanz hast, wenn es halt nicht mehr ausschaut wie irgendetwas Komisches, was du aufhast, sondern was es halt gut vertarnt eigentlich, was es ist, dann wirst du es im Alltag sehen. So wirst du es halt nur in speziellen Anwendungen sehen. Die AR selbst funktioniert ja eh perfekt auf der Vision Pro, weil eben das Ding, die Außenwelt so perfekt wiedergeben kann. Also jeder, der das verwendet hat, hat gesagt, da war kein blödes Herumwageln, kein Zittern oder was, und das hat wirklich gewirkt, als wären diese Elemente vor dir im Rohr und zum Anfassern. Erst wenn du draufgreifen willst, hast du festgestellt, okay, nein, es ist nicht da. Also das muss wirklich beeindruckend gewesen sein. Ja. Nein, das kann ich mir auch vorstellen. Aber du hast halt so ein halbes Kilo Aluminium drum auf der Nase. Also angenehm ist es nicht. Und ich merke es auch beim VR-Spielen, vor allem jetzt im Sommer. Ich habe jetzt wieder öfters VR gespielt und es ist schon anstrengend. Das heißt, du fangst schon, du schwitzt schon und hast dann eine Stunde nachher noch den Riemenabdruck im Gesicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich bin eigentlich VR-mäßig sehr froh darüber, dass Apple den Schritt gegangen ist. auch wenn das Ding kein Erfolg wird oder was dann, es wird, es hat zumindest jetzt einen riesen Push gegeben, diese ganze VR-Entwicklung. Und wenn es Apple jetzt nicht schafft, dann schafft wahrscheinlich keiner. Also wenn in fünf Jahren keiner mehr von Apple Vision Pro oder VR redet, dann wird es nie wieder irgendwer hervorgeräumt. Ah, das kommt immer wieder. Wir sehen ja VR schon seit. Das Nischenprodukt. Das Nischenprodukt. Aber Apple will ja einen Sinn finden dafür. Niemand weiß, für was er VR jetzt außerhalb von Videospielen verwenden soll. Ja. Also im Massenmarkt, sage ich mal. In der professionellen Anwendung und Simulation gibt es natürlich einiges. Aber ja, 3.000 Euro beziehungsweise 7.000 Euro oder Dollar. Ja. Gut. Das heißt, ich finde, es bleibt spannend. Ich bin fasziniert von diesem Ding. Wir haben es eher nicht gekauft. Aber wenn es irgendwann mal eine Möglichkeit gäbe, es auszuprobieren. Also wenn irgendjemand das hat, dann würde ich mir das Ding schon gerne mal näher anschauen. Das wird dann bei uns an so einem Breitengraden frühestens zum nächsten Sommer sein. Also in einem Jahr können wir dann nochmal darüber reden, ob es vielleicht irgendwo eine Möglichkeit gibt. Gibt es die VR-Cafés noch? Weiß man da was? Oder haben die schon wieder geschlossen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob es die noch gibt. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Wie gesagt, Escape Rooms sehe ich jetzt immer wieder auch bei mir. Jetzt im Umfeld habe ich jetzt tatsächlich wieder welche gesehen. Aber ob es da wirklich das als Kaffee machen, keine Ahnung. Okay. Also ausprobieren würde ich das Ding wirklich sehr gerne mal. Jo, jetzt habe ich sehr viel gequatscht. Und deswegen konnten wir jetzt einfach weiter in den Games Teil gleich gehen. Weil ich glaube, über den VR haben wir jetzt genug gequatscht. Jo, wo machen wir weiter? Wir haben schon wieder ein bisschen an Themenüberhang. Ich habe mehr gespielt als du. Das stimmt, aber wir haben uns ja trotzdem für zwei größere Themen entschieden. Das heißt, würde ich sagen, machen wir mal die größeren Themen, oder? Von den Gaming-Sachen. Oder ich wollte dich anfangen. Das ist das erste Spiel in meiner Liste. Kennst du das? Ja. Nein, lustigerweise gar nicht. Aber du kannst es natürlich gerne machen. Du kannst es gerne machen. Ach schon, du wirst vielleicht... Ach Gott. Ich habe nämlich am Gameboy, am Gameboy habe ich Sword of Hope gespielt. Ein Spiel, das ist schon seit... Das ist eines meiner allerersten Gameboy-Spieler gewesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht kennst du es auch von damals, weil wir ungefähr gleich alt sind. Sword of Hope ist von dir vorbeigegangen. Ja, ich habe am Gameboy nur sehr spezifische Spiele gehabt. Ich glaube, ich habe am Gameboy insgesamt elf Spiele gehabt im Laufe der Zeit. Okay. Lange Zeit. Überhaupt nur acht. Das war genau das, was mir meine Tasche reingepasst hat. Sehr spezifisch. Diese Anzahl. Meine Tasche war für acht Spiele gemacht. Die habe ich alle drin gehabt. Das war jedes Mal mein Urlaub. Die Tasche mit dem Gameboy und acht Spiele. Ich kann leider nicht mehr Spiele kaufen. Ich habe nur acht Taschenplätze. Das neunte war dann, glaube ich, eh schon Zelda. Und dann habe ich gesagt, so, das ist jetzt im Gameboy drin. Passt schon. Super. Nein. Sword of Hope ist quasi Shadowgate mit RPG-Elementen. Shadowgate sagt aber schon was. Natürlich, ja. Naja. Also ein First-Person-Adventure mehr oder weniger. Man sieht immer so eine Darstellung der Umgebung, also ein Bild. und man kann sogar fast schon ein bisschen pointenklickmäßig mit dieser Darstellung des Raumes, des aktuellen Raumes interagieren. Zum Beispiel nachschauen, was es dort so auf sich hat. Man kann gewisse Gegenstände anklicken, also virtuell einfach auswählen, schaue und dann wird eine Liste von Sachen aufgelistet, die man sich anschauen kann. Und das alles hat Sword of Hope aus dem Jahr 1989, also das ist wirklich schon sehr alt und in Europa ist es 1991 rausgekommen. Alles das hat dieses Spiel am Gameboy und sogar Rollenspielelemente mit Erfahrungspunkten und so weiter und Zufalls-Encounters und alles. Und es ist das erste Gameboy-Spiel meines Wissens, das deutsche Übersetzung gehabt hat. Okay. Ich habe das damals wirklich sehr gern gespielt. 91 geht es so aus? Ja. Ich überlege gerade. 91? Nein, ich überlege gerade, wann Zelda kam. 93. Ah, doch so viel später. Ja, ja, ja. Nein, und ich habe das in Erinnerung gehabt schon von damals her. Ich habe es seitdem nie wieder angegriffen und jetzt habe ich es wieder einmal eingelegt und es funktioniert eigentlich noch sehr gut. Es gibt ein bisschen zu viele random Encounters. Aber es macht echt Spaß, die Übersetzung ist nicht schlecht. Es hat einen gewissen Witz und ein ganz gutes Abenteuer-Feeling. Es hat nämlich so ein bisschen was auch von den klassischen Tabletop-Rollenspielen sogar, weil man sieht einfach nur so einen kleinen Ausschnitt des Bildes und es wird beschrieben, was dort alles vorhanden ist. Und da spielt gleich die Fantasie mit und das gefällt mir eigentlich. Also das Sort of Hope am Gameboy. Ja, ich habe gesagt, Let's Play, es gibt ein Video auf meinem Kanal, eines der ersten auf Deutsch. Natürlich, das war ja mit Übersetzung. Da kommt jetzt die Frage an die Zuhörer und die Zuschauer. Habt ihr Sort of Hope gespielt damals am Gameboy? Sagt euch das was? Und kennt ihr den zweiten Teil? Weil es gibt anscheinend einen zweiten Teil und der sagt mir nichts noch. Den muss ich mir mal zulegen. Ja, Sort of Hope war das. So, und jetzt kommt von uns ganz Kleinen zum ganz Großen. Was hast denn du so gespielt die letzten Monate neben Zelda? Was heißt Monate? Oder Wochen. Wochen. Na ja, wobei Monate. Es kommt fast hin, wenn ich es mal ausnehmen kann. Ich glaube, ich habe es jetzt ziemlich genau im Monat gespielt. Also vor einem Monat angefangen zu spielen. Ich habe Final Fantasy 16 gespielt. Also die jüngste Ausgabe eines Final Fantasy Titels. Ja, ich hatte jetzt wieder mal das Review und musste ein bisschen vor allen anderen. Und das war auch gut so, weil... Ja. Also ich habe... 50, 40 Minimum? Stunden? Ja, kommt hin. Ja, kommt hin. Das größere Problem ist, das ist jetzt eigentlich kein großes Problem. Ich habe damals das Final Fantasy 7 Remake auch in knapp einer Woche durchgespielt und habe ein bisschen mehr gespielt. Aber dieses Mal prangt auf diesem Spiel ganz groß drauf das PG-18. Okay. Und das hat einen Grund. Das finde ich, das hat einen Grund. Also ich meine, über 18 würde ich diskutieren, sage ich mal vorsichtig. Obwohl es Final Fantasy 16 heißt. Das hätten Sie schon ein bisschen konsequenter machen können. Also ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich ein Altersrating machen würde, hätte ich auch 16 draufgeschrieben. Weil wenn ich es jetzt mit einer Serie vergleiche, ist es für mich da kein 18er Material drin. Aber sie wollten scheinbar das 18 draufschreiben, weil schon relativ viel geflucht wird. Weil es schon in manchen Punkten relativ brutal wird, ohne jetzt irgendwie übermäßig gory zu sein. Und weil sie, und auch das ist ziemlich untypisch für Final Fantasy ja eigentlich, sie haben auch tatsächlich ihre Sex-Szenen da drin. Auch da nicht irgendwie, weiß Gott, grafisch, also bitte nicht Game of Thrones denken. Auch wenn man gern das Spiel mit Game of Thrones vergleicht. Mittlerweile wegen der politischen Intrige, die da drin steckt. Aber es gibt schon diese Szene, wo diese politischen Intrigen im Bett gesponnen werden. So davor oder danach sozusagen. Ich meine, weil du es schon Game of Thrones erwähnt hast, aber ich glaube, dass jeder erwähnt ist, dass das ganz klar eine Inspiration gewesen sei. Also wie sie auf der Ideenfindung waren damals, vor sechs Jahren wahrscheinlich. Was wird der nächste Final Fantasy Teil? Da war gerade die Hochzeit von Game of Thrones und dann wahrscheinlich ist diese Entscheidung gefallen, oder? Blingt das possible? Also ich habe gelesen vom Produzenten von Yoshi P, dass er gesagt hat, sie haben sich tatsächlich Folgen angesehen für die Ideenfindung. Ich muss aber sagen, es ist vielleicht ein bisschen extrem formuliert zu sagen, dass es wie Game of Thrones ist. Diese politische... Es ist schon eher so ein gritty-Fantasy-Mittelalter. Final Fantasy war nie in dieser Richtung, oder? Naja, Final Fantasy war oft Fantasy, aber ich würde sagen, Final Fantasy war entweder Fantasy oder gritty. Also wir haben schon jetzt, wenn du dir jetzt ein FF7 anschaust, das hat schon sehr viele dystopische Elemente drin. Aber es ist halt Sci-Fi. Ja genau, aber so richtig... Final Fantasy 16 wirkt ja zumindest, wenn man es von außen betrachtet, wie ein klassisches Mittelalter-Fantasy-Rollenspiel, das irgendwie mit Japan gekreuzt wurde. Nein, nicht einmal für Japan. Ja, wobei das Japan spürst du jetzt gar nicht so stark. Sie schauen ja alle sehr festlich aus. Und es war ja so ein Kritikpunkt, die sind alle weiß. Es gibt ja diesen Kritikpunkt, da sind keine schwarzen Figuren drin. Wo sie auch dann gesagt haben, naja, aber sie wollten das machen wie im europäischen Mittelalter. Da gab es ja auch keine schwarzen. Ja, es ist trotzdem eine Fantasywelle in der Chocobose rumlaufen. Ja, der hat dann von Japanern... Ja, aber es rennen auch keine Japaner rum. Also es gibt doch keine asiatischen, wenn ich etwas sagen würde, würde ich sagen, es gibt so ein paar arabisch informierte, will ich jetzt sagen, inspirierte Figuren. Aber ansonsten ist es halt sehr weiß. Ja, okay, den Vorwurf kann man sich gefallen lassen. Aber es stimmt schon, wenn ich jetzt an die klassischen Fantasy-Final-Fantasys zurückdenke, waren die immer ein bisschen märchenhaft. Also gerade FF9 zum Beispiel, so als Paradebeispiel. Das war ja ein Fantasy-Märchen. Wunderschön und einer meiner Lieblingsteile, aber es war ein Märchen. Und die ein bisschen dystopischeren waren dann die Sci-Fi-Teile. Und jetzt haben sie es halt ein bisschen gemischt und haben es gleichzeitig so vom Altersrating ein bisschen angehoben und haben gesagt, gut, wir machen das jetzt für ein erwachseneres Publikum. Was ich jetzt gar nicht schlecht finde. Der Großteil der Final-Fantasy-Fans sind erwachsen, denke ich, weil es die Serie schon so lange mitspielen, also mitleben. Das ist ja die Frage, die man sich bei dieser Serie immer stellen muss. Ich meine, du hast schon recht, die Serie gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Die gibt es seit 1987. Also rechnen wir mal da ein bisschen nach. Das ist schon ordentlich alt, die Reihe. Aber die Frage stellt sich für mich schon immer, dass Square, glaube ich, da versucht, immer was Neues zu machen, um neue Leute hineinzukriegen und zu sagen, hey, Final Fantasy ist eben nicht nur für die alten Fans, sondern das ist auch immer was, was sich neu erfindet für eine neue Gruppe. Und das ist ja auch das, was ich Final Fantasy eigentlich in den letzten Jahren immer ein bisschen vorgeworfen habe. Weil wenn ich jetzt die Single-Player-Numbered-Titles, also nicht irgendwelche Spin-Offs, sondern die Numbered-Titles nehme, dann würde ich sagen, bis zehn haben sie eine relativ konsistente Linie verfolgt, wie ein Final Fantasy funktioniert. Und dann haben sie angefangen, herumzurudern, weil sie gesagt haben, naja, die Formel wird jetzt langsam ein bisschen alt. Dann haben sie zwölf gemacht, wo sie gesagt haben, gut, die Story ist noch wichtig, aber wir brauchen mehr Laufwege, weil die Leute wollen mehr spielen. Und dann bist du von A nach B, da bist du drei Stunden gelaufen und hast dann gedacht, wieso bin ich jetzt eigentlich dahergegangen? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Und darum sage ich, das ist ja noch immer das, wo ich sage, da ist das Remake eine der besten Varianten und das nur deshalb, weil man das Spiel schneller drehen kann. Also vierfache Geschwindigkeit stellen, perfektes Spieltempo. Oder du denkst an 13, das war dann wieder dieser Gegenversuch, machen wir möglichst viel Story und machen wir das ganz linear durch inszenieren. Und das hat halt dann dazu geführt, dass bis auf ein Kapitel alles ein Schlauch war. Was anderes gab es da einfach nicht. Und das ist halt immer so ein bisschen hin und her gerudert. 15 hingegen war dann wieder so rein open-worldig bis an einem gewissen Punkt und dann war es plötzlich ultralinear. Also die haben einfach nicht ganz gewusst, was sie machen sollen und wie sie damit umgehen. Auch das Gameplay hat sich irgendwie ständig geändert, weil das letzte Mal, dass wir die ganze Party so wirklich richtig steuern konnten wie früher, war im 10er. Und jetzt der 12er hatte dann dieses, da konntest du noch wechseln zwischen den Figuren auch in 13, aber eigentlich hast du immer nur eine Figur gesteuert. Also das war so immer ein bisschen schwierig. Und jetzt 16 ist es überhaupt, das ist ein Action-Kampfsystem. Das ist vom Designer von Devil May Cry 5 oder von Monster Hunter. Es wirkt sowieso ein bisschen mehr, als würde es mehr ein Souls-Spiel sein als ein Final Fantasy, wenn man es so sieht teilweise von den Screenshots. Ja, Souls würde ich nicht draufschreiben. Ja, aber zumindest vom Style, vom Kampfstyle. Ja, kann man vielleicht sagen, dafür habe ich Souls zu wenig gespielt. Also für einen Souls-Spieler ist es zu leicht. Ja, nein, vom optischen her, weil Souls zelebriert dieses Dark Fantasy ziemlich, also dieses Mittelalter-Fantasy. In der Hinsicht sicher, ja. Aber es ist, wie gesagt, vom Schwierigkeitsgrad. Die haben schon gewusst, mit dem Action-Kampfsystem, da werden sie sich nicht bei den traditionellen Fans so viele Freunde machen. Und das liest du ja auch ständig. Also ich bin ja da in Gruppen, wo da diskutiert wird und wo die sagen, und jetzt haben sie Final Fantasy ruiniert, indem sie da ein Action-Kampfsystem draufgesetzt haben. Na gut, aber das sagen sie aber auf jeden Teil, oder? So seit 20 Jahren. Ja, aber diesmal war die Kritik schon nochmal stärker. Das ist einfach auch das Problem, du hast schon recht. Es gibt einfach diese Traditionalisten und die wollen einfach wieder ein ATP zurückhaben. Das alte Kampfsystem von vier bis neun. Das, wo du halt gesessen bist, die ganze Party gesteuert hast, weil du auch immer regelmäßig warten musstest. Und ganz ehrlich, es spielt sich aus heutiger Sicht zart. Auch wenn es natürlich genial ist. Und jetzt spielt es sich halt flott, aber du kannst nicht mehr den Hauptcharakter steuern. Und es ist halt Action. Und ich meine, wir sind halt über 40, da haben wir teilweise nicht mehr ganz die Reflexe dafür. Oh nein! Ich rede nicht so schier. Aber das ist halt das Gute. Sie haben es dann gleichzeitig so leicht gemacht über weite Strecken. Also sie machen es dem Spiel auch so einfach, dass es selbst im schwierigeren der zwei Startschwierigkeitsgrade, also das ist der Action-Modus, relativ einfach ist, dass man nicht restlos hängen bleibt. Die greifen leicht unter die Arme. Sword of Hope hat auch einen Auto-Modus. Man muss auch nicht selbst kämpfen. Ja gut, aber ich frage jetzt, willst du das? Ja, aber zuschauen, wie es kämpft. Ja, das kenne ich auch. Aber du musst schon was tun, auch im Story-Modus. Aber nur ein Beispiel. Also wenn du einen Bosskampf hast und du stirbst da mittendrin, zum Beispiel in der dritten Phase. Die sind ja dann oft in Phasen und irgendwas passiert dann mittendrin. Und dann merkt sich das Spiel, oh, der war in der dritten Phase, wie er gestorben ist. Weißt du was, wenn du jetzt auf ein Neustarten drückst, dann fangst du einfach gleich in der dritten Phase an. Du hast aber wieder volle Energie und deine Tränke sind aufgefüllt. Oh, okay. Das ist vielleicht ein bisschen ein Exploit. Nein, das ist kein Exploit. Das ist meines Erachtens so ein, wir greifen den Leuten unter die Arme, damit sie nicht frustriert werden mit der Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber es macht es halt auch relativ einfach. Also es gibt manche Dinge einfach nicht mehr. Zum Beispiel, es ist egal, wen ich jetzt mit Feuer angreife oder ob ich Eisen nehmen sollte. Ist völlig wurscht. Du kannst mit Magie angreifen oder mit Schlägen. Es ist wurscht. Magie hat einfach eine Distanz und Feuer nicht. Und es hat halt andere Vorteile, was du mit hast, weil die Spezialfähigkeiten daran hängen, wenn du ausgerüstet hast. Aber es ist, da haben sie halt echt den Rollenspielanteil runtergeschraubt und gesagt, interessiert uns nicht, wir wollen ein schnelles, flottes Kampfsystem. Und so ist es halt. Aber jetzt, es kommt immer noch ganz durch, wie hat es dir jetzt eigentlich gefallen? Wie ist deine Meinung dazu? Also meine Meinung, und das führt jetzt zu dem Punkt, den ich jetzt als nächstes angeschnitten hätte, ist trotzdem, es fühlt sich für mich am meisten nach einem Final Fantasy an, seit Teil 10. Ah, eh? Und da, ja. Na doch, trotz allem, trotz allem. Und das liegt daran, was mich an Final Fantasy damals, ich glaube 98, als ich auf einer LAN-Party das erste Mal FF7 gespielt habe. Also kurz nach dem Krieg. Was mich damals... Ja, genau. Damals kurz. Nach welchem Krieg? Früher. Moment, das ist aber jetzt die Neuzeitrechnung, da muss man jetzt schon aufpassen. Es gibt schon Leute, die sagen, vor dem Krieg damals, und das ist keine zwei Jahre, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nein, natürlich damals, die alten Männer erzählen vom Krieg. Ja, ja, ja. Was mich so fasziniert hat auf jeden Fall, war das Storytelling. Wie das... Also das war einfach eine Art von Rollenspiel, die war eben nicht wie ein Ultima oder ein Eye of the Beholder. Du bist in einem Dungeon und wir erzählen dir vorher ein bisschen Story und dann findest du ein bisschen Story, aber im Endeffekt, du machst da schon deine Story. Und das, was dann ein Elder Scrolls zum Beispiel wirklich auszelebriert, mach dir einfach deine eigene Story. Mhm. Weil da gibt es zwar eine Story, aber die ist nicht so wichtig. Und Final Fantasy hat dagegen halt wirklich gesagt, wir wollen eine geile Story erzählen. Und der Preis dafür ist, dass wir dir deine Freiheiten wegnehmen. Du kannst, wenn du in FF7 aus Midgar rauskommst, eigentlich nur auf einem Pfad weitergehen, weil wir haben die Karte so designt, dass da überall Berge sind, wo du nicht weiter kannst. Das ist deswegen, damit du nicht lang rumrennst, sondern die Story weitererzählt bekommst. Mhm. Und das ist natürlich für manche ein Reizpunkt. Für manche in Zeiten von Open World, ich möchte meine Freiheiten haben, ich möchte mein eigenes Brot backen können, nur weil ich es gerade will. Weil es ist ja ein Rollenspiel und ich möchte dann als Bäcker durch die Lande ziehen. Für die ist das nichts. Aber für Leute, die halt mehr eine Inszenierung wollen, die eine stringente Erzählweise wollen, für die hat das funktioniert. Und das ist für mich aber ein bisschen verloren gegangen mit Final Fantasy in den letzten Jahren. Und das Spiel macht das wieder sehr viel stärker. Führt natürlich dazu, ja, es hat dazwischen so diesen Effekt, den ich als den Xenosaga-Effekt bezeichne, wo du, du machst fünf Schritte und dann kommt eine Cutscene, die gefühlt eine halbe Stunde dauert. Wo sie dir deine, du hast einen Riesendialog als Clive, danach kommt ein Meanwhile und sie zeigen dir irgendwas anderes. Und dann kriegst du noch einen Dialog mit Clive und dann denkst du, okay, jetzt ist meine Spielzeit fast vorbei, ich habe den Controller kaum in der Hand gehabt. Kommt vor. Aber es hilft dir halt, diese Story gezielt zu erzählen. Und das ist halt das Spannende für mich. Also ich sehe ja Gaming immer für mich auch immer ein bisschen als Storytelling und manchmal auch sehr offensives Storytelling. Also nicht so immersive, sondern recht offensiv. Und das funktioniert erschreckend gut. Und das hat mir total gut gefallen. Das geht sogar so weit, dass ich sage, in der zweiten Hälfte der Geschichte, wo du dann tatsächlich ein bisschen mehr Freiheiten bekommst und du sagen kannst, hey, ja, es würde jetzt da weitergehen und deine Leute brauchen dich gerade urdringend, weil die werden gerade angegriffen und du bist nur woanders hingegangen, um was zu besorgen. Oh, sieh mal, Sidequests. Und das ist halt auch wieder so. Du machst dann plötzlich Sidequests und du spielst drei Stunden und stellst fest, ich habe die Hauptstory nicht weitergespielt, weil ich habe nur irgendwelche Dinge geholt und woanders hingebracht oder irgendwelche legendären Monster gejagt. Da verliert sich die Story dann plötzlich ein bisschen. Also es ist schon dort, wo die Story stringenter erzählt wird, finde ich sie besser als da, wo es wirklich aufmacht und wo man dann den Storyfaden ein bisschen verliert. Aber das ist halt wieder eine sehr spezifische, eine spezifische Art von Gamer und eine spezifische Art von Spiel und das muss man mögen. Wenn man das nicht mag, dann hat man mit dem Spiel wahrscheinlich ein Problem. Okay. Juh. Ich habe einen Arbeitskollegen für mich, der hat zwei Wochen Urlaub genommen, dass er spielen kann. Also nicht nur deswegen. Oh ja, er zelebriert jetzt mal im Urlaub. Ja, nein, es gehört dazu. Und wie gesagt, mein bester Freund ist so einer, der hat damals, wie FF7 rauskam, der ist einmal eine Woche nicht mehr in der Schule aufgetaucht. Ja. Der ist aus seinem Zimmer zu seiner Mutter gesagt, er geht ja, er ist in den Keller gegangen und hat Playstation gespielt. Ja. Also das war einfach so, ja. Gute alte Zeit, ja. Es gibt ja die Gerüchte, das stimmt halt nicht. Das ist auch nicht ganz Final Fantasy, aber auch eine Rollenspielmarke von Square Enix mittlerweile. Die berühmte Lex Dragon Quest, dass man einen Dragon Quest nicht an einem Schultag rausbringt. Ah ja, stimmt. Weil keine Schüler mehr aufgetaucht sind. Das stimmt angeblich nicht, aber es ist trotzdem so, dass man die Spiele einfach an einem Sonntag rausbringt. Ah, okay. Also es gibt kein Gesetz, aber sie machen es halt trotzdem. Und natürlich ist es... Wobei eben, gerade Dragon Quest ist für mich immer so das Beispiel, das macht es ja wieder komplett anders. Dragon Quest entwickelt sich eben nicht weiter. Ja. Ja. Und Final Fantasy sucht sich immer neu. Und ich bin halt jetzt wirklich gespannt, wo geht Final Fantasy so als nächstes hin. Weil wir wissen ja alle, die hängen jetzt alle nicht zusammen. Das Gute an 16 ist auch, es braucht keine Fortführung. Also das Problem hatten wir ja zum Beispiel bei 15, wo die Storyline einfach nicht fertig war. Und wo man dann DLCs noch draufgeschmissen hat, um dann irgendwie die Stories stringent zu machen. Und wenn du wissen willst, was passiert ist, schau dir den Film an und die Serie. Dann verstehst du, was da rundherum passiert. Das war schon ein bisschen schwierig. Und vor allem dann am Schluss, wo es dann geheißen, jetzt bringen wir nochmal drei DLCs. Und die machen dann alles ganz klar und machen das Ende besser. Und dann kam nur einer von diesen drei DLCs, weil die haben sich dann nicht mehr gut genug verkauft. Da waren die Leute scheinbar schon ein bisschen sauer. Und das hat halt 16 nicht. 16 war eine fertige Geschichte. Diese Lektion haben sie gelernt. Okay, ich muss sagen, 15 ist bei mir komplett vorbeigegangen. Das ist ja jetzt gerade zum ersten Mal, dass das diese Probleme gehabt hat. Ja, das war einfach von der Story ein bisschen vielleicht so konstruiert. Weil man ja auf diesem Roadtrip war und einfach dieses Blackout hatte. Aber das, was im Reich von Noctis passiert ist, nachdem du weggefahren bist zum Beispiel, war eben ein Teil vom Film. Und wenn du den Film nicht gesehen hast, hast du das bisschen gewusst, was sie dir hingeschmissen haben. Und da haben sie viel nachgepatcht im Laufe der Zeit. Ich habe die Version noch immer nicht gespielt. Also ich warte jetzt noch immer darauf, dass ich jetzt irgendwann einmal Zeit habe. und 15 nochmal in der aktuellen Version spiele und mir nochmal anschaue. Aber es war ein bisschen dürftig in der Hinsicht. Und das, ja, finde ich, funktioniert jetzt einfach besser. Und für mich funktioniert es gut. Ich bin halt gespannt, wie es global funktioniert. Sie haben, glaube ich, vorher ein bisschen Angst gehabt, dass ich das Spiel nicht gut verkaufen könnte. Weil da gab es schon so Meldungen, naja, es gibt zu wenig Vorbestellungen. Aber jetzt haben sie schon die Jubelmeldungen rausgehauen, wie viel sie verkauft haben. Also hoffen wir mal, dass sie dann im Endeffekt zufrieden sind. Und dann schauen wir mal, was passiert jetzt nicht. Eher so die Stimmung, die ich so mitbekommen habe, ist, dass es super läuft. Ja, ich glaube, das Problem war schon, dass sie da einfach... Ja, es gab halt genug Spieler eben, die gesagt haben, dieses Action-Kampfsystem interessiert mich nicht, kaufe ich mir nicht. Das war schon drin. Also viele Fans, die einfach gesagt haben, das ist nicht meins. Und für mich war schon ein bisschen der Fehler, dass sie da reingeschmissen haben. Also direkt vorher in dieser Nicht-E3-Zeit haben sie ja zum Beispiel den neuen Trailer von FF7 Rebirth reingekaut. Und ich denke mal, warum zeige ich Rebirth unmittelbar vor dem Launch von 16? Das macht doch keinen Sinn. Das war wirklich ein bisschen schräg, ja. Aber ich meine, natürlich, es war der Zeitraum. Und vielleicht hat es auch ein bisschen Hype of 16 rüber gelenkt. Und man sagt dann, jetzt ist die Marke wieder in aller Munde. Aber es war ein bisschen komisch, dass sie da... Aber ja, es dürfte momentan gut funktionieren. Und ich glaube, es war auch viel diese Kritiken dabei, die halt dann gesagt haben, hey, es ist grandios und es funktioniert gut, dass sie da versucht haben, ein bisschen Angst gehabt haben. Und jetzt, glaube ich, sind sie eh schon zufrieden damit. Ja, ich glaube, Final Fantasy 16, jeder, der interessiert ist, hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen aus deinem Bericht rausziehen können, was er ihm da erwartet oder was er ihm nicht erwartet. Deswegen eine Empfehlung von dir abzugeben. Ich glaube, es wird sehr in Richtung, kommt drauf an, oder? Ja, das muss man auch ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich habe eh schon viel gesagt. Wer hätte sich ein Rollenspielerlebnis wie Skyrim erwartet, lieber nicht. Nein, tut es euch das nicht an. Wer was wirklich schön inszeniertes sehen will, eine klassische japanische Rollenspielerfahrung, in wirklich AAA von der Technik, von dem, wie die Story präsentiert wird, das könnte euer Spiel sein. Okay. Ja, alles, was ich gesehen habe bisher von den Cutscenes, hat wirklich beeindruckend ausgeschaut. Also wirklich, ja. Es gibt auch eine Demo, die zwei Stunden lang ist, glaube ich, ungefähr. Und die man auch dann weiterspielen kann, wenn es einem gefällt. Also wenn man die Demo gespielt hat, hat man schon viel gesehen, aus dem man rausschließen kann, ob einem das Spiel taugt oder nicht. Vielleicht. Mal schauen, vielleicht. Demo ist kurz mehr anzocken. Das schafft ja sogar der Humaldo bei Genres, die ihm überhaupt nicht zusagen. Der macht dann sogar ein Video draus. Ja, vielleicht auf meinem letzt wieder deutschsprachigen Let's-Play-Kanal. Genau. Okay, warst du das von Final Fantasy? Ja, du bist dran. Dann werde ich ganz kurz was erwähnen, über das ich sicher später im Jahr noch mehr reden würde. Nämlich Lies of Pi. Bloodborne ist ja ein Souls-Game von From Software. Also eines der... Es ist quasi Dark Souls nur im viktorianischen Wehrwolf und 19. Jahrhundert-Setting, das exklusiv für die PlayStation 4 rausgekommen ist. Und ziemlich kultig ist, ziemlich gut ist und leider bisher nie irgendwie neu aufgelegt worden ist und immer nur in 30 Frames per Second rennt. Also auf der PlayStation 5. Auf jeden Fall, die Fans wünschen sich schon seit acht Jahren einen Nachfolger. Aber es ist nichts angekündigt. Und jetzt hat sie eine koreanische Firma namens Round 8 Studio. Die haben sich gedacht, wenn schon Sony und From Software nichts auf die Reihe kriegen, dann machen wir das einfach. Und sie haben zum ersten Mal im Mai 2021 haben sie Lies of Pi angekündigt. Da ist der Trailer zum ersten Mal erschienen. Und jetzt die letzten paar Wochen war schon eine Demo verfügbar. Die haben sie jetzt wieder rausgenommen, weil die war wirklich nur ein paar Wochen verfügbar. Habe ich mir auch angeschaut und es gibt auch ein Video auf meinem Let's Play Kanal. Und ja, das Ganze ist wie Bloodborne. Wirklich nur halt, sogar das Setting ist ähnlich, aber es geht diesmal mehr in, wie soll ich sagen, es gibt diese Puppen- und Spielzeugmetapher. Man ist selbst ja anscheinend der Pinocchio, obwohl man überhaupt nicht ausschaut wie der Pinocchio. Man schaut eher so aus wie der Schauspieler von Dune, der Paul Arthur. Wie heißt der schon? Timothee Chalamet. Genau, der Hauptdarsteller von Lies of Pi schaut eher aus wie der Timothy. Und das Thema hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und das richtige Spiel kommt dann Ende September raus. Und da werde ich sicher weit mehr darüber reden, wann es dann da ist. Und ja, was ich jetzt wirklich gespielt habe und was ich sehr empfehlen kann und wo ich wirklich begeistert war, war eine Perle auf der Quest 2. Okay, ein VR-Titel. Ich bin ja immer auf der Suche nach Spielen, die mich begeistern, nachdem ich letztens bei der Besprechung von Legend of Zelda das neue... Tears of the Kingdom, genau. Nachdem ich mich ein bisschen underwhelmed und ich nicht mehr so recht weiß, was bereitet mir noch Freude. Ich suche immer noch Erfahrungen, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und bin über Mare gestoßen, Mare, auf der Quest 2. Wahrscheinlich auch nur deswegen, weil es gerade verbilligt war. Und ich dachte, okay, 9 Euro... Das ist eine tolle Motivation. Ich habe durchgescrollt durch den Quest-Store und dachte mir, das sind mir eigentlich alle zu teuer, diese Spiele. Weil die Quest 2-Spiele, die sind alle so kurz. Und 20 Euro für so ein kurzes Spiel ausgegeben, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe. Und dann war dieses verbilligte Mare und ich habe mir gedacht, okay, so von den Screenshots her schaut es interessant aus. Auch wurscht. Gönnen wir sich das mal. Und ich bin richtig begeistert davon. Weil es handelt sich um einen Indie-Titel von Vision Trick Media. Das sind, soweit ich weiß, Schweden. Das Ding ist schon 2021 rausgekommen. Ursprünglich, ich glaube, nur auf der Quest oder im Oculus Store. Gibt es aber auch schon auf Steam-VR. Es ist ein reines VR-Spiel. Das heißt, man braucht ein Headset. Und es läuft auf der Quest 2 nativ sehr gut. Das heißt, und worum geht es? Es ist gar nicht so einfach zu erklären. Weil es VR-typisch schon wieder einen ganz eigenen Kniff hat. Das heißt, man befehlt mehr oder weniger einen metallischen Vogel, der aus einem Drahtgerüst besteht anscheinend und in dessen inneren Energieblitz wohnt. Es ist ganz schräg. Viele der Figuren, die vorkommen im Laufe des Spiels, sind aus Metall gefertigt und haben als Herz quasi einen Blitz oder zumindest eine Energiequelle. Und ja, wie fange ich da am besten an? Im Endeffekt, man erkundet in diesem Spiel eine Landschaft, eine mysteriöse, verfallene Festung ist es eingebettet in einer Art Wüstenlandschaft und das Ganze erinnert sehr stark an die Team-IQO-Spiele. Das heißt, wenn sich ihr erinnert an den anderen... Wir haben eh schon öfters drüber geredet. Noch nicht so lange her. Aiko, Shadow of the Colossus, Last Guardian sind die drei großen Spiele, die der Fumitu Ueda bisher herausgebracht hat. Eigentlich in 20 Jahren nur drei Spiele. Aber diese drei Spiele sind alle plastisch und exklusiv und haben einen sehr hohen Kultstatus, weil sie ein bisschen was gewagt haben, weil sie halt unkonventionell sind und vor allem ganz eigene Stimmung erzeugen. Und Mare ist so ein bisschen wie eine Mischung aus diesen drei, aber natürlich im Indie-Gewand. Das heißt, man darf sich jetzt auch nicht zu viel erwarten. Es ist relativ kurz, dauert VR typisch eben so drei bis vier Stunden, hat acht Stages. Und im Endeffekt geht es darum, dass man eben mit diesem Metallvogel diese Festung, diese verfallene Rüstfestung oder ist es nur Festung? Es ist eigentlich eine kleine Stadt, die dort so vor sich hin verfällt. Man erkundet das und man trifft am Anfang des Spiels schon ein kleines Mädchen mit einem roten Kleid. Und man kann selbst als Vogel eigentlich nur Befehle geben und so Blitze verschießen und mit der Umgebung interagieren und von Wegpunkt zu Wegpunkt fliegen. Und dieses kleine Mädchen, mit dem man Freundschaft schließt, das folgt dann quer durch diese ganzen Gänge, durch dieses Festungsgemäuer. Und sie kann dann Türen öffnen und verschiedenste Hebel betätigen, das man selbst als Vogel eben nicht kann. Und es ist schwierig. Und da merke ich wieder, es ist halt VR-Spiele oft zu beschreiben, ist gar nicht leicht, weil bei den herkömmlichen Genres ist es relativ einfach weiter. Da hat sich schon etabliert, wie diese Spiele funktionieren. Aber die VR-Spiele zu beschreiben, ist echt eine Herausforderung, finde ich. Man muss es auf jeden Fall gespielt haben, um die Faszination zu verstehen. Weil dadurch, dass man immer selbst als Spieler, man ist ja als Spieler nicht der Vogel, man beobachtet den Vogel. Das ist ja wieder in den VR-Spielen so eine Eigenheit. Beobachtet man die VR-Spiele aus den Augen von jemandem oder ist es einfach eine passive Kamera? Das ist auch ganz interessant. Aber ich möchte da nicht zu sehr verraten, weil vielleicht gibt es zum Schluss noch eine große Überraschung. Ja, auf jeden Fall ist es eine Theorie, es ist angelegt wie ein Puzzle-Adventure-Spiel. Man kommt dann so von Abschnitt zu Abschnitt und es sind die Türen versperrt. Man muss dann verschiedene Aufgaben erledigen und das Mädchen durch diese teilweise labyrinthischen Gänge lotsen, damit die dann irgendwelche Gewichte betätigt, damit dort irgendwo eine Tür aufgeht und man dann weiter kann zum nächsten Wegpunkt. Später kommen dann sogar noch Gegner, die man dann evoiden muss, weil natürlich die haben es auf das Mädchen abgesehen. Das erinnert dann wirklich schon an Ico, weil bei Ico auf der Playstation 2 war ja das die Hauptaufgabe. Nur bei Ico hat man eben das Mädchen an der Hand genommen und ist als behörnter Held durch diese Festungen gelaufen, hat dann quasi das Mädchen nicht verlieren dürfen und hat sie beschützen müssen. Und das ist jetzt so ein bisschen umgekehrt. Man ist jetzt dieser Vogel, der frei herumfliegt, also relativ frei herumfliegt in dieser Festung und das Mädchen folgt einem und entscheidet dann, ob sie diese Tür öffnet oder nicht, wenn es nicht weit genug in der Nähe ist. Auf jeden Fall, stimmungmäßig hat es mich richtig weggeblasen, vor allem weil ich nichts erwartet habe, weil ich nicht gewusst habe, was das jetzt wird. Und ich habe es wirklich genossen von Anfang bis Schluss, diese drei Stunden. Es wird zum Schluss dann sogar noch relativ emotional. Man entwickelt eine Bindung zu dem kleinen Mädchen, auch wenn das ein bisschen nervig ist, weil sie dauernd irgendwie in einer Fantasiesprache die Geschehnisse kommentiert, aber leider noch ganz wenige Samples hat. Deswegen nervt es dann ein bisschen, aber das ist schon ein ganz kleiner Kritikpunkt. Es ist ein Spiel, das sich ganz schwer beschreiben lässt, vor allem, wenn man nicht empfänglich ist für diese Art von Spielen, weil ich glaube, einige, gar nicht wenige, werden eher gelangweilt davon, weil es reduziert ist, weil die Grafik zwar interessant ist, so ein stilisierter Polygon-Sell-Shading-Look irgendwie, der ständig in Bewegung ist. Das heißt, das hat ein bisschen so einen arzi-fazi-Style auch. Aber man muss auf diese Art von Spielen auf jeden Fall stehen, dass man Mare cool findet. Aber wenn man es cool findet, dann hat man da wirklich eine geile Zeit. Ja, ich habe nur festgestellt, ich habe das jetzt schon lange gelesen, wie das Ding funktioniert und jedes Mal bin ich irgendwie ein bisschen ausgestiegen. Das ist für mich irgendwie schwierig genug. Das ist ja das Schwierige. VR ist so schwer zu vermitteln, wenn man es nicht aufhat. Und das ist halt, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Und das ist ja das Problem, wo wir vorhin schon drüber geredet haben, über die Vision Pro und alles. Das klingt für uns, also ich kann mir das schon ein bisschen mehr vorstellen, weil ich relativ viel VR-Erfahrung habe inzwischen. Aber für jemanden, der da keine Erfahrung hat, ist das wirklich ganz schön kryptisch, weil in dieser Welt drinnen zu sitzen und herumschauen zu können und dann selbst herumzufliegen, ist halt wirklich ein ganz eigenes Erlebnis. Klingt so, ja. Auf jeden Fall Mare auf der, also keine Ahnung, ob es Mare heißt, wie man es ausspricht. Ich sage Mare dazu. Il Mare bist du Italienisch unterwegs. Ja genau, Mare. Ja, es hat vielleicht sogar ein bisschen so mediterranes, mediterranen Style, von dem passt es vielleicht sogar. Weil Mare wäre dann wieder das Pferd, das passt ja auch nicht wirklich. Das passt nicht wirklich. Ich meine, es kommen zwar später dann Pferde vor, aber nicht tragend genug, um der Titelgebend zu sein. Schauen wir mal. Die große Hoffnung ist, dass es ja vielleicht, wie alles andere ist, wenn einmal auf die Playstation VR übersetzt wird, also portiert wird, aber zurzeit wäre ich selbst schon ein bisschen pessimistisch, was die PS VR 2 angeht, weil wirklich sich gar nichts tut. Also wenn da im Herbst irgendeine Offensive kommt von Sony, dann haben sie das Ding wirklich abgeschrieben. Oh ja, schauen wir mal. Jetzt über den Sommer macht es ja nicht für Sinn, VR-Spiele groß zu promoten, wenn es heiß ist. Schauen wir mal. Nein, ich glaube jetzt gerade will man das noch weniger spielen als sonst. Ja, ja. Aber gut. Das war eben mein Überraschungs-Indie-Hit auf der Quest 2. Sehr gut. Ja. Was ist das, was du da noch hast? Sagt mir auch wieder gar nichts. Oder sollt ihr das kennen? Oder haben wir darüber geredet? Nein, wir haben bis jetzt nicht darüber geredet. Ich halte es da auch ein bisschen kürzer, weil ich bin erst mitten im Spielen. Und zwar geht es um Master Detective Archive's Rain Code. Rain Code, also nicht Code. Ja, nicht Code, nicht der Ringmantel, sondern der Code. Ist ein Spiel für die Switch und ist von den Machern von Danganronpa, falls das irgendwer soll. Was? Nie gehört? Was? Danganronpa? Nie gehört? Nein, jetzt gerade nicht. Okay. Naja, Danganronpa gehört ja zu den bekannteren Visual-Novel-artigen Spielen. Und genau dort müsste man Master Detective Archives auch wieder einsortieren. Also es ist zwar von einem neuen Team, aber anders. Es ist ein neues Studio, aber da sind sehr viele Macher von damals drin. Also so rum eigentlich. Und die machen im Endeffekt eine recht ähnliche Gameplay-Art und Weise heraus. In dem Spiel spielt man Yuma Cocoa Head. Ein Mann, also ein Junge eigentlich, der erwacht und keine Erinnerungen mehr hat. Oh, ganz eine neue Idee. Ich habe schon darauf gewartet, dass endlich mal jemand diese Idee aufgreift und umsetzt. Amnesie ist großartig. Amnesie ist großartig. Ja, er kommt dann nur darauf, er muss in einen Zug einsteigen, den steigt er auch ein. Und dort trifft er mehrere Meisterdetektive, die zu einer Meisterdetektiv-Organisation dazugehören. Und stellt halt recht schnell fest, dass sie einer zu viel sind. Also es sollten laut allen Informationen nur fünf Meisterdetektive drin sein, sie sind aber zu sechst. Und bevor er das irgendwie aufklären kann, wird ihm ziemlich schwummerig, er verliert das Bewusstsein. Und dann kommt da drauf, warum er sich nicht mehr erinnern kann. Er hat nämlich den Bund eingegangen mit einem Dämon. Eigentlich mit einem Totengott, mit Shimikami. Und dafür musste er, für den Vertrag musste er seine Erinnerungen opfern. Das ist aber noch gar nicht das Schlimmste, dass er diesen Totengott jetzt neben sich her schweben sieht. Das ist so eine komische, pinke Kugel. Sondern das wirklich Schlimme ist, dass er dann rauskommt und feststellt, alle anderen in dem Zug sind tot. Okay. Also es waren nur die Detektive an Bord. Sie wissen, dass der Zug nie stehen bleibt. Er war zwei Stunden weg. Aber im Endeffekt sind da jetzt lauter verbrannte Leichen. Ich fühle mich schon mal sehr, als wäre Detektivarbeit gefordert. Genau, da wird Detektivarbeit gefordert. Und das Spannende ist eben, ich habe schon vorher gesagt, vieles davon ist Visual Novel. Also man muss wirklich viel, 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 viel lesen. Man rennt auch durch diese ganzen Locations, kann sich die anschauen, kann auch Beweise sammeln. Aber es gibt dann diesen Punkt, wo man wirklich versucht, das Geheimnis aufzulösen. Das funktioniert in so einem mysteriösen Labyrinth, den euch Shin Megami da eröffnet. Und das Spannende ist, dieses funktioniert dann ein bisschen wie ein Abenteuer-Parcours. Also man rennt durch dieses Labyrinth durch, das passt sich auch an an den Fall. Und dazwischen tauchen dann Monster auf, die muss man dann mit Logik bekämpfen. Also die bewerfen euch mit verschiedenen Aussagen zu dem Fall. Und manchen kann man einfach nur ausweichen, man muss schauen, dass man nicht getroffen wird. Aber wenn dann eine wirkliche Aussage kommt, die falsch ist, dann muss man diese Aussage in so ein Schwert laden und draufhauen. Dann ist diese Aussage weg. Das klingt ja sehr weird. Es ist total weird. Also man muss halt die richtige Aussage nehmen und draufhauen. Es gibt dann auch so Stellen, wo man sich entscheiden muss, welche Abzweigung man nimmt. Je nachdem, was man jetzt glaubt, wie der Fall weitergeht. Es gibt dann auch so Minigames, wo man sich sehr schnell entscheiden muss. Zwischenentscheidungen, also zum Beispiel im ersten Dungeon gibt es so eine Lohrenfahrt. Und da muss man dann sagen, welche Aussage stimmt jetzt? Eins, zwei oder drei? Du hast aber nur drei Sekunden, um dich zu entscheiden. Das heißt, man sollte seine Fakten schon gut im Kopf haben, damit diese Geschichte weitergeht. Ja, und das ist eigentlich schon das Grund-Gameplay von diesem ganzen Spiel. Das bekriegt dann natürlich noch ein viel größeres Mysterium. Ja, und macht tatsächlich, obwohl es ein paar Shortcomings hat. Also da muss man schon ganz ehrlich sagen, es macht Spaß. Es ist einfach ganz witzig. Was ein bisschen irritierend ist, wenn man nicht ganz so Japanophil ist, ist die Darstellung von diesem Totengott, den man da mit hat. Weil im Labyrinth wird die dann schon ein ziemlich üppiges Mädel. Und die wirft sich ziemlich an diesen kleinen Detektiv ran. Also da denkt man sich manchmal schon so, wo hast du jetzt deine Brüste hingesteckt? Und so. Die sind Japaner. Es ist wirklich, in der Hinsicht ist es dann extrem japanisch. Also da muss man dann rein und durch, wenn man dieses Spiel spielen will. Aber auch schon vorher. Die Innuendos fliegen da manchmal ganz schön tief. Das muss man halt mögen. Oder man mag es nicht, dann wird man damit nicht so viel anfangen können. Es ist natürlich, ja, es ist Gameplay-technisch nicht überragend. Das Gameplay ist relativ simpel. Es ist, die Story erlebt man halt einmal und dann wird man sie nicht mehr erleben können, weil man einfach die Story schon kennt. Es sind auch die Fälle teilweise so, dass man es ganz gut durchschaut, ohne dass man jetzt lange in ein Labyrinth reinrennt. Aber trotzdem, es ist gut geschrieben. Es sind nette Charaktere, auch wenn man damit rechnen muss, dass sie teilweise sehr schnell draufgehen. Und ja, macht Spaß. Es ist eine nette Abwechslung auf der Switch. Schauen wir mal, ob es dann noch auf andere Plattformen auch kommt. Aber es ist mal was ganz anderes und was ziemlich Verrücktes. Vom Gameplay? Ist es jetzt ein Visual Novel, wo man sie durch Texte klickt oder tut man es selbst herumlaufen? Es ist eben beides. Du hast diese sehr starken Textsequenzen, wo du sehr viel redest, aber du rennst trotzdem dabei durch Locations. Aber du darfst jetzt nicht viel erwarten, dass jetzt viel Action passiert in diesem Bereich. Also du kannst schon Third Person durchgehen, aber vieles davon ist reden und du musst halt auch wirklich erwarten, dass du viel liest oder auch zuhörst natürlich, weil es ist eh vertont. Und dann gibt es halt diese bisschen actionhafteren Sequenzen, gerade in den Labyrinthen, wo man halt dann eben mal Aussagen ausweichen muss. Also es ist actionlastiger, als es zum Beispiel ein Ace Attorney ist. Ace Attorney war halt immer viel geradliniger, viel viel stärker im Visual Novel Genre drin, das ist ein bisschen weiter rausgenommen und hat ein bisschen mehr Abwechslung. Wobei man eben auch sagen muss, ja, auch diese Abwechslung wird halt irgendwann ein bisschen langweilig, weil es halt immer dasselbe ist. Aber es macht schon Spaß bis jetzt. Also wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht durch durch das Spiel, aber momentan macht es mir noch Spaß und ich spiele eigentlich ganz gern weiter. Master Detective Archives Raincoat. Das klingt als wäre es eine Serie, oder ist das jetzt das erste? Es ist momentan mal das erste Spiel. Ich habe keine Ahnung, ob da noch mehr kommen soll, wäre aber nicht auszuschließen natürlich. Ja, bei Master Detective Archives Doppelpunkt Raincoat. Klingt als würde da noch was kommen. Es liegt daran, dass man in einer Stadt ist, in der es ständig regnet. Auch das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues. Okay, cool. Gut. Dann kommen wir zum letzten Titel. Du hast noch was wirklich Altes. Game-Titel. Ja, was Altes. Wieder mal Resident Evil. Ich spiele ja auf Twitch schon seit längerem. Seit ich mit den Souls-Spielen auf Twitch fertig bin, habe ich mit den Resident Evil-Spielen zugewandt und bin jetzt nach eins, zwei und drei bei Code Veronica angelangt. Das ist tatsächlich das einzige klassische Resi, das ich nicht gespielt habe bis heute. Ja, und da bist du nicht alleine, weil dieses Teil ist ein bisschen ein schwarzes Schaf. Okay, ein bisschen zur Geschichte. Also, Resident Evil 2 war damals ein Riesenerfolg, nachdem der erste schon ein super Erfolg war 1998, nachdem Resi 2 herausgekommen ist, hat dann Shinji Mikami und sein Team versucht, Resi 2 auf den Sega Saturn zu porten. Und das ist aber dann irgendwie fehlgeschlagen, also der Saturn hat das nicht so ganz drauf gehabt, oder zumindest den direkten Port nicht, und dann haben sie eben beschlossen, okay, bauen wir einfach ein neues Spiel draus. Und dadurch, dass Resident Evil 2 damals richtig eine große Marke war, haben sie sowieso sogar gleich mehrere Projekte parallel gestartet. Das heißt, Code Veronica und Resident Evil 3 sind eigentlich parallel entwickelt worden. Und eigentlich hätte Code Veronica eigentlich das eigentliche Resident Evil 3 werden sollen. Nur war eben Code Veronica Sega exklusiv am Anfang und hätte dann für die Dreamcast kommen sollen. Und leider... Ist es da auch, oder? Ja, am Anfang nur für die Dreamcast, dadurch, dass die Dreamcast ein Misserfolg war, also kommerziell natürlich, haben sie es dann kurz darauf dann auch auf Playstation 2 und Gamecube geportet. Also Code Veronica. Auf jeden Fall, 1999 ist dann schon Resident Evil 3 rausgekommen und 2000 ist dann Code Veronica rausgekommen auf der Dreamcast. Und Sony hat die Rechte daran gehabt, dass sie die Main Resident Evil Titel rausbringen mit der Nummerierung. Das heißt, Sony auf der Playstation hat Resident Evil 1, 2 und 3. Das haben sie die Vorbehalte gehabt. Hier ist eigentlich aus dem Hauptteil... Also Code Veronica wäre eigentlich Resident Evil 3 geworden und das andere Projekt wäre ein Spin-Off geworden. Würde ja auch Sinn machen eigentlich. Es ist komplett umgedreht worden und das Spin-Off, das eigentlich viel uninteressanterer Spiel ist Resident Evil 3 geworden und das Hauptspiel ist zu Code Veronica geworden. Und sie haben dann auch dadurch, dass sie kommerziell viel mehr Hoffnung gehabt haben in Resident Evil 3 natürlich, weil es auf der Playstation rausgekommen ist und der Haupttitel natürlich viel mehr erfolgsversprechend ist, haben sie dann auch in der Entwicklung die ganzen Ressourcen auf Resident Evil 3 gesteckt und Code Veronica ist dann eigentlich nur so ein bisschen nebenbei entwickelt worden. Und ja, weil sie haben wahrscheinlich auch schon ein bisschen geahnt, dass der Dreamcast fehlschlägt. Gilt aber trotzdem als das bessere Spiel im Endeffekt. Genau, genau. Code Veronica ist eigentlich das, unter Anführungszeichen, bessere Resident Evil 3. Aber storymäßig, ich spiele sie jetzt gerade wieder, also es ist storymäßig so hane Bücher und das ist auch richtig geil. Also ich liebe ja die klassischen Resident Evil für die komplett dämliche Story und die B-Movie-Haftigkeit und das toppt Code Veronica natürlich komplett. Also es sind wirklich teilweise Szenen dabei, die sind so lustig einfach nur, weil sie einfach so cheesy inszeniert sind. Und das, was Code Veronica eben zum ersten Mal gemacht hat in der Ressi-Serie ist Echtzeitumgebung. Das heißt, du hast zwar fixe Kameraperspektiven, aber die Kamera bewegt sich herum. So wie schon bei Dino Crisis, falls du diese Serie noch überkennst. Also du hast Panzersteuerung, du gehst durch fixe Räume durch, aber die Kamera folgt dir oder dreht sich ganz leicht. Und deswegen hat das Ganze schon ein bisschen einen aktiveren Flair als die klassischen Resident Evils, wo doch die Kameras fix montiert gewesen sind und die Hintergründe vorgerendert sind. Es ist gameplaymäßig, da geht es keine Experimente ein. Es ist eigentlich ganz klassisches Resident Evil. Es ist halt nur ziemlich gestreckt auf ziemlich viele Locations und hat einen riesengroßen Umfang. Das heißt, das Ding ist echt nicht kurz. Und das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler für ein 20 Jahre altes Spiel, aber man denkt sich mittendrin, man hat es jetzt durchgespielt und dann kommt im Original die Mitteilung, legen sie die 2 ein. Und dann kommt auch, das war jetzt die Mitte des Spiels. Das heißt, es hat wirklich einen riesen Umfang verglichen mit Ressi 1 und 2. Ja, aber dafür kann man es nur einmal spielen. Also es ist jetzt nicht so mit den zwei Pfaden. Soweit ich weiß, hat es keine mehreren Handlungsstränge wie nur bei Resident Evil 2. Oder es hat mehrere Charaktere, die man hintereinander spielen kann wie bei Resident Evil 1. Ja, also es ist da sehr geraten. Kannst du bei 2 auch hintereinander spielen. Ja, aber Resident Evil 2 hat eben vier parallele Durchläufe, die sich leicht unterscheiden. Das heißt eben bei Code Veronica ist einfach sehr stringent immer das gleiche Spiel. und es hat ziemlich viele Rätsel und generell, generell wirkt es lockerer als die anderen Resident Evil. Das muss man schon sagen, man merkt schon, dass es so ein bisschen am Nebengleis entwickelt worden ist. Es ist teilweise, ich muss ja sagen, gameplaymäßig auch nicht hundertprozentig ausgereift. Ich glaube, es ist dieses Resident Evil, wo man am ehesten in Sackgassen läuft, weil man out of money ist, also out of ammo. Man muss wirklich extrem aufpassen, dass man nicht zu viel Munition verschwendet. Sonst kann man einfach einen alten Spielstand laden und nochmal alles neu spielen. Da gibt es genau in der Mitte vom Spiel eine berüchtigte Szene. Wenn man da mit ein bisschen zu wenig Munition reinkommt, dann ist es ein Point of no return und man hat versagt. Es gibt ein paar sehr seltsame Rätsel, wie zum Beispiel auf Deutsch habe ich mich letzte Woche gerade geärgert. Es gibt ein Rätsel, wo man sechs Gemälde richtig sortieren muss aufgrund einer Beschreibung und ich finde, die Beschreibung macht keinen Sinn. Ich kann mir nur so erklären, dass die deutsche Übersetzung von der Beschreibung die wichtigen Punkte einfach nicht falsch übersetzt hat oder nicht übersetzt hat, weil auch, nachdem ich dann im Internet die Lösung der richtigen Reihenfolge nachgeschaut habe, finde ich immer noch, das macht keinen Sinn. Okay. Es wäre mir interessant, die Original, das mal auf Englisch zu spielen, diese Szene und schauen, ob es auf Englisch mehr Sinn macht. Das ist immer die Frage, ja. Ja, also es wirkt teilweise schon ein bisschen unausgereift, also als hätte es vielleicht doch noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit vertragen, aber ja, es ist ein 2000er-Spiel, das heißt, damals waren die Zeiten noch ein bisschen härter für Videospieler. Das heißt sicher auch, ja. Ganz kurz die Geschichte abgerissen, die Claire Redfield sucht danach Resident Evil 2 immer noch nach ihrem Bruder, nach Chris Redfield und ist noch zu Umbrella Frankreich gereist, zur Zentrale dort in Frankreich und wird dort gefangen genommen, nachdem sie eingebrochen ist und auf Rockford Island gesteckt, das ist eine Gefängnisinsel, die natürlich von Umbrella betrieben wird und ja, dort bricht sie dann aus und schlagt sie mit dem Ashford-Familien-Clan herum, der dort quasi diese ganze Insel beherrscht schon seit Generationen und mehr oder weniger ganz tief in Umbrella drinnen steckt. Code Veronica ist auch der Teil, wo der Albert Wesker plötzlich wieder auftaucht, der ja im ersten Teil gestorben ist anscheinend. Genau, also im zweiten und dritten Teil ist der Wesker ja quasi nicht mehr dabei und dann plötzlich in Code Veronica taucht er wieder auf und hat Augmented-Fähigkeiten und wird eigentlich dann auch in späteren Spielen eigentlich immer so als Bösewicht dargestellt. Also von dem her ist Code Veronica auch wichtig für die Resident Evils, weil da der Wesker wiederbelebt wird. Ja, als Sidekick ist diesmal der Steve dabei, der Steve Burnside heißt der Typ, das ist einer der schlimmsten Charaktere, also Nebencharaktere aller Resident Evil-Zeiten, das ist einfach ein voll idiotier Typ, einfach nur ein richtiger Pseudo-Macho, was auch immer. Ach, und da merkt man wieder diese cheesigen Geschichten. Also es sind natürlich, ich glaube, japanische Spielgeschichten, Autoren sind im Schnitt zwischen 14 und 17, wenn sie ein Skript angeben für das Videospiel, weil es muss sich natürlich jede weibliche Spielfigur, muss sich in den männlichen Sidekick verlieben, egal was das für ein Idiot ist. Also das ist wirklich so, das tut teilweise schon richtig weh, aber andererseits ist dieser Cheese-Faktor auch richtig unterhaltsam. Ja, gehört mir fast beim modernen Spielen ein bisschen an, die werden immer ernster. Und diese B-Movie-Cheesigkeit von diesen alten Resident Evils, die ist richtig schön. Ja, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe es eh damals einmal durchgespielt, gerade vor so langer Zeit, dass inzwischen jegliche Erinnerung verflossen ist, deswegen wirkt es für mich eigentlich wie ein neues Resident Evil, weil ich einfach schon alles vergessen habe. Das ist immer schön, wenn man so noch alle 10, 15 Jahre ein Spiel spielt, wirkt es wieder neu, weil man das Wichtigste, weil man das Meiste vergessen hat. Oder merkst du das Spiel über lange Zeit? Wann ist bei dir so der Punkt, wo du vergisst? Es kommt echt darauf an. Also ich muss sagen, das ist eine schwierige Sache. Es gibt Spiele, da weiß ich die Beats sehr genau. Sag mal so, du hast es nur einmal durchgespielt. Wie lange erinnerst du dich dann an alles? Na wirklich an alles gar nicht lang. An die wichtigen Beats relativ lang. Also so meine Erfahrung ist, wenn ich es nach 10 Jahren wieder spiele, dann stelle ich fest, ja, ich weiß noch, wo es hinführt, ich weiß über welche Stationen es geht, aber ich habe keine Ahnung mehr, was der Weg war in der Richtung. Dann liegt es also nicht nur an mir. Nein, also definitiv. Also wenn du mich jetzt nach Resident Evil 1 und 2 fragst, würde ich dir wahrscheinlich auch sagen, ja... Okay, das ist ja schon 20 Jahre her. Ja, wobei ich habe die alle relativ gleichzeitig gespielt, weil ich habe die alle erst in der Gamecube-Fassung gespielt. Und insofern, ja, er ist auch 20 Jahre her, stimmt schon. Aber auch da würde ich sagen, ich könnte mich wahrscheinlich weit genug erinnern, dass ich dir sagen kann, worum es geht und was so ungefähr passiert. Und bei manchen Stellen mir einfach denke, ja, so war das. Aber im Detail keine Chance. Ja, okay. Okay, gut, weil im Stream ist ein großer Code Veronica-Fan aufgetaucht und hat halt dann mir tatkräftig geholfen und mich unterstützt. Und er war dann kurz einmal schockiert, weil ich überhaupt nichts mehr gewusst habe. Er hat so, was, das kannst du nicht erinnern? Wie kannst du das alles vergessen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe es nur einmal gespürt. Ja, aber das kannst du doch nicht vergessen, das ist so gut. Ich habe gesagt, ja, okay, darum möchte ich nochmal hoffen. Manche Highlights bleiben einem einfach. Ja, also gewisse Schlüsselsequenzen habe ich mich erinnert, aber das ist sicher nicht mehr als 10% bisher immer, also... So, lass es 20%. Der Rest waren die Räume, Abläufe, Gegenstände, Lösungswege, war völlig neu. Schön, so kann ich immer wieder alles neu genießen. Ja, wir sind durch mit den Spielen. Das heißt, wir rauschen jetzt weiter in den restlichen Medienteilen. Da hat sich einiges auf unserer Liste angefertigt und ich werde gleich an dich übergeben. Du hast ja was fertig geschaut, das du letztens begonnen hast und wo ich, das mich sehr amüsiert hat. Ja, welches... Okay, was ich amüsiert hat, okay, der weiß schon. Ja, also das ist jetzt der Block, wo ich sage, nur ganz kurz, ich habe mir die Schmigadun jetzt beide Staffeln fertig angeschaut. Ich finde es immer noch so lustig. Die zweite Staffel von Schmigago hat mir tatsächlich wesentlich besser gefallen. Ich finde ja schön, dass du so amüsiert bist. Ja, Rika, letzte Woche, letztes Mal hast du dir erklärt, um was es geht. Sag es mal ganz kurz, weil es einfach so gut findet. Es sind Musical-TV-Serien, wo man einen gewissen Musical-Stil parodiert. Die erste Staffel sind vor allem die Musical-Filme der 40er und 50er. Die zweite Staffel, da ist man dann schon in den 60er und 70er von den Musicalen her. Und das heißt, da kenne ich mich wesentlich besser aus, weil Schmigago, kann man sich schon ausrechnen, da kommt Chicago vor, kommt sehr viel Herr vor, kommt Pippin vor. Ja, aber es geht um ein Pärchen, das in diese Musical-Welt hinein stolpert und die Darsteller dort checken oft gar nicht, dass sie in einem Musical drin sind. Also das ist ein bisschen der Schmäh dran. Also die singen dort und merken nicht, dass sie gerade singen und tanzen. Genau, ja. Im Normalfall wissen sie es nicht. Wenn du sie darauf ansprichst, sagen sie, sie singen nicht, sie tanzen nicht, das passt schon. Und das Lustige ist halt auch, dass das Pärchen sehr unterschiedlich damit umgeht. Also in der ersten Staffel ist die Dynamik so, dass sie das eigentlich total liebt und er sagt, er kann mit Musicals gar nichts anfangen. Gottes Willen, die singen alle, lass uns einfach wegrennen. Und in der zweiten Staffel dreht sich das lustigerweise ein bisschen, weil sie halt sagt, sie kann mit den 60ern und 70ern nichts anfangen. Da sind die Musicals so böse und düster. Und er singt dafür plötzlich viel mehr. Er geht da total auf in diesen Geschichten. Aber es ist trotzdem, es ist eine unglaublich schräge Kombo. Also man sieht auch in der zweiten Staffel, wie unterschiedlich die Musicals in der Zeit waren. Eben, du hast ein Heer drin, du hast Pippin sehr viel drin. Das habe ich selber vor 22 Jahren gespielt. Also das liebe ich halt heiß und da ist extrem viel drin. Es ist Godspell drin, was ich erst vor zwei Jahren gespielt habe. Also vor einem Jahr, eigentlich habe ich es vor einem Jahr das letzte Mal gespielt. Und es geht aber dann so weit, dass auch Sweeney Todd extrem drin ist. Also auch das ist ja so alt und Sweeney Todd kennt man vielleicht von der Verfilmung. Und das ist dann schon eine ganz, ganz schräge Kombo, dass diese Serie irgendwie zusammenhält, wenn du so unterschiedliche Stile zusammenschmeißt. Und es funktioniert trotzdem. Ich weiß jetzt nicht, ob ich letztens schon gefragt habe, aber kann man das auch anschauen, wenn man von dem allem keine Ahnung hat? Und ist es dann auch interessant von der Handlung her? Oder muss man schon sehr mit Musical-Mindset reingehen? Also ganz ehrlich, es geht. Ich würde sagen, es macht auch Spaß, wenn du dich nicht so auskennst. Natürlich, du checkst halt die Anspielungen nicht. Die parodieren halt zum Beispiel sehr direkt einzelne Nummern aus klassischen Musicals, wo du halt weißt, ah, Moment, den Vamp kenne ich, was der da spielt. Das ist die Nummer, er ist ja vollkommen wurscht, er ist nicht wichtig. Aber die Handlung an sich funktioniert, es ist halt wirklich völlig over-the-top crazy. Das muss man halt akzeptieren. Und wie gesagt, ganz egal eigentlich, wenn man Musical nicht mag, dann kann man sich darüber lustig machen, wie sehr es halt diese Form parodiert. Und wenn man Musical mag, dann ist es halt noch lustiger, wenn die Anspielungen versteht. Aber die Handlung trägt er ohne Musical-Leidenschaft? Ja, ohne Musical-Leidenschaft, ja, aber natürlich, es ist vorhin mal eine Verarsche und ein Send-Up von diesem ganzen Genre. Aber so liebenswert, dass es auch für einen Fan funktioniert. Für Plattform? Apple TV. Apple TV, wie immer, wie immer. Alles Apple TV. Ich habe dieses Mal sogar Ausnahmen. Also ich habe dieses Mal tatsächlich nicht nur Apple TV geschaut. Cool, Schmigadun, Schmikago, ist schon dritte Staffel angekündigt? Nein, noch immer nicht, lustigerweise. Schmix, Schmets. Wir überlegen die ganze Zeit. Wir haben schon angefangen, Ideen herumzuwerfen. Wir überlegen, ob es Schmimiserabel wird. Schmimiserabel. Oder Lesch-Miserabel. Das ist mein Job, Schmimiserabel. Oder The Phantom of the Shmoppera. Ich habe keine Ahnung. Aber rein von der Ära, jetzt müssten es in die 80er gehen. Das heißt, wir sind in der British Invasion. Da wären dann Phantom und Les Mis und diese ganzen Sachen drin. Mal schauen, was da wirklich kommt. Ich weiß es noch nicht. Die nächste Serie auf deiner Kurzliste, die ist jetzt vor kurzem fertig geworden. Und ich werde es schauen, sobald ich mit meiner aktuellen Serie fertig bin. Deswegen vielleicht auch nicht zu viel spoilern. Der Silo ist fertig. Sag nur, sag nur. Der Silo ist fertig, ja. Zahlt sich aus, gut. Alles super. Zahlt sich aus, wenn man dystopische Geschichten mag. Und die zweite Staffel ist jetzt bestätigt. Ist bestätigt, ja. Also du hast ja letztens schon gesagt, diese Staffel, wo plötzlich die Menschen in einem Silo aufwachen und ganz mystisch ist. Oder leben, 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 leben in einem Silo. Sie leben schon ewig in einem Silo und wissen eigentlich nichts wirklich über das Vorher. Es ist auch streng verboten, irgendwas aus der Vergangenheit zu haben. Also so Sachen wie Festplatten oder Kammkorder. Und ja, es geht halt dann um ein Mysterium da drin und um das Mysterium, warum sie hier sind und was eigentlich passiert mit den Leuten, die sagen, sie wollen den Silo verlassen, weil das wird genehmigt. Das ist so eine, da muss man dann hinausgehen, wird man dann zum Putzen hinausgeschickt. Aber man kommt in der Regel nicht mehr zurück. Nein, noch ärgerlich gehen eigentlich raus. Meistens putzen sie noch die Kamera, damit man draußen sieht, wie das alles öd ausschaut. Und dann kippen sie um und sind tot. Ja, cool. Weil ich bin mir sicher, bis zum nächsten Medienformat werde ich es durchhaben. Ja, es sind ja auch nur zehn Folgen. Und auch da wieder Apple TV. Ja, ja, ja. Genau, also das steht auf meine Liste. Und da können wir ja letztens das nächste Mal drüber unterhalten, wie es mir so gefallen hat. Ja, aber ich habe bis jetzt fast nur Gutes drüber gehört. Nein, wie gesagt, die erste Folge finde ich ein bisschen atypisch. Da muss man ein bisschen durch, weil man halt auch die Hauptfigur eigentlich erst ganz am Schluss von der ersten Folge trifft, um die es wirklich geht. Ab der zweiten Folge hat es mich dann gehabt. Also vielleicht, wenn die erste nicht so gut bei euch ankommt, schaut sich die zweite noch an. Und dann kann man schon relativ gut ein Urteil fällen, ob es einem gefällt oder nicht. Also das Silo auf Apple TV Plus. Apple TV. Ja, Apple TV, wie auch immer das Ding gerade heißt. Ich habe endlich mir PK Staffel 3 angeschaut. Ich bin ein bisschen late to the party und ich war eigentlich sehr, sehr angetan dafür. Ich glaube, du hast ja schon vor einem längeren davor erzählt. Ja, vor ein, zwei Ausgaben, glaube ich, habe ich davon geredet. Genau, und mir hat es mir sehr gut gefallen und alles, was du gesagt hast, du hast zugetroffen. Sie haben sich relativ abgenabelt von den ersten Staffeln, haben eigentlich wirklich nur mehr ganz wenig dafür übernommen und haben wirklich auch, okay, so die letzte Staffel Star Trek Next Generation haben es rausgebracht. Es ist teilweise wirklich, ja, man könnte es begritteln, dass sie mit Zwang wirklich die ganze Crew wieder zusammen geschafft haben, aber das passt schon. Das hat schon sehr, sehr gepasst. Was ich richtig cool gefunden habe war, das Format, so die erste Hälfte der Staffel ist so, wir sind in einer ausweglosen Situation und wir müssen irgendwelche ganz schrägen technischen Sachen umbauen auf unserer Enterprise, damit wir dann doch noch es irgendwie schaffen. So das Übliche, halt, diese übliche Star Trek-Geschichte, also irgendwelche, wir müssen einen Warpkern in heißem Wasser auflösen und dann einen Esslöffel Zucker rein und dann wird das heilblauer und dann, wusch, wir haben es geschafft. Juchu! Aber die Schilde halten nur noch auf 30%. Nein, dann auch einen Schuss Schnaps in die Lösung. Wurscht. Und die zweite Hälfte war halt dann... Das sind seltsame Vorstellungen. Danke. Ja, nein, und die zweite Hälfte der Staffel war halt dann die übliche, wir müssen die ganze Bedrohung quasi bekämpfen, wir sind die letzte Chance, um diese große Verschwörung zu hintergehen. Richtig cool, richtig cool. Also die erste sowie die zweite Hälfte. Sie brauchen ja auch eine Weile, bis sie die alte Crew wieder zusammen haben. Ja, ja, ja. Ich meine, so in der ersten Hälfte war es ja wirklich fast nur, wir kommen uns aus dieser misslichen Lage, wo sie halt da gefangen sind, wieder raus, mehr oder weniger. Aber ja, war wirklich sehr, sehr, sehr klassisches Star Trek und ich glaube, so hat halt jeden, oder die meisten von den ersten zwei Staffeln enttäuscht worden, wieder ein bisschen... Wenn man die Nostalgie für TNG mitbringt, weil ich glaube, sonst schaut man sich PK auch nicht an. PK schauen wir sich nicht an, warum man TNG nicht gut gefunden hat. Ja, wobei ja jetzt im Raum steht, dass sie ja potenziell wirklich eine Legacy-Serie machen. Mit der Schauspielung? Naja, also die Diskussion ist, dass man quasi das Ende nimmt, jetzt eine Geschichte fortführt vom Ende weg, also ich meine, die Möglichkeit gibt es ja, und dass dann diese ganzen wirklichen alten Hasen dann so für Guest-Stars zur Verfügung stehen könnten. Okay, okay. Also das wäre ja die Möglichkeit, also quasi, man könnte ja wirklich am Schluss, wir haben ja dann am Schluss ein großes Schiff mit einem großen Namen, wo... Ja, aber ich habe den Schluss schon gut gefunden, also es geht, also Spoiler, von der Hauptcrew stirbt niemand, es werden zum Schluss dann alle vereint, also es gibt ein Happy End nach der Staffel, man könnte das wirklich gut ausgelassen. PK-Staffel 3, Schlussstrich und lass jetzt bitte diese Schauspieler in Würde ihren Lebensabend verbringen, jetzt reicht es eigentlich. Ja, also, aber man wäre ja, also rein logisch, es wäre jetzt eine Figur logisch, dass man die weiterzieht, eigentlich wirklich als Captain, einfach vom Schlussstand her, aber alle anderen wären ja dann nur noch irgendwie für einen Gastauftritt zu haben, also es wäre ja dann gar nicht mehr notwendig. Es gibt ja Gerüchte, also wie gesagt, es halten sich Gerüchte, dass sie das unbedingt machen wollen, der Showrunner würde es gerne machen, momentan dürfen sie natürlich gar nicht dran schreiben, aber es gibt schon Gerüchte, sie haben ja jetzt Star Trek Prodigy abgedreht, das war ja diese animierte Serie eher für so Richtung Kinder, wo ja Jane eine gewisse Rolle gespielt hat und da gab es schon Gerüchte, dass sie damit das Budget vielleicht freischaufeln für Legends ist, ich glaube es zwar nicht, aber also mal schauen. Ja, nein, ich bin jetzt da bei Star Trek eh hoffnungslos hinten an, weil du ja eh, also du hast das eh in deinen News drin, Stranger Worlds, Season 2 hast du angefangen. Ja, also da habe ich die ersten drei Folgen gesehen davon, also das wird natürlich dann später mal ein größeres Thema werden. Schaust du das auf dem Paramount Blasting? Ja, ich habe den Vorteil, wir haben Sky zu Hause, wir haben wirklich noch am Sat-Receiver Sky und das heißt, Paramount ist dabei, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich nicht geholt, aber so kann ich es mir wirklich legal anschauen. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, nur wegen Stranger Worlds diesen Apo-Service zu abonnieren. Ja, ist jedes Problem, also es ist ja nicht so viel drauf auf Paramount, es gibt natürlich ein paar Sachen, lustigerweise ein paar Alleinstellungsmerkmale haben sie jetzt verloren, weil zum Beispiel auf Paramount kann man sich auch Indie anschauen, kann man sich auch auf Disney anschauen, also Top Gun, glaube ich, ist der große Seller. Vielleicht warte ich, bis Staffel 2 vorbei ist und vielleicht schaue ich mir dann, gönn ich es mir dann für einen Monat oder so. Es ist natürlich, wenn du, du könntest dir auch, hättest dir auch Picard dort anschauen können, also Picard war dann auf beiden schon. Ich glaube, ich habe kostenlos auf Prime. Ja, wenn wir Prime sind. Oder was auf was? Prime, ja, es war Prime. Das war Prime, ja. Es ist ein bisschen verwirrend mit Star Trek, aber nur eigentlich ist Paramount halt diese große Ansprechbasis, wo eigentlich alles drauf sein sollte, wobei es eben jetzt auch nicht stimmt, weil bei Prodigy gehen sie tatsächlich wieder so weit, dass sie die Serie danach rausschmeißen. Also die ist jetzt abgesetzt worden, obwohl sie die zweite Staffel fast fertig haben und sie schmeißen die Serie vom Service, da geht es wieder mal um Steuererleichterungen. Also wieder mal so ein Fall, wo etwas verschwindet und keiner weiß mehr nachher was ist. Du warst sehr begeistert von der ersten Staffel, geht die zweite gleich gut weiter? Also ich muss sagen, ich fahre dann vielleicht vom Hype weg. Ich habe mir mit der ersten Folge nicht ganz so leicht getan drauf. Die war einfach sehr fokussiert auf eine gewisse Gruppe an Charakteren. Aber ich fand spätestens mit der zweiten haben sie dann wieder völlig zur alten Stärke dazugefunden. Ich fand jetzt auch die dritte sehr, sehr gut, obwohl sich die eigentlich wirklich auf zwei Charaktere konzentriert. Aber ja, macht was. Das heißt, Stranger Worlds würde sich auszahlen, Paramount Plus zu abonnieren. Ja, es ist noch immer meine Star Trek Series of Choice, wenn man jetzt nicht die Nostalgie von PK braucht. Weil natürlich, es ist zwar die Enterprise, die ganz klassische, aber es sind halt großteils nicht die Figuren, die man aus dem ganz klassischen Star Trek kennt. Manifest, Staffel 4, endlich ist Manifest fertig. Hast du geschaut? Nein, mir fehlt doch immer die zweite Hälfte, zweite Hälfte von der zweiten Stapel. Ah, du hast es noch gar nicht geschaut. Okay, dann lassen wir das noch. Nein, die erste Hälfte habe ich gesehen, aber die zweite Hälfte eben noch nicht. Genau, im November sind die ersten zehn Teile gekommen und jetzt im Frühling die letzten zehn Teile. Gut, dann besprechen wir das, wenn du es auch geschaut hast. Okay, ja, der kommt sicher noch, weil ich habe jetzt so viel gesehen. Mir fehlen nur mehr die letzten zehn Folgen, aber ja, habe ich noch nicht geschafft. Ich war gestern Sonntag mäßig voll geblättet, warum auch immer. Also ich habe gestern überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt, also zumindest in der ersten Hälfte des Tages. Und dann habe ich mir eine Serie auf Apple TV Plus angeschaut, die perfekt geeignet war dafür, nämlich Calls, also Anrufe. Schon was gehört davon? Nein, nie gehört. Calls, haha. Das ist sehr interessant. Das gibt es ja schon seit 2021 auf Apple TV Plus und es ist quasi ein visuelles Hörspiel. Das heißt, das sind neun Episoden, so ungefähr 20 Minuten. Also das Ding hat man in drei Stunden durchgeschaut. Das heißt, das ist was, das man sich an der Art und Oben sogar anschauen kann. Und dieses Konzept von dieser Sendung ist, dass es rein aus Telefonanrufen besteht. Eingebettet in einen apokalyptischen Hintergrund, der nonlinear erzählt wird. Das heißt, in der ersten Staffel, also in der ersten Folge man lanscht die ganze Zeit Leute, die sich gegenseitig anrufen und erzählen, was gerade passiert bei ihnen und was gerade abgeht. Und ganz schräge, mysteriöse Sachen passieren. Und erst so ab der dritten, vierten Folge wird es klarer, in welche Richtung es geht. Und das ist wirklich extrem spannend. Weil man kann natürlich darum sagen, es hat bei mir gut gepasst, weil ich es so im Halbtös-Zustand auch mitverfolgen habe können. Weil es gibt nur so Windows-Media-Player-Visualisierungen mit Untertiteln. Man kann sich das Ding anhören auch. Aber es ist wirklich hübsch gemacht, diese Visualisierungen, die das Audio begleiten. Also so ein bisschen wie ein Lyrik-Video fast. Ein Lyrik-Video zu einer kompletten Staffel. Sehr spannend. Ich meine, es ist natürlich eine Gimmick-Geschichte. Das heißt, es ist zum Schluss da und die Auflösung, ja, es hätte die Geschichte zu einem Videospiel sein können, sagen wir mal so. Aber es ist wirklich eine coole, spannende Geschichte. Vor allem die ersten paar Folgen sind wirklich super spannend und sehr gruselig sogar. Und hat man relativ schnell durchgeschaut. Das heißt, und kann man natürlich dadurch, dass es ein Hörspiel ist, mit optionalen Visualisierungen auch supernehmbar sich reinziehen. Wie gesagt, also ich habe das wirklich nur so im Halbtös-Zustand auf der Couch mit höpferfallenen Augen, geschlossenen Augen wiederflügt und habe trotzdem alles mitgekriegt. Also Calls wie Anrufe. Ja, Anrufe. Na bitte. Und das Konzept ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr interessant, weil die komplette Handlung nur erzählt wird, indem man Leuten zuhört, die miteinander telefonieren. Und das Ganze ist eben so ein komplett apokalyptischer Science-Fiction-Weltuntergang. Also man erinnert sich, es ist natürlich nicht ungefähr so vom Krieg der Welten inspiriert, was ja natürlich auch ein Hörspiel war. Das heißt, das war natürlich das große Vorbild, da so ein dystopisches Science-Fiction-Hörspiel zu erschaffen. Sehr spannend. Ich glaube, da muss ich mal reinschauen. Nein, nein, also wie gesagt, das hast du in drei Stunden sogar durch, weil es relativ kurze Episoden sind. In unseren Kurzerwähnungen, über die wir zu lange Zeit waren... So, ich mache jetzt meine Kurzerwähnungen kurz weiter, weil du hast dann die perfekte Überleitung nachher zu machen. Stimmt, stimmt. Bei deinen Kurzerwähnungen. Stimmt, genau. Also vielleicht ganz, ich mache es jetzt wirklich ganz kurz... Ich frage mich die ganze Zeit, sollte ich es kennen? Irgendwas klingelt, aber ich weiß nicht, haben wir schon mal drüber geredet. Was ist Outlander? Ja, wir haben schon drüber geredet, über Outlander. Scheiße. Ich weiß nicht mehr wann, wir haben nämlich sowohl über die Serie schon mal geredet, als auch über das Buch, weil beim Buch bin ich mittlerweile im neunten Buch fertig. Das ist die Geschichte mit der Zeitreisenden, die in Schottland landet. Das haben wir dann anscheinend nicht in unseren Notizen aufgenommen. Nein, ich weiß nicht, ob es... Oh ja, ich glaube über Outlander... Unser magisches, mysteriöses, unendliches Dokument enthält es nicht. Nein, das Problem ist, dass das Buch dann auch... Also ich habe sicher über das Buch mit dir schon mal geredet. Und wie heißt das? Ja, das ist eben die Frage, wie hieß das neunte Buch? Das sage ich... Ah, ist egal. Jetzt über Outlander. Das 18. Jahrhundert landet, sich dort verliebt, dann wieder zurückreist, wieder zurück. Ah, das klingt schon wieder. Ja. Du, Zeitreise, ah nein, Schnulze. Das ist eine echte Schnulze. Genau, ich weiß wieder. Das vielleicht Spannendste ist jetzt, dass sie völlig den Rhythmus verloren haben, wie sie mit diesen Büchern umgehen. Das lag an Corona. Weil die haben die vorige Staffel irgendwann mittendrin abgebrochen, mit einem ziemlichen Cliffhanger, der nicht so gedacht war. Und jetzt haben sie mal zwei Folgen gebraucht, um die Geschichte fertig zu erzählen vom vorigen Buch. Jetzt sind sie quasi endgültig im siebenten Buch gelandet von den Inhalten. Und man bekommt eigentlich mehr von dem, was man... Wenn man es mag, mehr von diesem historischen Schnulzenzeug bekommt man wieder. Ich mag die Charaktere sehr gern. Wie gesagt, ich habe auch die Bücher sehr gern gelesen. Man merkt schon... Na anders, ich bin jetzt gespannt, weil sie müssen es jetzt bald zumachen, weil sie eigentlich jetzt gesagt haben, die achte Staffel ist die letzte. Die Bücher gehen aber weiter, weil es gibt eben schon ein neuntes Buch und es kommt noch mindestens ein zehntes. Und da bin ich halt gespannt, wie sie diese Storyline dann zum Ende führen. Also das weiß ich nicht, ob sie sich jetzt beeilen und dann aller Game of Thrones sagen, ist uns wurscht, dass da ein Buch fehlt. Wir erzählen es halt auf unsere Art zu Ende. Bin ich gespannt, weil da kommt schon noch einiges, was sie erzählen müssen. Wir sind ja jetzt auch wieder teilweise ein bisschen in der Gegenwart mit ein paar Charakteren. Also da kommt schon noch ein bisschen was zu erzählen, was zu erzählen ist. Aber trotz allem. Also wer es mag... Wo gibt es? Ich finde es immer schön. Das Ding ist eigentlich auf Starts. Das heißt, man kann es entweder kaufen oder man braucht diese Spezial-Channels von Prime. Auf Prime kann man ja die Channels dazukaufen und da ist Starts dabei. Interessant. Wenn man das möchte. Ja. Was ganz anderes, was ich mir auch angeschaut habe, die ersten zwei Folgen ist Secret Wars, also die neue Marvel-Serie. Auch da habe ich jetzt nur die ersten zwei Folgen gesehen bis jetzt. Ist es dem in Samuel L. Jackson? Genau. Das ist jetzt die große Rückkehr von Nick Fury, der ja bis jetzt eher ein bisschen wieder verschwunden war in der letzten Zeit. Und darum geht es auch. Das ist jetzt ein großer, unter Anführungszeichen, Agenten-Spionage-Thriller, wo Fury nach dem er da fünf Jahre auf seiner Raumstation gesessen ist, wie man damals gesehen hat im Schluss von... Welcher war das? Spider-Man 3, glaube ich. Irgendwann einmal siehst du ihn ja, dass er auf dieser Raumstation draußen ist. MCU bin ich draußen. Und jetzt kommt er halt zurück und das basiert ja auf einer ganz großen Comic-Vorlage, wo es darum geht, dass die Skrulls, die kennen wir vielleicht noch aus Captain Marvel... Sind das die Gestaltwandler? Das sind diese Gestaltwandler, wo man ja schon ein paar Mal gesehen hat, dass die schon für einen Fury gearbeitet haben und für ihn da quasi auch seine Rolle eingenommen haben. Da gibt es jetzt eine Sekte, die sich abgespaltet hat und beginnt, die echte Welt zu unterwandern. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, dass wir nicht mehr wissen, wer ist eigentlich ein Skrull und wer ist keiner. Okay, so nur ganz kurz, nach den ersten drei Episoden ist es gut. Ist es gut? Kann ich reinschauen? Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man eben ein bisschen mehr Richtung Spionage gehen will. Das ist jetzt nicht das klassische Marvel-Superhelden-Ding, es ist auch bis jetzt so und ich glaube, was ich gelesen habe, wird auch keiner von den klassischen Superhelden auftauchen. Okay, mein Interesse ist geweckt. Sondern es ist eigentlich so ein bisschen, wenn dich Nick Fury interessiert und seine Persönlichkeit hat und was ihn zur Hand greift, dann ist es eigentlich recht interessant, weil da wirklich mal intensiv nach, weiß Gott wie viele Filme, das hat ja in 16 Filmen oder so und jetzt plötzlich widmet man sich mehr ihm. Also das ist eigentlich ganz interessant und bis jetzt ist es schön düster, dystopisch. Und es ist jetzt auch vom Inhalt her, ich überlege gerade, bis jetzt war jetzt nichts dabei, wo ich sage, du hast jetzt irgendwas sehen müssen nach Endgame. Also das ist vollkommen okay. Klingt überraschenderweise, hast du jetzt gerade mein Interesse geweckt, durch das mir das relativ egal war bisher. Dankeschön, deswegen machen wir diese Sendung. Ich hänge noch ganz kurz an, ich habe mir heute noch etwas angehängt, was ich noch nicht da drinstehe, aber ich habe mir heute eine Aufnahme angesehen, das passt nämlich jetzt gerade zu Marvel, von Rogers the Musical. Ja, das berühmte Musical, das in Hawkeye vorkommt, wo sie ja quasi das Leben von Steve Rogers am Broadway gezeigt haben. Und da gibt es eine andere Version auch. Und jetzt, was Disney jetzt gemacht hat, die haben gesagt, wisst ihr was, das war so Kult, das machen wir jetzt wirklich und haben dieses Musical geschrieben, allerdings nicht für den Broadway, sondern für Disneyland. Also das spielt es im Kaliforniapark, also nicht im Disneyland Park, sondern in dem daneben Kalifornien. Da gibt es ja auch so zwei California Adventure, glaube ich erst. Da gibt es ein Theater und da spielen sie immer so kurze Theaterstücke. Also da gibt es eine Fassung von Frozen, die eine Stunde dauert und so. Und dort haben sie jetzt über den Sommer, spielen sie jetzt Rogers the Musical. Geil. In 35 Minuten, glaube ich, dauert die Show, also es ist nicht lang. Und erzählt die Geschichte von Captain America wirklich von Anfang vom ersten Film, also wie er verwandelt wird, bis zum Schluss von Endgame. Und das natürlich, man kann sich das vorstellen, 35 Minuten, sehr komprimiert. Ist wirklich lustig, ist extrem campy. Also wenn man Hawkeye diese Sequenz gesehen hat, wo diese Superhelden ja furchtbar ausstehen, genau diese Szene kommt da drin vor. Es gibt einen großartigen Song von Fury, wo man sich denkt, hat irgendjemand jemals Nick Fury gesehen? Der ist völlig anders, wie der drauf ist. Dazwischen funktioniert es aber ganz gut. Es gibt, also warum habe ich es gesehen? Weil es Leute gibt, die diese Show mitfilmen. Das darf man dort nämlich. Man darf diese Show einfach abfilmen und ich stelle das auf YouTube. Das heißt, es gibt da Möglichkeiten, dass man sich das anschaut. Interessant. Wer mal eine verrückte Seite von Marvel sehen will und sagt, ja, gib mal 35 Minuten her, schaut es euch an. Das ist lustig. Das heißt, wie findet man es? Einfach auf YouTube nach Rogers the Musical. Du hast da noch was? Ah, ich habe noch was steht. Muss man das erwähnen oder kann man das auch? Ich erwähne es einfach ganz kurz, weil es gibt eh einen Podcast dazu, wo ich darüber rede, nämlich einen Schock 2 Podcast, wo ich über The Flash rede, weil das habe ich im Kino gesehen. Ist der wirklich so schlecht, würde ich sagen? Lustigerweise, ich fand ihn, und das ist das Erschreckende, ich fand ihn einen der besseren DC-Filme, die ich gesehen habe. Nur leider sagt er es halt nicht viel. Also ich fand ihn eigentlich recht unterhaltsam. Das Highlight ist natürlich, dass man Michael Keaton wieder sieht als Batman. Die Schlusspointe, die ich jetzt natürlich nicht spoilere, hat ein erstaunliches Lachen in einer Pressevorführung herausgelockt. Unabschiedlich, oder? Nein, ich glaube, weil die den Gag einfach gecheckt haben, was da passiert. Ich finde die schauspielerische Leistung von Ezra Miller ziemlich gut, persönlich. Also der holt schon viel raus und es geht halt viel um ihn. Ja, und ansonsten, die Handlung ist ein bisschen Hanebüchen, dann vor allem im dritten Akt wird es ein bisschen chaotisch. Aber ja, es ist nicht der Film, wo man sich jetzt denkt, oh, James Gunn, gib deine Pläne bitte wieder auf und gib uns das alte Snyderverse-DC-Werk zurück. Aber mal schauen, ich bin gespannt, was er im Nachhinein daraus macht. Ja, aber was ist mit den Special Effects passiert? Sogar das Plakat schaut billig aus. Das Lustige ist, ich fand die Special Effects nicht so schlecht, bis auf so einzelne Sequenzen, die so nach Wachs ausgeschaut haben. Aber ich habe mir dann gedacht, vielleicht hätte ich meine Brille aufsetzen sollen. Okay, okay. Nachdem alle drüber gejammert haben, habe ich mir gedacht, so, ich glaube, ich werde jetzt wirklich langsam kurzsichtig. Vielleicht hätte es geholfen, um die Brille aufzusetzen, dann wäre die Special Effects scharf gewesen. Interessant. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der Film, weil ich habe wirklich nichts Gutes gehört bisher über das. Aber das Hauptthema für heute, dem geht es ja ähnlich. Aber da kommen wir bald dazu. Ja, aber wie gesagt, es ist halt wirklich im Vergleich, ich fand ihn wirklich nett und ich fand ihn halt auch locker leicht. Das ist es einfach. Er ist relativ leicht. Ja, es ist jetzt nicht, Snyder, die waren ja alle so schwer und pathos und das ist es halt nicht. Das ist ein humoriger Film, auch mit ein paar Herz-Sachen, wo ich sage, das macht einfach Spaß. Also ich glaube, auf einem Streaming-Service kann man sich anschauen, im Kino ist er eh schon gefloppt. Also das ist kein Film, wo ich jetzt ins Kino rennen würde, deswegen. Ah, okay. Der Flash ist gerade im Kino. Oder ich schätze mal, der wird ein Poet auf sämtlichen Streaming-Serie. Ja, ist halt die Frage, wobei es ist Warner, das heißt HBO, das heißt Sky wahrscheinlich, ja. Ach Gott, okay. Gut. Nicht Disney, komisch. Warum nicht? Kommen wir zu einem anderen Streaming-Service. Genau, die letzte Erwähnung, bevor wir dann ins Finale gehen, ist Arnold. Arnold. Also auf Netflix. Arnold. Genau, Arnold. Es ist eine dreiteilige Miniserie rausgekommen vor kurzem. Also es ist quasi eine Dokumentation über Arnold Schwarzenegger, unserem Landsmann, beziehungsweise Steiner. Ja. Und dann dachte ich, ja, cool, schauen wir es an, weil ich habe seine Biografie damals auch gelesen, vor einigen Jahren, wie es rausgekommen ist. Und es deckt sehr, sehr viel. Und man wird von Arnold selbst eben durch sein Leben durchgeleitet. Man sieht immer wieder, also er moderiert, also er kommt selbst zu Wort ganz viel. Und es ist quasi drei Etappen durch sein ganzes Leben. Die erste Folge ist über seine Bodybuilder-Karriere, also sein Aufwachsen in Österreich quasi. Dann wie er nach Amerika ausgewandert ist, während er schon erfolgreich war im Bodybuilding. Und in der zweiten Folge ist dann seine Filmkarriere, wo man eben sieht, wie er ins Filmbusiness eingestiegen ist. Er ist dann der größte und bekannteste Schauspieler, wenn er sogar Mensch der Welt verändert worden ist in den 80ern. Und in der dritten Folge ist dann seine politische Karriere, wird dann beleuchtet bis hin zum Jetzt eben. Das kann man sich anschauen, sind halt jeweils eine Stunde dort. Es ist vielleicht ein bisschen, es ist schon sehr wohlwollend. Es wird zwar immer wieder, ab und zu schwingt zwar schon Kritik auch durch, aber im Endeffekt ist es schon sehr wohlwollend, dass man merkt, dass er selbst mit Netflix gerade sehr verbandelt ist. Das heißt, die wollten ihn jetzt auch nicht unbedingt zu sehr kritisieren. Aber er macht schon ein paar Stellungsnahmen, wo er sagt, zum Beispiel, wo er sich entschuldigt über seinen Umgang mit Frauen. Damals, wie er noch jung war, hat er gesagt, weil er sich damals in seiner Abgestritten hat. Das heißt, teilweise hat er sich damals, wir haben diese Vorwürfe gekommen sind, dass er Frauen so schlecht behandelt hat und ausgenutzt hat in seiner Jugend, hat er ursprünglich sich entschuldigt und dann kurz darauf hat er sich dementiert und dann hat er sich wieder entschuldigt und alles, was das so typisch Politiker halt, was halt damals schon war. Oder war das denn so eine Politikerzeit? Ja, ich glaube. Und dann in der Serie hat er eben gesagt, ja, alles Bullshit, was er damals gesagt hat. Also es gibt keine Entschuldigung für das. Also es ist unentschuldbar, was er da gemacht hat. Gott, ich glaube, da haben sich die Zeit noch einfach geändert. Genau, genau. Er hat sich recht einsichtig gegeben. Und ja, also das war schon ganz cool. Was ich halt, bei so Dokus wie, also bei so Biografien wie von so einer erfolgreichen Person wie einem Alt-Schwarznecker, ist es halt immer so, sie verkaufen halt mehr oder weniger, sie geben halt den Rat mit, glaube an deine Träume und arbeite hart und du wirst alles erreichen und bla 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 und so. Das sagt sich gut, wenn ich mein Leben lang Branche war und hat selbst dann das Beste rausholen können. Das heißt, er hat da wirklich was, er hat einen Blue Ocean gefunden. Und wie er dann noch, und er hat, das ist ein Networking, ist eine große Stärke und das ist sicher extrem wichtig. Er hat dann die richtigen Leute getroffen, er hat die richtigen Netzwerke sich aufgebaut, hat dann, wie er nach Amerika gekommen ist, das Glück gehabt, dass er jemanden im Immobilienmarkt eingeführt hat und er war dann eigentlich Anfang der 70er, hat dann durch Immobilienhandel schon Millionen verdient. Das heißt, der hat die ganze Durststrecke, die er zwischen Bodybuilding und seinem ersten Erfolg als mit Conan, also in dieser ganzen Zeit. Willst du jetzt sagen, Herkules in New York hat keinen Erfolg? Nein, man weiß nicht. Auf jeden Fall, er war in dieser ganzen Zeit, er war sein ganzes Leben lang Millionär und wenn du schon ein Millionär bist, dann hast du ganz andere Herangehensweise an Herausforderungen, weil er hat das immer so verkauft, er schafft jede, wie er, wenn er hart arbeitet und alles schafft, das, was er sich vornimmt, das schafft er. Ja, wenn ich Millionen im Hintergrund habe, dann ist es natürlich alles leichter, dass ich mich irre einkaufe, mehr oder weniger, in die Szene. Ich überlege gerade, welcher US-amerikanische Politiker war das, der gemeint hat, sie haben doch auch schwere Zeiten durchlebt. Während der College-Zeit haben sie überlegt, ihre Aktiendepots aufzulösen. Ja, wie gesagt, das soll jetzt auch überhaupt... Das ist das Busch, ich weiß nicht. Das soll jetzt auch überhaupt kein Neid oder was sein, aber um so eine extreme Karriere wie der Arnold hinzulegen, musst du mindestens einmal an den Punkt kommen, wo du finanziell so gut aufgeschüttet bist, dass du diese ganzen Risiken eingehen kannst. Und ja, das heißt, das ist erst einmal... Und das Bodybuilding hat er sich selbst erarbeitet, ja, aber alles, was nachher gekommen ist, war für er so einfach, unter Anführungszeichen, einfach zu erreichen, weil er da schon diesen Status und das finanzielle Vermögen gehabt hat, um sich das alles zu leisten. Das heißt, der Mensch hat sein ganzes Leben lang nie wieder Geldprobleme gehabt und da kann man dann schon an so einer Karriere arbeiten. Aber wenn diese Menschen dann, die geben dann immer das Gefühl, dass man selbst dann ein Versager ist, weil man es selbst nicht schafft. So quasi, nein, ich habe dann und dann habe ich das geschafft und dann habe ich das geschafft und das war reine Willenskraft. Ja, reine Willenskraft mit einem Millionenkonto im Hintergrund. Und das kommt halt bei so Karrieren nie ganz raus. Wie gesagt, er hat sich auch alles verdient. Er war mit der 20 schon ein Millionär, aber alles, was nachher gekommen ist, hat er sich eben nur deswegen erreicht, weil er schon so einen riesengroßen Vorteil gehabt hat durch seine Karriere. Das heißt, ja, aber das ist eben das, was bei mir immer mitschwingt, weil ich denke mir immer, weil er immer dann so bis zum Schluss immer wieder so erzählt, so hart arbeiten und der Beste sein und der Schnellste und auch nichts und auch nie aufgeben und hart arbeiten und dann schafft man es und ich habe nie, wann ich war, weißt du, diese typischen Selbstüberzeugtheitsansprachen, die diese Menschen eben geben die ganze Zeit. Ja, verstehe ich. Aber insgesamt ganz, ganz eine gute Doku. Man sieht ganz oft österreichische Ausschnitte. Ja, und wieso hast du gesagt, ich soll das jetzt einleiten? Ja, weil ich mir was angeschaut habe, was Schwarzenegger auch mit Netflix verbindet. Ich habe mir nämlich Fuba angesehen. Fuba! Das dauert auch schon sehr viel gehört über diese Serie. Ich habe auch sehr viel gehört und wollte es mir eigentlich nicht anschauen. Und dann hat... Spoiler, der Ruf ist nicht so gut. Der Ruf ist nicht so gut. Also ich meine, man muss dazu sagen, Fuba steht für Fucked Up Beyond All Recognition übrigens. Ja, das ist ja schon mal sehr cool. Ja, aber dann hat ein sehr guter Freund von mir gesagt, nein, schaut euch das an, das macht tatsächlich Spaß. Und ich glaube, das trifft es auch am Ersten. Das ist eine Serie, wer jetzt irgendwie Anspruch erwartet, ist ja völlig, aber wirklich völlig falsch. Aber wer die klassischen Schwarzenegger-Actionfilme mit ihren One-Linern, mit ihren teilweise sinnlosen Plots mag, der hat ja eigentlich gar nicht so schlechte Karten. Und wenn man sich das dann noch dazu auf Englisch anschaut, hat man sowieso einen Checkpoint bekommen. Das passt ja sehr gut zu unserem Abschlussthema. Was, Englisch? Nein, nein, das, was du gerade gesagt hast, die sinnlosen Plots. Ach so, ja. Gut, worum geht es? Also Schwarzenegger spielt Luke Brunner. Tatsächlich ein Österreicher. Er hat österreichische Wurzeln, lebt aber in den USA und hat ein bisschen Probleme mit seiner Familie. Von seiner Frau ist er geschieden. Mit seinen zwei Kindern kann er nicht so gut. Die hat er nicht so starke Interessen. Also irgendwie hat alles, was irgendwie im Privatleben war, hat er in den Sand gesetzt. Das hat aber einen Grund, weil er konnte mit ihnen nie ernsthaft drüber reden, was er macht. Er arbeitet nämlich für CIA. Er ist ein Geheimagent. Er ist ein Geheimagent und natürlich kann er denen nicht sagen, was passiert. Dort ist aber alt genug, dass er jetzt in Pension geht. Das heißt, ist dann vorbei. Und während seiner Petitionsfeier bekommt er dann die Info, dass er doch noch einen Einsatz machen soll. Und zwar ein CIA-Agent ist in Gefahr bei einem Einsatz, bei einem Warlord, trifft es nicht zu potenziellen Terroristen. Und den kennt der Luke aber gut, weil er hat den Vater von dem schon mal getötet und hat danach sich um den Burschen gekümmert, weil er war halt noch recht jung und er hat dann dafür gesorgt, dass er in gute Schulen kommt und versucht, ihn da rauszureißen. Und darum kennt er ihn und er ist halt so quasi der gute Onkel in einer Geheimidentität. Ja, was ihn dann bei diesem Einsatz aber völlig überrascht ist, wie er dann diesen Geheimagenten Panda trifft, das ist nämlich niemand anderer als seine Tochter. Seine Tochter... Ist es nicht ein ähnlicher Plot? Ist es nicht... Da gibt es den mit Angelina Jolie und mit Brad Pitt? Mr. und Mrs. Smith, meinst du? War das nicht ein ähnlicher Plot? Wo auch beide Geheimagenten waren, aber keiner hat zu wussten. Ja, aber da waren sie bei unterschiedlichen Agencies und haben sich eigentlich gegenseitig umbringen müssen. Ah, okay, okay. Also das ist ja eher ein bisschen True Lies. True Lies, genau, wo ja auch der Schwarzenegger dabei war. Wobei es ja lustigerweise jetzt eine True Lies-Serie gab, die ist aber dann wirklich durchgefallen. Also die war noch schlechter. Ja, also er kommt auf jeden Fall darauf, dass seine Tochter Panda ist und seit Jahren für den CIA arbeitet. Und ja, dass sie sich beide seit Jahren eigentlich gegenseitig belogen haben über ihr Privatleben. Also seine Tochter hat ihm so den Eindruck gegeben, sie führt ein relativ erfolgreiches, wenn auch langweiliges Leben da in der Wirtschaft. Und datet einen, das stimmt allerdings auch, einen ziemlich langweiligen Kindergärtner. Aber in Wahrheit ist sie für das CIA unterwegs. Ja, und dann passiert natürlich, was kommen muss. Dieser Einsatz geht aber dann grundsätzlich schief. Sie können den nicht aufhalten und deshalb müssen sie jetzt noch zusammenarbeiten, um gemeinsam den Boru, diesen Terroristen aufzuhalten, bevor er da eine furchtbare Atombombe hochjagt und so weiter und so weiter. Und das war die erste Folge, die Prämisse? Das war so ungefähr die erste Folge, ja. Ja, und wie viele Folgen? Zehn? Acht, es gibt acht Folgen. Acht. Acht ungefähr einstündige Folgen. Ja, also der Schmäh der Serie ist natürlich die ganze Situation, die sich zwischen den zwei ergibt, zwischen dem Luke und der Emma. Weil die natürlich jetzt plötzlich zusammenarbeiten müssen. Und man kann sich schon vorstellen, dass die Tochter sich nicht gern vom Papa was sagen lässt. Noch weniger, wenn ihr die ganze Zeit vorhält, dass sie eigentlich besser machen könnte und dass sie da irgendwie unverantwortlich ist. Und dann natürlich noch das Ganze drinsteckt, dass sie ihm eigentlich die ganze Zeit da was vorgelogen hat. Ja, es lebt natürlich auch vom Team, das da mit ihnen zusammenarbeitet. Und auch die sind teilweise sehr schräg, teilweise sehr stereotypisch, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem irgendwie sehr One-Liner-lastig. Und ja, so geht halt. Also die ganze Staffel geht um diesen einen Fall, also rund um diese Geschichte mit dem Borow. Und es geht relativ flott vorbei, aber es macht tatsächlich Spaß. Wenn man keinen Anspruch hat. Ja, stellt keinen Anspruch, genießt einfach Schwarzenegger. Es ist lustig, weil er halt auch wirklich diese, er ist ja Österreicher. Das heißt, dazwischen fliegen tatsächlich deutsche Wörter durch die Gegend. Ach so gut, du hast es auf Englisch geschaut wahrscheinlich. Ich habe es auf Englisch geschaut. Also man muss wirklich auf Englisch schauen, wenn er mit einem mitten drin redet und plötzlich kommt ein Schatzl. Das ist einfach herrlich. Okay, okay, cool, cool. Ja, oder ich weiß gar nicht, was er zum Borow. Aber zudem sagt er auch immer irgendwas, wo ich dreimal gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, dass es deutsch ist. Also es ist schon sehr lustig. Also Schwarzenegger muss man sich sowieso immer Englisch anschauen. Aber es macht schon Spaß. Also wenn man diese klassischen Schwarzenegger-Komödien mag. Also eben ein True Lies, das ja auch schon sehr lustig war. Oder ein Twins. Dann kann man mit dem schon durchaus seinen Spaß haben. Ist es die erste Serie? Ja, die erste Serie, die er jemals gemacht hat. Ja, work, work. Und so erfolgreich, dass sie tatsächlich jetzt schon die zweite bestellt haben. Also auch da kommt eine zweite Staffel. Das heißt, was waren so die großen Kritikpunkte, wo Leute das wirklich in der Luft zerrissen haben? Naja, also wie gesagt, du bist natürlich mehr Tiefsinn gewöhnt, mehr Tiefgang. Es gibt schon ein paar ganz, ganz seltsame Logiklöcher da drin, wo man sich denkt, das ist jetzt nicht, das muss jetzt nicht sein, sage ich mal. Also das, das, und natürlich die Witze, wie gesagt, wer 80er Jahre Witze mag, der weiß, ganz ehrlich, 80er Jahre Witze sind flach. Die sind oft nicht gut. Und genau das ist es halt auch. Und natürlich ist die Handlung Kämmer. Das ist im Grunde genommen True Lies mit ein bisschen einer Abwandlung. Weil natürlich, wenn sie es alle wissen, wobei seine Familie weiß es ja dann auch noch immer lang nicht. Und er kann seiner Ex-Frau noch immer nicht sagen, was er eigentlich gemacht hat. Also, ja, es ist nicht intellektuell. Bitte nicht denken, das ist irgendwie intellektuell. Aber wer Schwarzenegger gelesen hat, wird hoffentlich intellektuell erwarten. Aber wenn man sich diesen Spaß machen will, dann ist es schon lustig. Cool, cool. Das ist so acht Stunden Hirn aus. Hirn aus, eine Action-Komödie und das war es. Also, es ist jetzt nichts, worüber man nachher noch lang nachdenkt. Es ist nichts, wo man sich vielleicht die ganze Zeit aufpassen muss. Aber es ist halt so ein Agenten-Film der alten Schule. Das macht man heute nicht mehr, außer man hat Arnold Schwarzenegger. Na, cool. Also, ich glaube, jetzt sind auch die Chancen gestiegen, dass wir sie denn auch reinziehen, diesen Fuber auf Englisch. Also, man kann reinschauen. Schaut es euch auf Englisch schauen. Wenn ihr nach den ersten zwei Folgen sagt, das liegt euch gar nicht, dann wisst ihr eh schon, dass es abdrehen könnt. Also, es wird nicht besser. Es wird noch nicht schlechter. Okay. Apropos, wird nicht besser. Der vorletzte Punkt der heutigen Sendung. Es ist endlich wieder eine neue Staffel von Black Mirror rausgekommen. Eine Serie, eine der wenigen Anthology-Serien, die es noch gibt, die mir wirklich sehr, 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 sehr am Herzen liegt. Und ich bin ein großer Fan schon immer. Also, falls ihr Black Mirror noch nicht kennt, das ist auf Netflix, ist das inzwischen exklusiv, hat die ursprüngliche Ursprünge auf Channel 4. Das ist ein UK, ein englischer Sender gewesen. Und ab der dritten Staffel ist es dann exklusiv auf Netflix gekommen. Gibt es inzwischen sechs Staffeln, wie gesagt, die letzte Staffel vor kurzem rausgekommen. Eine Anthology-Serie und das heißt, jede Folge ist eigenständig. Und das Geniale an Black Mirror war immer, dass es so fünf Minuten in der Zukunft spielt, wie man so sagt. Teilweise sogar die Gegenwart ein bisschen überspitzt und immer mit so modernen technischen Themen und Fragestellungen spielt. Und vor allem die ersten, ich sage einmal, die ersten drei Staffeln waren wahrscheinlich die besten. Dann hat es leider ein bisschen abgebaut. Und ich muss jetzt auch leider sagen, die Staffel 6... Hat man auch schon gehört, dass die auch sehr abbaut. Sie ist nur mein Ansätzen, Black Mirror. Und eigentlich, ich meine, unterhaltsame Anthology-Serie. Aber es hat teilweise kaum mehr was mit dieser schon sehr schmerzhaften fünf Minuten in der Zukunft. Es könnte übermorgen passieren, wenn die technische Entwicklung in die falsche Richtung geht. Diese Fragestellung gibt es kaum mehr. Eigentlich nur mehr bei der ersten Folge, John is Awful, wo es eigentlich um Deepfakes geht, mehr oder weniger. Und auch Netflix. Also die Folge ist nur die Black Mirror-ähnlichste. Ist aber jetzt auch nicht so wachrüttelnd wie manche anderen. Und die anderen Folgen sind alle okay. Aber teilweise geht es um Übersinnliches. Teilweise erinnert es, als wäre das jetzt... Also man kommt sich vor, als wäre das jetzt so Tales from the Crypt oder so... Sie haben jetzt eigentlich nur mehr so ganz lose Medien als Aufhänger. Das heißt, bei der zweiten Folge Loch Henry zum Beispiel geht es wirklich nur mehr darum, dass halt da ein Film, da wird halt ein Dokumentarfilm über irgendwas gerade auf einem entlegenen See und dann wird halt ein Geheimnis aufgedeckt. Das heißt, da ist gar keine Science-Fiction oder irgendwie was, 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 was... Außer geben wir noch etwas dabei. Außer, dass das... Das ist eigentlich nur mehr ein Thriller. Das heißt, dann in der... Beyond the Sea... Was war da schnell? Das habe ich jetzt... Okay, ich habe schon... Wurscht. Auf jeden Fall... Was war da eigentlich für die Folge? Was war da... Dann, dann, ich will gar nicht so viel spoilern. Ich sage mal so, sie ist jetzt... Also es ist unterhaltsam, aber es ist ja der Biss, der zumindest in den ersten drei Staffeln bei Black Mirror vorhanden war, ist ja draußen. Den gibt es ja gar nicht mehr. Es sind unterhaltsame Folgen mit teilweise einem lustigen Twist. Aber es ist jetzt nichts mehr, das wirklich... Ja, man merkt halt... Ich glaube, der Macher, der Charlie Brooker, hat eh schon vor längerer Zeit gesagt, zur Zeit ist die Luft ein bisschen draußen, weil die Realität hat gerade alles eingeholt. Das heißt, er weiß gar nicht so recht, worüber er noch Geschichten schreiben soll, weil es passiert eh gerade alles in der Realität schlimmer, als er sich das auch denken könnte. Deswegen habe ich jetzt eher so das Gefühl, ja, sie hat es ein bisschen so stagniert und hat gesagt, so, wir schreiben jetzt einfach, er schreibt jetzt einfach, wo er gerade Lust hat drauf. Und Medien, und Medien sind jetzt quasi nur mehr so der Aufhänger. Ja, also kann man sich anschauen, aber man darf sich auf jeden Fall kein großartiges Black Mirror mehr erwarten. Das kann ich mithalten. Ja, kann ich überhaupt nicht mithalten. Aber ich habe das Ganze jetzt natürlich zum Anlass genommen und schaue mich gerade durch die ganze, durch alle Staffeln durch, rückwärts natürlich, weil es irgendein Grund war Black Mirror immer rückwärts sortiert. Also es ist immer die sechste, die aktuellste Staffel ist immer die, die am obersten angezeigt wird. Okay. Und Staffel 5, Staffel 5 hat auch schon erste Anzeichen davon gezeigt. Die ist 2019 eigentlich, also ja schon wieder vier Jahre her. Nur drei Folgen hat Staffel 5 gehabt, während Staffel 6 jetzt fünf Folgen hat. Staffel 5 ist in Richtung VR gegangen, also das hat schon einige Virtual Reality Ideen vorausgesetzt. Und hast du es gesehen? Nein, habe ich nicht. Also Striking Vipers, also von Staffel 5, die erste Episode ist so gut, wo sie zwei gute Hammerer, also Freunde seit Kindestagen, die gerne Videospiele spielen, vor allem so Prügelspiele, so auf Street Fighter angelehnt, treffen sich dann in der VR-Version von diesem Spiel und das ist gar nicht zu viel verraten, aber diese Folge ist schon sehr, sehr geil. Staffel 4, hast du irgendwelche gesehen davon? Ich habe ganz den Anfang gesehen. Weißt du, Staffel 4, USS Callister, die beste, die beste Nicht-Star-Trek-Folge, die es gibt. Ja, irgendwie bin ich da nie so ganz, weißt du, man muss sich schon sehr konzentrieren auf die Serien, darum habe ich irgendwie nie so voll durchgezogen. Ja, also Staffel 4, die USS Callister, also ich meine, das ist wirklich ein Star-Trek-Hommage, Ende nie, also das ist wirklich eine geile Folge. Die anderen Folgen sind auch von der Staffel 4 recht düster. Jetzt sind wir gerade angekommen in Staffel 3. Abgestürzt, Nosedive, ist eine der berühmtesten Folgen von Black Mirror Ever, wo es eben um diese Social-Media-Scores geht. Hast du von dir schon was gehört? Auch nicht? Nein. Da geht es darum, dass die Abgestürzt, also Nosedive, Folge 1 von Staffel 3, da ist die Prämisse eben, dass man schon in einer Welt lebt, wo die Menschen mit Augmented Kontaktlinsen gleich sehen, welchen Social-Status andere Menschen haben. Das heißt, von 0 bis 5, 5 ist natürlich der beste Social-Status, 0 ist quasi Sandler und man muss die ganze Zeit andere Leute mit 5 Sterne bewerten. Das ist quasi Real-Life-Instagram mehr oder weniger und das ist der Aufhänger von der Serie, was natürlich ziemlich geil ist und ziemlich bedenklich ist, dass halt wirklich der Social-Status eigentlich schon Auswirkungen ins reale Leben hinein hat. Und zum Beispiel in manche Locations oder Ortschaften oder ganze Dörfer dürfen zum Beispiel gar nicht mehr rein, wenn man nicht mindestens eine 3.7 ist oder so. Oder mit manchen Menschen darf man gar nichts mehr zu tun haben, wenn man unter 4 einen 4er-Score hat und so. Natürlich sind die Leute dann immer darauf angehalten, möglichst freundlich zu sein, möglichst hilfsbereit und immer Fotos posten, die hübsch sind und immer richtiges sugar-coated Instagram-Leben führen, damit man ja hoch bewertet wird. Also ich finde, das ist eine der wichtigsten Black Mirror-Folgen überhaupt. Ja, da sind wir jetzt bei Staffel 3. Wir werden jetzt dann noch Staffel 2 und 1 auch noch schauen, die haben wir jeweils immer noch so 3-4 Folgen, das heißt, das haben wir eh bald durch. Und ich bin nach wie vor sehr, sehr begeistert von Black Mirror, obwohl man eben sagen muss, die Qualität schwankt schon. Das heißt, es ist nicht, es ist, würde man so sagen, es sind zwei Folgen, die sind nicht so schwach, nicht so gut und dann kommt wieder eine richtig starke Folge. Also das heißt, man muss sich immer so ein bisschen elastisch sein mit den Erwartungen bei Black Mirror. Aber die früheren Staffeln sind inhaltlich einfach best. Und die erste Folge der ersten Staffel, der Wille des Volkes, das ist ja die berüchtigste aller Zeiten. Und ich glaube, viele haben die mit dem Schwein und mit dem Premierminister. Ja, ja, die kenne ich. Genau, also das ist, muss ich sagen, das ist eh die härteste, das ist ziemlich die härteste Folge. Also Black Mirror hat eigentlich gleich am allerhärtesten begonnen. Also so, na gut, es gibt schon noch eine andere auch. Also es gibt schon ein paar, die richtig PSV dann eigentlich, wenn man sich das anschaut, aber ich finde ja gerade dieser, wie gesagt, dieser 5 Minuten in der Zukunft, das könnte eigentlich wirklich passieren, was da dargestellt wird. Das finde ich halt extrem interessant und deswegen werde ich ja immer ein großer Fan von dieser Serie bin. Und es sind die wenigen Serien, die ich mir jetzt schon zum dritten Mal anschaue. Also einfach bei, vor allem, es gibt so wenig Anthology-Serien, wo wirklich jede Folge abgeschlossen ist und man sich um eine eigene Idee dreht. Das ist halt was. Ja, das ist halt auch der Vorteil. Und man kann in einer einzelnen Folge rausgreifen. Ja, und man kann halt in dieser Folge wirklich so viel reinstecken, ohne dass man jetzt irgendwie zehn Stunden, also eine Staffel an Netflix verkaufen muss, sondern man kann einfach in eine Folge alles reinstecken, das notwendig ist und muss nicht irgendwie auspolstern mit, ja, wir müssen zehn Stunden Content schaffen. Und das ist halt richtig cool. Ja, das ist gut. Ja, aber wie gesagt, leider, leider gegen Schluss hin immer schwächer waren jetzt die sechste Staffel. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Also, und ja, auf jeden Fall, ich kann das sowieso jedem empfehlen. Also, ich bin immer wieder schockiert, wenn ich feststelle, wie wenig Leute Black Mirror gesehen haben. Das ist eine der wichtigsten, also das ist für jeden, der mit Medien, der mit Medien zu tun hat und der sich um aktuelle Entwicklungen und die nahe Zukunft beschäftigt, ist das so eine wichtige Serie. Auch wenn man, vielleicht ist es teilweise ein bisschen moralistisch, das heißt, ich habe auch schon Leute getroffen, die finden die Serie nicht gut, weil teilweise die Moral schon ein bisschen holzhammermäßig daherkommt, so quasi, okay, das ist jetzt gerade eine soziale Entwicklung der aktuellen Zeit und die ist nicht gut und das kommt raus, also schauen wir, dass es nicht so wird. Also, das schwingt schon öfters mit und es gibt manche Menschen, die sind da sehr empfindlich, wenn eine Serie so ein bisschen belehrend oder moralistisch daherkommt, habe ich überhaupt kein Problem damit und ich finde es jetzt nicht so, aber ich verstehe natürlich den die Kritik von manchen. Ja, klar. Ja, Leute, schaut euch Black Mirror auf Netflix, unbedingt, die ist so wichtig, die Serie. Und somit wären wir bei einer Serie, die uns in der Jugend sehr wichtig war. Also eine Filmserie, müsste man so sagen. Ja, nämlich, Dr. Jones ist zurück und laut den Kritikern hätte er lieber nicht kommen sollen. Naja, ich meine, wir können jetzt eins vorweg schicken, ich glaube, da sind sich fast alle einig, es ist nicht so schlimm wie Königreich des Kristallschädels. Genau, machen wir es so, machen wir den ersten Teil einmal spoilerfrei und dann machen wir eine Warnung, das heißt, alle Leute, die Indiana Jones noch sehen wollten, weil er doch ja ganz frisch in die Kinos gekommen ist, will man da jetzt nicht spoilern, deswegen kommt dann die Spoiler-Warnung und da könntest du dann abschalten, aber bis dahin einmal kurz abrissen. Bleiben wir bei dem, was nur in den Trailern drin ist. Genau, oder einfach mal ein bisschen einen Indiana Jones-Abriss, falls die Serie wirklich wer nicht kennt. Oder andererseits, es ist halt eine typische 80er-Serie, das heißt, jüngere Zuschauer von uns sollten wir sowas haben, die kennen dich vielleicht gar nicht so. Also einmal ganz kurz, ganz kurz ein Abriss. 1981 ist Jäger des verlorenen Schatzes rausgekommen, war damals noch gar nicht als Indiana Jones betitelt, das heißt, es ist anscheinend wirklich nur als eigenständiger, eigenständiger Film geplant gewesen und der Indiana Jones war halt der Held und dass es dann ein Franchise wird, hat sich dann so ergeben, 19, oder vielleicht lüge ich jetzt, ich höre schon deine Tasten tippen, das heißt, du wirst mir jetzt gleich... Ich habe nur kurz nachgeschaut, dass es mich echt irritiert hat, aber ich glaube, du hast recht, dass er auf Englisch nur Rays of the Lost Ark hat. Rays of the Lost Ark, ja. Mir ist nämlich nur gerade eingefallen, dass es scheinbar von vornherein einen Vertrag über fünf Filme gab. Okay, das war ein ganz schön langer Vertrag. Ja, eigentlich das Spannende. 40, 40, 42 Jahre Vertrag, geil. Okay, 1984 in der Indiana Jones und Tempel des Todes, dann 1989 in der Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und somit hätten wir es eigentlich auch belassen können, drei Teile, da hat sich eigentlich der Kreis schon geschlossen, weil der erste Teil... Dann kommt auch das Videospiel, also das müssen wir auch noch dazu machen. Genau, das Videospiel, das müssen wir eigentlich mal behandeln, aber Jäger des verlorenen Schatzes hat eben eigentlich schon alles gesetzt, was eben so ein Abenteuerfilm wie Indiana Jones braucht. Indiana Jones und Tempel des Todes ist in eine ganz andere Richtung gegangen, war düsterer, war weniger archäologisch. Weniger Nazis. Weniger Nazis. Und letzter Kreuzzug war quasi wieder die Rückkehr zur Formel vom Ersten nur besser. Ja, und mit mehr Comedy, muss man dazu sagen. Und auch ein bisschen mehr, genau. Weil ich muss sagen, ich bin mit dem Dritten damals eingestiegen, mit letzter Kreuzzug und der lebt halt sehr stark, ich meine, das ist noch kurz, der lebt halt sehr stark von der Interaktion von Indy mit seinem Vater. Genau. Und den Vater spielt ja Sean Connery, also nicht irgendwer, sondern eher Sean Connery. Der ist schon locker, wohingegen Indiana Jones und Tempel des Todes halt wirklich ein ziemlich, ziemlich düsterer Actionfilm ist. Ich fand Jäger des verlorenen Schatzes immer schlimmer. Wirklich? Also von der Düsterheit und von der Grittiness fand ich eigentlich Raiders immer schlimmer. Okay. Aber egal. Also der Dritte war dann trotzdem mehr so ein bisschen Richtung Komödie getrimmt. Genau. Eigentlich hätte man es belassen können, weil ich muss ehrlich sagen, aus heutiger Sicht und jetzt spätestens jetzt, wo der letzte Teil rausgekommen ist, vermutlich gibt der Stoff auch nicht mehr her. Ja, das heißt, die Trademarks, die Trademarks waren abgesteckt. Nach diesen drei, also nach diesen drei Teilen hat man eigentlich, es ist glaube ich nicht mehr recht, von mir aus dem Stoff rauszuholen in Filmform. Und was jetzt wichtig ist und was man vorausschicken müssen ist, wir haben diesen Film alle als Kind der 80er und in sehr jungen Jahren gesehen. Das stimmt, ja. Wir haben, und wie es oft ist bei so alten Filmen, sie sind völlig verklärt. Das heißt, für uns war das eine Offenbarung, wir haben jeden Teil wahrscheinlich 20 Mal gesehen pro Jahr und für uns ist das natürlich ein großer Teil unserer Jugend und wir sind verliebt in das Ganze und lassen da ganz wenig Kritik kommen. Wobei, das klingt jetzt natürlich schlimm, aber das sind schon Filme, die du dir auch heute noch anschauen kannst. Wir, 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 wir schon. Aber die These, die jetzt in einem Raumstuhl ist, wenn man hier jetzt jemanden, der noch nie mit Indianer, der die Filme nicht kennt und, sagen wir mal, 20 Jahre jünger ist wie wir, ich glaube, dass die Filme, dass das keine guten Filme mehr sind. Also ich glaube mal grundsätzlich, dass ein guter Film nicht irgendwann zu einem schlechten Film wird. Ich glaube nur, dass sich die, dass sich der Zeitzinn einfach ändert, also was da herkommt. Aber ich glaube schon, dass du sie auf ein Niveau stellen musst. Also ich vergleiche es einfach mal mit Star Wars, ja, mit der klassischen Trilogie. Auch das sind ja keine schlechten Filme geworden, nur weil sie alt geworden sind. Es ist nämlich, wenn man, ich meine, vor allem, da muss man ein bisschen in die Vergangenheit gehen, weil 1931, wie Jäger des verlorenen Schatzes rausgekommen ist, war ja das Ganze schon ein Remix, der 100 Jahre in die Vergangenheit geht. Weil der George, oh ja, George Lucas und Steven Spielberg sind beide Mitte 40 geboren. Das heißt, die haben so in den späten 50ern, Anfang 60ern so ihre Jugend gehabt, sag ich mal. Das heißt, alles, was damals Popkultur war, haben sie halt aufgesogen. Und da sind ja ganz viele dieser Abenteuerserien aus den 30er und 40er Jahren. Ist dort wahrscheinlich im neu aufkommenden Fernsehen gelaufen und es gibt ja den Quaterman, der Alan Quaterman, das ist ja der Hauptdarsteller aus einem Buch, aus einem Roman oder einer Romanserie aus dem Jahr 1887 und deswegen 100 Jahre. Das heißt, dieser Alan Quaterman aus diesem Roman King Solomon's Minds vom H. Ryder Haggard, der ist 1887 rausgekommen und ist dann ab den 1920ern als Comic neu aufgelegt worden und 1950 dann auch verfilmt worden. Und ich schätze mal, dass diese Verfilmung und das alles natürlich Leuten, die in den 50ern und 60ern aufgewachsen sind, dass es für die damals keiner drumherum kommt. Und das hat eben auch Lukas und Spielberg geprägt. Aber im Prinzip ist das Ganze natürlich eine Weltanschauung und das sind Ideen und Abenteuer aus dem vorletzten Jahrhundert jetzt sogar. Und wie dann Lukas, wie er es bei Star Wars auch gemacht hat, das ist nichts Neues, das er erfunden hat, sondern er hat etwas genommen, das er aus seiner Kindheit kennt und hat das Remixed zu etwas damals Neuem. Das heißt, der Film 1981 war schon ein Remix oder einfach nur eine Wiederauflage von etwas, das eigentlich schon 100 Jahre existiert hat und das er aus seiner Jugend her schon in der Zeit-Dritt-Auflage gekannt hat. Und von dem her, das erklärt halt auch unter anderem, warum vor allem Jäger des verlorenen Schatzes und Tempel des Todes einfach aus heutiger Sicht politisch so inkorrekte Darstellungen hat. Nein, das ist vollständig inkorrekt, das stimmt schon. Ich meine, vor allem Indiana Jones und Tempel des Todes, das ist mir natürlich, als Kind denkst du an sowas nicht, aber die Darstellung der nativen Bevölkerung dort und das ist jetzt, also es ist halt wirklich, die sind alle nicht lebensfähig ohne den weißen Amerikaner, der ihnen, der sie rettet. Es gibt ja auch die berühmte Kritik, das passt ja nicht ganz so am ersten Teil, dass du Indie rausschreiben könntest und der Film wird noch immer so ablaufen, wie er gewesen ist. Genau. Das heißt, ich meine, abgesehen jetzt davon, von so Sachen, die man sich heute einfach gar nicht mehr erlauben kann, ich meine, die kann ja ignorieren, okay, dann. Nein, ich meine, ich sage es, aber das ist halt, das war ja damals, die Grund, die Vorlagen, die damals schon, also die aus den 1920er, 1930ern, das war einfach ein Grundbestandteil, dass Donald ein Held aus Amerika oder UK in die Kolonien fährt und dort quasi mit den Barbaren interagiert und da stellt sich gar nicht die Frage, die Frage hat sich einfach nicht gestellt in der Vorlage schon damals, ob man diese Völker dort irgendwie vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten soll oder vor allem, weil eben Quatermain so ein großes Vorbild ist und da war es eben auch gang und gäbe, dass dort einfach, die sind einfach komplett, also da war es einfach damals normal, dass man wohin fährt, dort einmal alle umbringt, die dort wohnen und einen einmal alles wegnimmt und nach Hause ins Museum bringt, weil dort gehört sie. Ja, das gehört in ein Museum. Genau, genau, das ist halt, wie gesagt, man kann das jetzt als Historienfilm sehen, man kann sicher die alten Originalen, also die Indiana Jones jetzt einfach sagen, okay, muss man jetzt aus dem Mindset der frühen, ich sage jetzt mal 1920er sehen. Die großen Vorlagen, das habe ich jetzt gerade nachgeschaut, waren aus den 30ern eigentlich, 30er und 40ern. 30er, 40er, ja. Buck Rogers, Soros Fighting Legion und solche Sachen. Jungle Jim hat es gegeben, glaube ich. Übrigens anscheinend auch die Donald Duck-Abenteuer von Carl Bucks, die was auch sehr in die Abenteuer-Richtung gegangen sind, waren anscheinend auch ein großer Inspirationspunkt. Was natürlich dann rückwärts geht, weil mittlerweile gibt es ja tatsächlich in den Mickey-Maus-Geschichten dann einen Indiana-Goof. Ja, sicher, oder Duck-Tales hat dann das Logo von Indiana Jones übernommen und so. Das heißt, es ist dann irgendwie im Gras gegangen. Ja, auf jeden Fall, was ich sage, also das heißt, Indiana Jones war damals schon ein Remix von einer eigentlich recht hirnlosen und recht simplen Idee, die es schon seit ewigen Zeiten gibt und die oft schon, die einfach wieder gekaut wird in der modernen Form, damals in den 1980ern. Man muss dazu sagen, eben, das war dasselbe wie Star Wars. Star Wars war fresh geworden. Genau, genau. Und wir, also ich versuche jetzt nämlich diese Verklärung, die ich selbst habe, da zu reflektieren, weil für mich war das natürlich, war der Ideal Jones gleichzeitig ein Actionheld, aber auch der gelehrte Lehrer in der Schule. Natürlich besser kann es für einen Jugendlichen nicht mehr sein. Der ist nicht langweilig. Der ist gescheit und der ist ein Actionheld und der kriegt die Frauen. Oder so, ja, gut, da gibt es Schlimmere als eben. Aber natürlich hat das als Kind dann ziemlich beeindruckt und ist halt auch bis heute in wohliger Erinnerung geblieben. Und jetzt ist halt die Frage, dadurch, dass das Quellmaterial schon so, ich sage einmal, eindimensional ist, es sind Pulp-Romane, es sind dumme Action-Comics gewesen. Das heißt, die Vorlage war schon nicht so, konnte schon nicht so viel hergeben. Das heißt, wie viel kann man dann eigentlich als Indiana Jones in die Serie reinholen, dass das auch noch Gehalt kriegt. Und meine These ist, ist jetzt, dass eigentlich der erste Teil schon genug gewesen war, weil der letzte, also Indiana Jones und Tempel des Todes anders probiert hat, ja, war okay. Die hätte dann auch noch, also Indiana Jones und Tempel des Todes, da hätte man unzählige weitere Actionfilme machen können. Das hätte funktioniert, weil da hätte man schon gewusst, um was es geht. Okay, der kommt wohin und es geht um irgendwie Überleben und wieder rauskommen. Während Tempel, äh, letzte Kreuzzug eigentlich schon ein Jäger des Verlorenen Schatzes genommen hat und da eigentlich das, äh, den so gut es gegangen hat, es remixed hat. Das heißt, er hat den Style genommen wegen des Verlorenen Schatzes und hat einfach den bestmöglichen Film draus gemacht. Oder eigentlich auch nur ganz wenig neu erfunden. Und im Endeffekt... Naja, eigentlich schon. Also, wie gesagt, wir haben vorher schon gesagt, er nimmt halt einen weniger ernsten Ansatz. Ja, okay, außer, ich meine, von der Handlung her, sag ich mal. Und im Prinzip... Ja, aber es geht auch nur, weil es um ein religiöses Artefakt geht und Nazis vorkommen, oder? Ja, aber auch vom Style her geht ja, geht ja, geht ja, also... Das ist aber vielleicht die Reaktion darauf, dass Tempel des Todes halt sehr schnell als der schlechtere Film wird. Ja, ja. Auf jeden Fall, im Endeffekt sind die in Anschluss Filme, zumindest eins und drei, waren ja eigentlich auch nur reine Schnitzeljagden. Das heißt, vom einen Ort zum nächsten, vom Artefakt zum nächsten finden und einen Hinweis finden und irgendwann einmal zu einem Ziel ankommen. Und das ist eigentlich so die Formel. Das ist dann eigentlich auch weiter... Das ist ja auch in den ganzen Rip-Offs, sage ich jetzt einmal. Also alles, was in Richtung in die Anschluss gegangen ist, zum Beispiel die Mumie oder auch die... National Treasure. Ja, genau, National Treasure. Das geht ja alles in diese Richtung Schnitzeljagd. So müssen wir jagen von Hinweis zu Hinweis, zu Artefakt, zu Artefakt und zum Schluss gibt es dann den großen Schatz. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Formel einfach jetzt so viel hergibt, als dass man so viel Filme daraus machen kann und trotzdem auch befriedigt ist. Das glaube ich... Also insofern glaube ich das schon, weil du sagst selber, das wird bis heute eigentlich nachgemacht. Das spricht für mich eigentlich dafür, dass diese Formel funktioniert. Aber ist das schon einmal gut nachgemacht worden oder irgendwann mal so, dass man sich denkt hat, das hat dem Ganzen jetzt was Neues dazugeben. Also ich will es jetzt nicht schlechtreden. Meine These ist einfach nur, warum jetzt der neue Film so große Kritik kriegt, ist, weil er eigentlich, weil kaum mehr herauszuholen ist. Man müsste dieses Ganze komplett umdrehen. Man müsste... Als Kind hat man vielleicht geglaubt, das ist super intellektuell, das ist archäologisch, das ist mit Geschichte und Vergangenheit und da in dir ist Lehrer oder Professor, das ist doch extrem intelligent alles, hat man sich als Kind gedacht. Also diese Kritik würde ich nicht rauslesen unbedingt, sondern was ich rauslesen würde, ist eigentlich, man hat viel zu lang gewartet. Weil das Problem ist einfach, wenn man jetzt angenommen, die hätten einfach weitergemacht, die hätten nach 89 gesagt, oh und jetzt machen wir noch drei Filme in den 90ern, quasi drei Indie-Filme. Dann wäre der Sprung nicht so groß gewesen. Das große Problem eigentlich, das ich aus den Kritiken rausgelesen habe, ist, dass Indie so stark altert. Also das war ja schon im Kristallschädel ein Problem, dass er einfach... Ich meine, jetzt ist Harrison Ford jetzt 80. Der kann einfach nicht mehr den jungen, knackigen Action-Helden spielen. Das funktioniert schon nicht mehr. Und das heißt, was jetzt im fünften Teil passiert, und das ist jetzt kein Spoiler, weil wir noch nicht im Spoiler-Teil sind, aber auch ist es einfach nicht, sondern sie spielen einfach mit seinem Alter. Sie spielen damit, dass er schon so viel erlebt hat, dass er jetzt abgebrüht ist, dass er auch desillusioniert ist, dass er sich wie ein Relikt fühlt, das nicht mehr hineingehört. Er ist jetzt das Artefakt geworden. Und das musst du halt so spielen, weil er jetzt in einem Alter... Ich meine, der will nicht bis 80 aus dem Rollstuhl hüpfen und plötzlich wieder peitschenschwingend über die Abgründe schwingen. Das funktioniert nicht. Ja, das kann ich nicht mehr machen. Aber das ist, glaube ich, viel eher das Problem, dass die Leute sagen, hätte ich... Oder waren die Kritiken, die ich gelesen habe, hätten man diesen Film noch machen müssen, wo man doch gewusst hat, er ist über weite Strecken einfach zu alt, um diesen Film so zu tragen, wie die Filme halt einmal waren. Und stimme dir zu, nur mir persönlich war das komplett egal, weil ich habe nämlich nicht den Fehler gemacht, meiner Meinung nach, den viele Rezessenten gemacht haben und Indiana Jones als ernstzunehmenden Film betrachtet haben. Ich habe versucht, ich bin ohne jegliche Erwartung eingegangen und habe mir nichts erwartet. Und was ich gekriegt habe, war ein Pulp-Action-Abenteuer, wie ein klassisches Comic, wo es um nichts geht, wo einfach gute, unterhaltsame Szenen drinnen sind, wo man nicht so viel nachdenkt, wo man einfach mit sehenden Auges sieht. Shit, das macht alles keinen Sinn. Das ist alles ziemlich weit hergeholt. Da ist ein Logikloch. Aber es ist egal, das ist eine schöne Szene. Oh mein Gott, ist das gerade cool. So richtige Pulp-Unterhaltung. Und da kommen wir wieder zurück, wo es herkommt. Genau da kommt es her. Und deswegen habe ich mir beim Anschauen vom Fünften jetzt gedacht, das ist genau diese Pulp-Comics vor 100 Jahren, also 30er und 40er Jahren, wo wirklich irgendwelche Präpubertären, keine Ahnung was, irgendwelche 18-Jährigen, irgendwelche Geschichten sich ausgetaucht haben, die dann irgendeinen Comiczeichner so schnell wie möglich rausgebracht haben, damit sie möglichst schnell die nächste Ausgabe nächste Woche dann rausbringen. Also einfach unterhaltsame Pulp-Geschichten, die einfach Spaß machen. Und unter diesem Betrachtungspunkt habe ich da auch jetzt den neuen Indiana Jones gesehen und er hat mich super unterhalten. Es waren großartige Szenen drin, die zwar alle völlig unrealistisch waren, aber trotzdem noch näher, noch glaubwürdiger als einige Szenen im Vierer. Das heißt, der Vierer hat Szenen gehabt, die waren zu fargestretched. Der Vierer hatte auch das Problem, dass die das Quellmaterial geändert haben, weil da war ja die Idee eben, dass das George Lucas gemeint hat, er orientiert sich jetzt nicht mehr an den 30ern, sondern er orientiert sich an den 50ern. Und in den 50ern war halt dieses Fantasy-Abenteurer-Setting ziemlich tot. Stattdessen gab es halt diese Sci-Fi-Serien. Und das hat er halt dann gemacht. Er hat Indie aus dem einen Pulpe-Eck genommen und in ein anderes Pulpe-Eck hineingesteckt. Aber als Zuschauer, als Indie-Fan wollte man keine Ufos sehen. Man wollte weiterhin die 30er Archäologie und Kolonialismus. Und das ging aber nicht, weil du konntest die nicht mehr in die 30er zurückstecken. Mich erinnert diese Diskussion, die da einfach entsteht, daran, wie viele Leute gesagt haben bei Star Wars, wie die Sequel-Trilogie rauskam, warum haben die nicht einfach erbende des Imperiums verfilmt. Das waren doch die besten Bücher. Die Antwort darauf ist schlicht und ergreifend, ja, aber weder Mark Hamill noch Carrie Fisher noch Harrison Ford waren nur fünf Jahre älter. Das waren sie einfach nicht mehr, als man diese Filme getreten hat. Ja, das war sicher nicht der einzige Grund, aber ja. Ja, aber es war schon einer der Gründe. Man hat halt einfach nicht unmittelbar dransetzen können. Geht nicht. Weil das geht sich vom Alter nicht mehr aus. Dafür war er einfach zu alt jetzt. Du, der Kristallschädel ist ja unabhängig davon, dass es um Aliens geht, hat ja so viele Probleme. Obwohl, ich muss mir das wieder mal anschauen. Vielleicht, wenn ich jetzt auch unter dem Pulp-Gesichtspunkt sehe, vielleicht ist es eh besser. Aber ich habe ihn so in Erinnerung, als waren du einfach, es würde manche Sachen einfach zu weit stricken. Die dann einfach, die Action-Szenen. Ich habe einfach diese Verfolgungsjagdung Urwald. Ja, die hat sich jeder gemerkt. Ja, wo der einfach zehn Kilometer lang an derselben Liane sich durch den Wald schwingt. Manche Sachen sind einfach dann schon ein bisschen zu übertrieben. Sogar für Indianer-Jones. Das hat sich jeder gemerkt an Shia LaBeouf. Das ist so ungefähr das Ende. Das ist Erinnerung. Ich meine, der Fünfte hat jetzt auch ganz irrwitzige Szenen, aber die sind alle nur ein bisschen näher am Realismus dran. Also auch, wenn ganz viele Szenen natürlich stark, stark recycelt sind. Also ich glaube, zwei Drittel der Action-Szenen hat man schon mal in den früheren Indianer-Jones gesehen. Das ist es ja. Im fünften siehst du halt auch sehr viel Recycling von Indie selbst. Das ist schon ein Thema. Vielleicht interessant, aber vielleicht haben sie doch ein neues Publikum. Weil in der Kinovorstellung, wo ich war, waren relativ junge Leute da drin. Also ich habe mir gedacht, okay, interessant. Also das waren alle um die 20. Vielleicht sind das, also entweder sie sind für ihren Eltern gut erzogen worden oder sie haben sich zum ersten Mal in Indianer-Jones angeschaut. Für die ist das vielleicht wieder eine neue Erfahrung gewesen. Ja, aber das erste Mal im Kino. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, dass Indie schon was ist, mit was viele aufwachsen. Einfach, weil du es halt noch immer sehen kannst. Ich meine, jeder hat irgendeine DVDs zu Hause. Man darf auch nicht vergessen, lustigerweise, weil man das jetzt gerade einversinnert an dem Punkt, wo die Young Indie-Generation alt genug ist. Haben Sie ein Füchsegen? Das ist der runtergegangen. Das weiß ich nicht. Also die Serie Young Indie? Naja, es gibt sie halt nicht mehr. Das ist ja das Problem, die ist ja jetzt, ist ja auf Disney Plus, ist ja released worden, die Serie, aber nicht bei uns. Ach, okay. Also da gibt es ja auch so ein wesentliches Problem. Da sollte es Chancen geben, dass man es gebraucht kriegt, oder? Das sollte es auf DVD irgendwie geben. Ja, auf DVD kriegst du es noch. Und da ist halt die Frage, welche Fassung du kriegst. Also da gibt es ja auch die ursprüngliche Fassung und dann eine stark geschnittene Fassung, die das wieder irgendwie alles umschneidet. Und da sind wir ja wieder beim Serial-Format übrigens. Young Indie war ja dann extrem auf Serial gemacht. Also da waren wirklich einzelne Episoden, die zwei Folgen hintereinander quasi waren eine Geschichte, oder du hast es zu einem TV-Film zusammengeschnitten. Und also da sind wir ja dann wirklich bei der Quelle zurück. Okay, so. Jetzt kommen wir dann bald in den Spoiler-Teil. Aber nur ganz kurz für die, die bisher noch zugehört haben und sie ihn anschauen werden. Also man hat schon rausgehört. Mich hat er sehr gut unterhalten. Ich habe alle Kritikpunkte, die ich bis jetzt gehört habe, habe ich nicht wirklich nachvollziehend schon, aber ich kann nicht zustimmen, weil ich diesen Film jetzt nicht als Intellekt... Also ich weiß, dieses Erlebnis, das man hat als Zwölfjähriger, dass man zum ersten Mal der letzte Kreuzzug sich, das kann man nicht mehr replizieren. Das wird einfach nicht gehen. Das ist einfach... Das schafft man einfach nicht. Das war die Nostalgie von damals, die kommt nicht wieder. Deswegen habe ich das Ganze als Interessanten, also als Unterhaltsamen in die Anna-Jones-Filme mit viel Action und irrwitzigen Szenen betrachtet und das hat er geliefert. Ich habe mich über die Szenen wirklich alle gut gefunden. Man darf sie nur eben keinen intellektuellen Film mit viel Sinn erwarten. Man darf dem Film nicht den Anspruch angeteilen, den die Filme nie hatten. Ja genau, weil ich meine, in die Anna-Jones und der letzte Kreuzzug, den hat man als der beste Film die beste Handlung im Kopf. Es würde keinen besseren Abenteuer-Film geben, wo alles bis ins letzte Detail durchdacht ist, weil man das so in Erinnerung hat. Aber nein, der Film, wenn man sich den heute anschaut, und ich habe ihn vor ein paar Jahren wieder einmal gesehen, er hat schon trotz aller Nostalgie seine Probleme. Aber es ist charmant und ich finde auch der Neue ist genauso charmant. Und wie gesagt, mich hat er gut unterhalten, die Sachen, wo man sich ans Hirn greift und denkt, okay, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, das war mir voll wurscht. Den Anspruch habe ich nicht gehabt. Und auch der Schluss, ich habe mir auch schon ein bisschen Angst gehabt vor dem Schluss, aber ich habe das geil gefunden, diese Wendung, die wir dann nach dem Spoiler-Attack besprechen werden, habe ich. Ich bin im Kino gesetzt und habe zum Lachen angefangen, weil ich es so cool gefunden habe. Also schaut, jeder, der ihn noch nicht gesehen hat und der Indiana Jones-Fan ist, schaut es nicht an, aber erwartet nicht, dass ihr erleuchtet werdet. Es wird nicht mehr passieren. Meiner Meinung nach hätte es keine Version, es hätte keinen neuen Film mehr geben können, der irgendwie das toppt, was man mit dem letzten Kreuzzug erlebt hat. Ich glaube, das war der Peak. Es hätte nicht mehr besser werden können. Und warum wir Fate of Atlantis so lieben, ist, weil er das Niveau von, also das Videospiel, das Point-and-Click-Videospiel, ist, weil er das Niveau vom letzten Kreuzzug genommen hat, auch den Style, es schaut aus wie der letzte Kreuzzug und das in eine interaktive, gute Geschichte verpackt hat. Ist für mich übrigens auch eben der Beweis, dass die Formel auch abseits der Filme funktioniert hat. Ja, als Videospiel funktioniert es viel besser, weil Videospiel diese Formelhaftigkeit, das Sammeln und verschiedene Kapitel und von A nach B und dort das finden, funktioniert im Videospiel auch gut. Und deswegen, es könnte ewig viele in Jahren schon Videospiele geben. Hat es ja auch, aber ich meine, bald Clique. Ja, aber ich würde sagen, es kommt nichts an Fate of Atlantis ran, oder? Also es gibt schon genug, ich meine, es gibt ja auch ein Adventure zum dritten Teil, aber es gab dann diese Tomb Raider-Verschnitte mit der Legende der Kaisergruft und so was anderes. Fate of Atlantis ist natürlich das Beste der Videospiele, ganz klar. Das gehört zu den besten Videospielen aller Zeiten. Ja, aber ich glaube wirklich, egal wo es rausgekommen wäre, es hätte für uns Ideal-Jones-Fans, wir hätten nach dem letzten Kreuzzug nur mehr enttäuscht werden können. Also ich glaube, die Formel ist im Kino für mich vorbei gewesen. Ja, mich würde es halt noch immer interessieren, was wäre passiert, hätte man jetzt wirklich zum Beispiel diesem Fan-Demand nachgegeben und hätte Fate of Atlantis verfilmt. Hätte schon funktionieren können. Ja, aber ich glaube, das Problem, das wir mit Ideal-Jones-Fans haben, ist eben die eigene Nostalgie, weil wir diese Serie damals als Kind oder als Jugendlicher einfach so genial gefunden haben, weil es ja so ein Abenteuer-Mix ist. Ja, das stimmt schon, das sieht man ja bei anderen Fortsetzungen. Für mich ist da immer Star Wars der große Vergleich. Also ich sitze ja auch immer bei Star Wars im Kino und denke mir dann, ja, kann das mithalten mit früher, nein, aber es liegt auch an meinem emotionalen Level. Genau, und ich glaube... Das ist ja das, was ich dann immer predige und dafür werde ich oft gesteinigt, wenn ich sage, wenn jetzt jemand zu mir sagt, naja, also gerade zum Beispiel die Prequels, die waren so schlecht und die Dialoge waren so schlecht und schau im Vergleich dazu die alten Dialoge und ich denke mir, nein, die alten Dialoge waren auch nicht gut und Harrison Ford war es doch, der gesagt hat, George, you can write this, but you can't speak it. Ja, ja, und nicht einmal, also nicht einmal der Harrison Ford ist der beste Schauspieler, nein, er ist eigentlich kein recht guter Schauspieler, aber er ist halt einfach eine Kultfigur. Was mich noch immer daran erinnert, wusstest du, wer eigentlich die erste Wahl war für Indiana Jones? Ja, sicher, der Magnum. Ja, Tom Selleck hätte ihn spielen sollen. Ja, oder der Magnum. Der konnte aber nicht wegen Magnum und Tom hat in Harrison Ford gespielt, weil eigentlich wollte George Lucas nicht schon wieder Harrison Ford haben. Ja, der hat er schon dreimal in American Graffiti, dann eben Star Wars und jetzt schon wieder. Ja, ja. Aber Tom Selleck ist furchtbar, also stell dir den Bart vor. Vielleicht hätte er ihn nicht gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, schaut es ihn euch an, nicht so viele Erwartungen reingeben, aber die Action, die geliefert wird, ist gut und ich habe ihn auch so sehr charmant gefunden. Das stimmt, ja. Er recycelt sich selbst, er recycelt 40 Jahre Indiana Jones Nummer in einem Film. Die Längen habe ich jetzt nicht so empfunden, weil viele gemacht haben, er hat jetzt einige Überlängen. Es ist der längste Indiana Jones im Kino. Muss man ganz ehrlich sagen, er ist eine halbe Stunde länger als die anderen. Finde ich okay, also. Gut, Spoiler Tag. Wer jetzt noch da ist, ist selber schuld. Genau. Ja, wir haben eigentlich eh schon sehr viel gesagt über diesen Film. Also, die ganze Zeitreise-Geschichte. Hast du gedacht, ist das was, das zu Indiana Jones passt oder ist das zu weit weg? Ich habe mir echt schwer getan, muss ich sagen, wie ich da drin gesessen bin. Aber weißt du was? Mich hat weniger gestört, dass es die Zeitreise war, weil ich denke mal, wir reden von einer Serie, in der ein 700 Jahre alter Ritter rumrennt und in der du eine goldene Kiste aufmachst und irgendwelche Geister darin alle Nazis spielst. Aber da war es nur religiös. Religiös ist nur Kamakini. Aber das hat trotzdem schon etabliert in dieser Serie, das ist nicht Scooby-Doo, wo jedes Mal es eine reale Lösung geben muss, sondern es ist eine Serie, wo Übersinnliches passieren kann. Scooby-Doo ist super. Ja, aber Scooby-Doo ist so ein klassisches Beispiel, da sind immer alles Geister und dann ist es das nicht. Es ist immer der Rummelblatt, so ein Besitzer. Ja, genau, irgend sowas. Also, es ist schon etabliert, es kann was Übersinnliches passieren. Insofern hat mich das Element der Zeitreise nicht gestört. Was mich furchtbar rausgerissen hat, war die strikte Skurrilität, die Lächerlichkeit, wie das Flugzeug da durchfliegt über diesem Krieg und abgeschossen wird. Und ich habe mir gedacht, in welchem Film bin ich jetzt? Weil das war einfach für mich nicht würdig ernsthaft. Ja, und ich meine, das waren halt für mich diese anderen Szenen, die Graal-Szene, man kann da viel drüber sagen, aber die Graal-Szene hatte Pathos. Oder auch eben die Szene mit der Bundeslade, das war Pathos. Und das kam mir jetzt vor wie, klingt wie ein blöder Vergleich, wie Iron Sky. Ja, aber lustigerweise habe ich das richtig geil gefunden, wie sie rausgekommen haben durch diese Zeitwolke und auf einmal sind sie da 200 vor Christus und da unten kämpfen die Römer. Ich habe das so gut gefunden. Ich habe mich so gefreut. Und sie haben sich, wow, was ist das für eine Scheiß-Idee, wow, wie geil ist das? Wie geil ist das? Die fliegen mit dem Flugzeug rein und kämpfen gegen die Römer. Ja, natürlich war es sehr klamau-gekocht. Das war sehr... Ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit mir vorgestellt, also nicht jetzt gezwungen, sondern ich habe es aber schon betrachtet, das ist jetzt dieses Pulp-Magazin und ich lasse mich einfach von dieser Geschichte, von dieser Action irgendwie durch unterhalten und dann kommt diese Wendung, dass sie jetzt nicht in Bayern rauskommen und dann das Dritte Reich retten, sondern auf einmal sind sie in der Antike und kämpfen gegen die Römer gemeinsam mit den Griechen. Naja, eigentlich haben beide gegen sie gekämpft zu dem Zeitpunkt. Oder was auch immer. Naja, das war... Ich meine, du musst dir sagen, die Auflösung war dann ein bisschen antiklimatisch. Es ist dann irgendwie relativ... Also dann abgeschossen, sie sind abgestürzt, also der Bösewicht ist abgestürzt und ist gestorben und dann kommt da der Archimedes und auf einmal wird... Und der Schnitt dann von dem... Ich hätte es so cool gefunden, wenn der Indy dort geblieben war. Das wäre schon cool gewesen, aber dass sie ihm dann mit Hause gezahlt hat und dann der ganze Schnulz dann zum Schluss, also... Ja, wobei es gibt ihm halt diesen... Also wenn man es jetzt runterbricht, das Storytelling auf einen Mann, der alles verloren hat, und ich meine, darum geht es ja, also wir haben ja einen Mann, der seine Ehe verloren hat, der seinen Sohn verloren hat, der seinen Platz in der Welt verloren hat, dann macht es schon Sinn, ihm am Schluss jetzt rein dramaturgisch zu sagen, nein, du hast eh noch was, für das es sich zu leben lohnt. Ja, stimmt, stimmt von dem hier. Also ich meine, das andere war so, das ist ein Bittersweet-Ende, war das gewesen. Vor allem, sie haben es sich offen gelassen, weil das war mein Gedanke nämlich, wenn du... Was der Film nämlich etabliert hat, war, wie die Zeitlinien funktionieren. Spätestens zu dem Zeitpunkt, also knapp bevor sie da geflogen sind, haben wir uns schon angeschaut im Kino und haben gesagt, du, die fliegen jetzt in die Vergangenheit, oder? Hast du diesen Hint mit dem Propeller mitgekriegt, oder? Nein, sicher, ja schon, aber... Aber was hast du denn schon antipiziert? Naja, damals, zuerst liefern sie ja die Erklärung eben, dass Archimedes ein Zeitreisender gewesen sein muss und er deshalb Flugzeuge gesehen hat. Ja, okay. Das ist ja das Erste, was sie sagen, aber das war das, worauf ich hinaus wollte. Ab dem Zeitpunkt war nämlich klar, wie das Zeitlinienmodell funktioniert. Es ist eben nicht so, dass Indy, wenn er dort geblieben wäre, einen Anachronismus erzeugt hätte, im besten Back to the Future Sinn, sondern es ist eine Gerade, eine Zeitgerade und egal, alles, was passieren wird, ist schon passiert. Weil eben, sonst wäre der Sager nicht da, sonst wäre der Sager nicht da mit den Flugzeugen. Insofern wäre es wurscht gewesen, ja. Und da habe ich mir im ersten Moment gedacht, das ist jetzt unlogisch, dass sie jetzt von einem Paradoxon redet, aber wenn du daran denkst, dass sie vorher eben sagen, nein, Archimedes war ein Zeitreisender und sie haben es nicht fertig behirnt, dann macht das auch Sinn. Was ich ja sehr lustig fand, ich bin dann dringesessen im Englischen und habe mir gedacht, wow, die Amerikaner müssen sowas von aussteigen. Wieso? Weil du hast die Deutschen, die halt Deutsch reden und ich meine, das kommt halt wirklich durch, die Nazis reden Deutsch durchgehend, also fast durchgehend, also die reden und vor allem wirklich gutes Deutsch im Vergleich zu den früheren Indy-Filmen. Das ist Deutsch, das Sinn macht, sogar der Mads Mikkelsen hat ein ganz gutes Deutsch. Deutsch und dann hast du die Griechen und das wird alles untertitelt. Du hast Griechisch, du hast Latein, du hast Deutsch und nur noch Untertitel. Da müssen die Amerikaner Untertitel lesen, wie der Rest der Welt. Ja, aber da habe ich mir so richtig gedacht, der Amerikaner geht heim, weil... Lesen? Aber das geht im Deutschen doch ziemlich verloren, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Weil die reden ja... Hast du es auf Deutsch gesehen? Ich habe es auf Deutsch gesehen, ja. Es gibt bei uns hier nirgends ein OV-Kino. Ja, mich hat das total gewundert, es hat in meinem Heimatkino am Premieren-Tag zwei OVs gespielt. Es ist allein schon ein Zeichen, dass die nicht daran geglaubt haben, dass der Film gut ausgelassen ist, glaube ich. Aber weil nämlich auch die erste Szene, also diese Szene im Zug, ist total viel Deutsch mit Untertiteln. Und das ist total lustig. Hat dich das CGI gestört? Also, ich weiß nicht, ob es CGI oder ob es... Es ist Digital De-Aging, also es ist CG. Es war kein Deepfake. Nein, es ist schon ein Deepfake, aber ich weiß nicht, auch AI Deepfake ist CG. Naja, Deepfake ist halt Bildmaterial, das interpretiert wird und CGI ist wirklich ein Computermodell drübergelegt. Nein, es ist Deepfake, soweit ich weiß. Ja, ganz am Anfang hat es mich gestört und dann habe ich mir gedacht, so aushöre auf drüber nachzudenken. Aber auch nur, weil man drauf geschaut hat. Ja genau, weil das Lust hat. Merkt man es, merkt man es. Es ist offensichtlich, ah, man sieht es schon, ah, man sieht es schon. Dann habe ich auch irgendwann nicht mehr so recht drauf geachtet. Und dann ist es halt... Also diese ersten 20 Minuten haben sich am meisten nach einem Indie-Film angefühlt, im klassischen Sinne. Ich meine, spätestens, wie er da aufgehängt ist und du weißt, bei jedem Film, wo einer aufgehängt wird, auf einer Galgen und dann rutscht unter ihm der Stuhl weg und er bricht, dann bricht es ihm automatisch das Genick, dann weißt du eh schon, wo es hingeht vom Realismus. Der hängt dann noch fünf Minuten um über den Loch. Ja, wobei, wenn du ihm nur den Stuhl weg hast, heißt das nicht, dass er sich das Genick bricht. Dafür brauchst du nämlich den Long Drop. Ja. Nicht vergessen. Da musst du durch eine Falltür irgendwann raus. Ja, aber der hat schon recht gedroppt da oben auf dem Geigen. Na, so viel gedroppt. Ja, egal. Oh ja, das ist unrealistisch. Was mich total irritiert hat, war ja der Sidekick, der den Basil gespielt hat, der Tobi... Gott, wie heißt der? Tobi Emerich, kann das sein? Was, der Junge? Der Dieb? Oder wen? Nein, der den Vater von der Helena gespielt hat. Ach so, ja, in den ersten 20 Minuten. Ja, ja, ja. Ja, der irritiert mich immer auf Englisch. Weil, ich schau jetzt nochmal nach, Tobi Jones ist es, glaube ich, oder? Tobi Jones, der ist nämlich die englische Stimme, also die Originalstimme von Dobby in Harry Potter. Ah, okay. Sie ist furchtbar irritierend. Jedes Mal, wenn du ihn hörst, der nächste fängt an, über Socken zu reden. Okay, da bin ich zum Glück nicht belastet. Aber, ja, ein großartiger Schauspieler. Wie hast du die Entwicklung mit seiner Nichte, wie sie sich dann doch nur zum Guten gewendet hat? Hast du das kommen sehen? Naja, also für mich war es relativ offensichtlich, dass es passiert. Für mich war das tatsächlich vielleicht einer der größten Schwachpunkte an der Geschichte, weil, das war auch etwas, was wir nachher diskutiert haben, dass Indy selber ja nicht viel Entwicklung macht, aber es wäre schön gewesen, stärker zu merken, wie er in ihr eine Veränderung auslöst. Weil dann hast du ihm eine Story gegeben, wie er, der eigentlich sich unpassend fühlt für diese Welt, in ihr wieder einen Glauben an das Ganze zurückgibt. Und das ist für mich ein bisschen untergegangen. Die Entwicklung ist zu abrupt gegangen, weil, ich meine, du hast schon gemerkt, dass sie dann spätestens auf der Bootsequenz, die übrigens irgendwie nicht die Beste war, aber okay, alles, was am Boot war, war ein bisschen unnötig, finde ich. Ja, aber Antonio Banderas. Auch wenn es dir erinnert an Fett of Atlantis. Ich fand es lustig, das war für mich ein endgültigter Punkt, weil es immer dann alle Actionhelden von früher werden alt, weil das ist natürlich nur Harrison Ford, sondern eben auch Antonio Banderas. Der ist voll witzig, der ist am Plakat, der ist ganz groß oben vor und dann hat er so eine kleine Nebenrolle mittendrin im Film. Am Boot macht er sich ihren Schwenk zum ersten Mal, wo sie noch glaubt, sie will jetzt das ganze verkaufen und dann plötzlich hilft sie in Rindy zu entkommen. Mit dem Dynamit und so weiter. Und dann zum Schluss, dass sie dann auf einmal so vehement wieder zurückbringen will ins Hier und Jetzt, das war fast ein bisschen too much. Also diese Entwicklung habe ich nicht gesehen. Ja, eben, das meine ich. Sie hat eigentlich einen großen Bogen und der ist ein bisschen untergegangen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich das Ganze sowieso als Pulp-Unterhaltung gesehen habe, habe ich das ja gar nicht erwartet. Da hat das schon gepasst für mich. Also ich bin wirklich im... Wobei es ja Gerüchte gibt nach wie vor, dass sie potenziell die Nachfolgerin sein könnte. Also wenn in die Indiana Jones Serie in irgendeiner Form eine Fortsetzung haben wird, Harrison Ford wird es nicht mehr machen, das hat er schon gesagt. Und er hat auch gesagt, er will nicht, dass er nachbesetzt wird. Also das hat er ja auch schon klar gesagt. Dann könntest du natürlich... Also die Gerüchte gab es ja schon immer, dass die mit ihr dann da irgendwie fortfahren. Finde ich jetzt nicht so schlecht, weil sie ist ein typischer Pulp-Charakter. Sympathisch, aber doch so mit einem Fuß in der Kriminalität. Moralisch nie ganz rein. Also das kommt schon... Und ein anderer Stereotyp aus dieser Zeit. Ja genau, ganz sicher. Das ist ja dann eher Richtung Fem-Verteil fast schon, wo du es hindrehen könntest. Ja, ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob man jetzt wirklich aus Indiana Jones was Anspruchsvolles rausholen kann oder so. Ich rede nicht von anspruchsvoll. Aber es gab ja zum Beispiel schon Berichte, dass sie an einer Serie wieder arbeiten. Oder zumindest eigenständig. Diese Art von Abenteuerfilm lebt ja eigentlich davon, dass sie diese ganzen Stereotypen und Abenteuerschablonen auch zelebriert. Ich meine, wir müssen jetzt wirklich mal die National Treasures nochmal anschauen, wie sie das da gelöst haben. Oder die Mumienfilme. Die Mumien fand ich die ersten zwei zum Beispiel... Also vor allem den ersten sehr, sehr gut. Aber danach hat es halt ein bisschen nachgelassen. Aber das war für mich so der wahre Indie-Erbe. Die Frage ist halt, wie viel kommen wir raus aus so einer archäologischen Schnitzeljagd? Ja, wie man gemerkt hat, zwei Filme vielleicht bei der Mumie und der dritte ist dann eine Katastrophe. Ich meine, Bücher, die Bücher. Es wurde unzählige Bücher gegeben. Ich glaube, einige der Hohlbein sollen ja selbst lesen. Aber die waren im Prinzip auch immer das gleiche Schema. Lustigerweise, ich hatte da so einen Sammelband mit drei Hohlbein-Indies und die waren so langweilig, dass ich mich bis heute weigere, Hohlbein zu lesen. Weil ich mir dachte, wer Indie so vergurken kann, der hat es nicht verdient, dass ich irgendwas anderes von ihm lese. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe damals ja, glaube ich, alles gelesen, wie Diana Jones draufgestanden ist. Und im Endeffekt war es immer das gleiche Schema. Das heißt, irgendwas Mysteriöses und er hinterlässt alles in Schutt und Asche. Das heißt, es wird ja alles kaputt gemacht, wo er hingeht. Das heißt, eigentlich ist er ja der eigentliche Bösewicht, wenn man es jetzt mal aus archäologischer Sicht sieht. Kann man auch sagen, ja. Aber ja, das ist halt wieder das Pipe-Ding. Das ist einfach Unsinn. Das ist einfach unterhaltsamer Unsinn. Ja, und es ist eben wirklich wurscht. Wir haben ja auch gesehen, das darf man auch nicht vergessen, der erste und der zweite Film zum Beispiel, synchronologisch eigentlich vertauscht. Der zweite Film spielt vor dem ersten. Ja, das kann... Nein, ist so. Ist so, weil der zweite Spiel 1984. Äh, 1934. Stimmt, 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 ja. Also es ist nämlich vollkommen wurscht. Du kannst dir wirklich sagen, so, und jetzt machen wir da eine Episode, die ist eigenständig. Und bis auf Scylla und dann zu einem gewissen Grad später Marion gab es ja eigentlich nie Figuren, die sich durchgezogen haben. Es waren immer neue Leute. Also die Marion ist halt jetzt wirklich die Ausnahme, weil die jetzt wirklich in drei Filmen vorkommt. Das haben wir halt sonst nie gehabt. Ja, 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 ja. Nein, auf jeden Fall. Ich finde es ganz gut, wie es jetzt zum Abschluss gekommen ist. Was ich denke, der Schluss, eben diese Lochblende mit dem Hut, das ist halt ein Gag, aber es impliziert dazu, okay, es geht weiter. Ich habe mir gedacht, okay, entweder der Hut war jetzt weg oder es passiert noch eine Überraschung und dann schnappt er es einfach. War das einfach... Hätte es nur eine Aussagekraft zu? Es ist noch nicht vorbei und jetzt geht wieder alles weiter. Oder soll es bedeuten, Indy lebt oder es geht ihm eh gut? Indy ist noch da, ja, und er hat es halt nicht aufgegeben. Also hat das irgendeinen Sinn? Soll das irgendwas aussagen oder ist es einfach nur der Gag, dass er sich seinen Hut holt, weil der Indy hat immer seinen Hut verliert und sich dann nicht erholen muss? Vielleicht hat er einen Hut im Bett drauf, ich weiß es nicht. Ja, stimmt eigentlich, das war ja vom Timing her sowieso. Warte mal, warte mal, kann nicht losgehen, ich brauche meinen Hut, sonst wirst du nichts. Genau. So ein Freak. Naja, ich glaube, sie wollten einfach mit etwas ikonischem enden und ich meine, ganz ehrlich, hätte er die Peitsche von der Leine genommen, wäre es ein Nobelteilepater gewesen. Warte mal, das ist das Boot, ja. Sehr schön. Also ich meine, aber das ist halt, der Hut und die Peitsche sind die ikonischen Dinge. Stell dir den Aufschrei nur mal vor, wenn du den Hut runter wählst und die Highliner hebt den auf. War der Aufschrei, wäre ein Rieses. Oder es gab ja noch schlimmer, es gab ja diese Gerüchte, ich meine, das ist ja falsch, es gab diese Gerüchte, dass der Twist dann ist, dass sie wirklich in der Zeit zurückreisen und sie dann aber in seinen Abenteuern, in den alten Abenteuern, quasi seine Rolle einnimmt. Also da gab es ja schon einen Riesenaufschrei. Ist nie passiert. Es hat ja wieder fünf verschiedene Drehbuchentwürfe gegeben, das heißt, ich will ja gar nicht wissen, was sie da alles probiert haben. Ja, wobei, wenn du dir das anschaust, ist es unter Mangold sehr schnell rebooted worden und der hat eigentlich sehr schnell diese Geschichte verfolgt. Also diese ganzen Vorarbeiten, wie es noch geheißen hat, Lukas und Spielberg machen, das haben sie alles weggeschmissen. Das haben sie alles weggeschmissen. Also das ist nicht drin. Was ich gelesen habe, es gab tatsächlich einen Entwurf, wo die Zeitreise so funktioniert, wie sie gedacht war und sie quasi im Prolog wieder landen. Also diese Wasfassung gab es, aber sie haben festgestellt, es gibt nichts her. Ja, ja, das war, also... Ach, ja. Gut, ja, ich war auf jeden Fall am meisten froh, war ich drüber nach dem Film, dass es mir eh gefallen hat. Weil ich habe ihn wirklich so ein bisschen so... Ja. Aber das hilft mir immer, wenn die Kritiken vorher schlecht sind, weil dann gehe ich mit so einer niedrigen Erwartungshaltung herein und dann habe ich meistens Spaß. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich persönlich da schon meine Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren, weil spätestens über die Diskussion, die wir über die Star Wars-Serien geführt haben letztens schon, wo man seine Anforderungen, seinen Blickpunkt quasi, seine Rezeption einfach ändert. Das heißt, dass ich einfach manche Sachen unter einem anderen Sichtpunkt sehe. Also ich weiß jetzt genau, okay, das ist jetzt kein guter Film, das ist jetzt alles nicht so richtig gut, aber es trifft mich auf einer gewissen Ebene, es unterholt mich, von dem her passt es. Also einfach so ein bisschen, einfach, dass ich das jetzt besser schiften kann wie früher. Früher habe ich jeden Film gleich gesehen. Da habe ich jeder Film gewisse Prinzipien erfüllen müssen, aber wenn man den nicht erfüllt hat, war er schlecht. Und jetzt bin ich da elastischer geworden inzwischen. Und ich weiß nicht, ich sehe einen Film vielleicht auf drei verschiedene Orten gleichzeitig. So die intellektuelle Art sagt mir, völliger Blödsinn, aber ist mir wurscht. Das macht keinen Sinn, das ist ein Plottummel, aber ist mir wurscht. Und dann noch das Emotionalste, ist mir jetzt gerade am wichtigsten. Das heißt, wenn ich denke, ich habe ein gutes Gefühl dabei, dann ist es schon okay. Auch wenn alles dummer Blödsinn ist. Das habe ich zu trennen gelernt. Ich will auch unterhalten werden. Ich will unterhalten werden. Ich will nicht zu dumm gehalten werden, aber ich will unterhalten werden. Das war glaube ich der Unterschied. Ich glaube, beim vierten bin ich immer für dumm verkauft worden. Das muss man nur mal anschauen. Ich muss man auch noch mal anschauen. Ich muss man es alle jetzt mal wieder anschauen. Es ist wirklich lang her teilweise. Ich habe mir dann echt gedacht, oh, es ist zwar genauso, wie ich es in Erinnerung habe, nur wirkt es jetzt nicht mehr ganz so gut auf mich. Ich habe mir gedacht, vielleicht hätte ich es lassen sollen. Vielleicht sollte ich es in der Erinnerung belassen. Ich habe es eh oft gemurr gesehen damals. Ja, aber wie gesagt, das Risiko hast du halt immer. Und ich meine, es gibt diese Filme, die komisch altern. Und es gibt Filme, die bleiben dir halt. Und ich glaube schon, dass Indie zu diesen Filmen gehört, die bleiben. Das ist für mich auf einem Niveau mit einem Zurück in die Zukunft, auf einem Niveau mit Star Wars. Die werden dir bleiben. Es ist nicht so, dass du die dir anschaust, dass du dir nachher denkst, oh mein Gott, was habe ich mir damals angeschaut. So schlimm natürlich. Ich meine, letztens habe ich mit dem Gedanken gespielt, was passiert eigentlich, wenn ich mir die alte Batman-Serie wieder anschaue. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das kann eigentlich nur schief gehen. Ich glaube, die funktionieren doch ganz gut. Das weiß ich eben nicht. Also ich glaube, dass das schon so in dieses Peinlichkeitseck hineindrifftet. Ich meine, das habe ich in einem ganz anderen... Die Batman-Serie war damals schon ein Klamauk. Natürlich weiß ich das, aber sind wir jetzt nicht zum Beispiel zu blöd? Weißt du, ich bin ein anderer Mensch. Oder schau dir, ich meine, ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast, hast du dir jemals Teenager-Serien angeschaut. Was für Orte? So richtig klassische Teenager-Serien, die halt wirklich so auch Richtung Herzschmerz gehen können. Ich glaube, wenn du dir das teilweise anschaust, denkst du auch, oh mein Gott, das habe ich mir damals angeschaut. Ich glaube, ich war ein großer Fan von Parker Lewis damals, aber ich glaube, der ist jetzt auch nicht mehr gut. Der hat, glaube ich, aus heutiger Sicht, ich glaube, der hat ganz viele Zeitprobleme, die aus der damaligen Zeit entstanden sind, die heute einfach nicht mehr funktionieren. Also da habe ich ein bisschen Angst davor. Obwohl ich ein riesen Fan war damals von Parker Lewis. Aber das meine ich halt, es gibt so viel, das nicht mehr funktioniert und dann gibt es schon diese Filme. Also auch wenn ich darüber nachdenke, welche Filme werden aus den 80ern übrig bleiben, da wird, glaube ich, der Indy schon dabei sein. Nein, 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 ganz klar, vor der Popularität wird das sicher überbleiben, aber ich vers... Auch, dass du dir den noch immer anschauen wirst. Vielleicht nicht mehr so wie damals. Ich persönlich schon. Das heißt, diese Filme, glaube ich, also werden für mich niemals komplett verschwinden, auch wenn es vielleicht ein bisschen strenger sehe ich inzwischen, aber die Leidenschaft werden wir nicht verlieren, auch wenn es politisch komplett inkorrekt sind teilweise. Also auch wenn... Nicht Indy, sondern auch wenn ein Film, den ich damals cool gefunden habe, aus heutiger Sicht, komplett politisch inkorrekt ist, wird er trotzdem in meinem Herzen drin bleiben. Du musst da auch die Zeit akzeptieren. Ja, sicher. Ganz ehrlich, muss man, das geht fast nicht. Das ist genau so zu sagen, hey, dieser geniale Autor aus dem 19. Jahrhundert, der war doch voll der Rassist, die kann seine Werke nicht mehr lesen. Ja, damals waren 100% der Weltbevölkerung Rassisten, also der westlichen Weltbevölkerung. Ja, gut. Diese Diskussionen haben wir noch immer massiv, aber ja, natürlich. Nein, ganz, ganz schwierig, das heute noch einzuordnen und vor allem für uns unmöglich, da diesen Schritt zurückzumachen fast. Wir werden es nie schaffen, völlig zurückzugehen und zu sagen, so, jetzt schauen wir uns Indie aus heutiger Sicht an. Also die alten Filme, geht nicht. Und genauso können wir uns jetzt den Fünfer nicht anschauen, ohne nostalgisch verklärt an den Charakter ranzugehen und das macht es für den Film halt dann noch schwieriger. Ja, ja. Ich glaube, ich habe die These eh schon mal aufgeschüttet, irgendwann aber in den letzten 37 Folgen, dass ich mir fast zu Wetten wage, das war mal irgendein Film, den man als Jugendlicher gesehen hat, ich sage mal bis 15, 16 spätestens, wenn man den erst nach 16 sehen hat, dass er anders wirken hat. Das heißt, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man es in jungen Jahren sieht und später wird die Wirkung nicht mehr so eintreten. Ich lasse es vielleicht 20 sein. Ja, ja, wahrscheinlich. als Jugendlicher, als Vorpuppertärer, also Vorpuppertär, glaube ich. Das ist ja in den Film anders. Ja, und dieses Feeling, glaube ich, kann man da nicht mehr nachholen. Deswegen ist es ja ganz so schwierig, dass man dann teilweise Star Wars-Fans, jemanden von Star Wars überzeugt, der schon erwachsen ist. Da gibt es ja diese Hauer-Media-Matter-Geschichte, wo er immer versucht, seinen neuen Freunden Star Wars einen Schmack abzumachen und alle finden es schrecklich. Ja, aber das ist natürlich extrem schwierig. Gleichzeitig gehört es aber zu den wichtigsten Filmen aller Zeiten auf gewisse Art und Weise. Ja, weil es extrem viel Leute gegeben hat, die das eben in einer... Also, ich meine, wie Star Wars und in die Anschluss rausgekommen sind, waren es andere Kinozeiten. Das waren damals die ersten großen Filme dieser Art. Da ist man inzwischen ja auch schon abgebrüht. Naja, die ersten wieder Filme dieser Art, das darf man nicht vergessen. Ja, 70er-Jahre waren New, 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 Hollywood und alles. Dass es dann wieder flache, dumme Actionfilme gibt, war damals wieder was Neues. Und du kannst das ja wunderbar anschauen, wenn du auch die andere Serien anschaust, die durchgelaufen sind. Also, ich meine, ein klassisches Beispiel, über das ich die ganze Zeit nachdenke, und das müsste man sich wirklich mal durchschauen von vorn bis hinten, schaut einmal die Bond-Filme von vorn bis hinten an. Ja, Bond, Bond ist ein riesengroßer weißer Fleck bei mir. Das heißt, da habe ich wenigstens gesehen. Ja, bei mir auch über sehr weite Strecken und ich bin bei vielen Bond-Fans verpönt, weil ich immer noch sage, mein Lieblings-Bond ist Roger Moore, weil er es nicht so ernst gemacht hat. Also, weil die Moore-Bonds sind halt einfach lustig. Dass du eben mit mich in einem Podcasten darfst. Ja, da reden wir nicht so oft drüber. Aber es ist wirklich, es ist halt, für mich ist das Anführungszeichen mein Bond, und ich habe relativ wenig Bond gesehen, an einem Vorbeigehen, aber nein, mir geht es eher darum, wie sich die verändert haben im Laufe der Zeit, also zwischen 60ern und heute. Da ändert sich ja auch mit jedem Film irgendwie die Art, wie du es machst. Gut, dann werde ich das Ganze jetzt zu schließen versuchen mit einer lustigen, mit einer Anekdote. Also, wir haben ja schon festgestellt, dass Indiana Jones Recycling damals schon war, 1981. Alan Quaterman aus einem 1987er-Roman, der dann in den 1920ern und 30ern 1887, der in den 1920ern und 30ern als Comic-Popularität fuhr, dann 1950 einen Film produziert bekam, der dann ziemlich sicher George Lucas und Steven Spielberg beeinflusst hat, dann eben in den 1980ern Indiana Jones hervorgebracht hat als Inspiration, wurde aufgrund von der Popularität von Indiana Jones dann als Serie in den 80ern wieder neu auferlegt und wurde aber leider von allen abgestraft als billige Indiana Jones-Kopie und wurde deswegen, ist deswegen gefloppt und ist aus der Erinnerung verschwunden. Ja. Das ist witzig, also der 100 Jahre nach seinem Entstehen ist ja noch im fünften Recycle-Durchlauf als billige Kopie der vierten Kopie abgetan worden. Das habe ich lustig gefunden. Passt übrigens auch dazu, wir dürfen nicht vergessen, einer der letzten Auftritte von Alan Quartermain im Kino war in League of Extraordinary Gentlemen. Ah, die letzte Rolle vom... Das war die letzte Rolle von Sean Connery. Ja, ja, ja. Den haben wir ja dann gefragt, also der hat nach dem Film so eine schlechte Erfahrung gehabt damit, dass er gesagt hat, jetzt hört er auf zum Spielen, das interessiert ihn nicht mehr. Und danach hat man ihn noch gefragt, ob er in Indiana Jones 4 nochmal mitspielen möchte, also im Kristallschädel. und da hat er dann gesagt, nein, die Rolle ist so klein, dafür geht er jetzt auch nicht mehr aus der Pension raus. Ja, okay. Aber passt für mich auch ganz gut dazu. Und dann hat er tatsächlich selber vorgeschlagen, geh, lass sie doch sterben. Ja, ja, ja. Gut, gut. Ich glaube, wir haben jetzt... Ui, 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 apropos sterben. Okay. Die Zeit ja noch da. Die Zeit stirbt uns davon und hoffentlich unsere Zuschauer nicht vor... vor langem... Es ist jetzt Urlaubszeit, vielleicht hört es aus am Strand oder so. Stimmt. Am Strand, das Medienformat, sehr schön. Ja, hätten wir mit einer Länge... Der Medienstrand. Der Medienstrand. Das Medienstrandformat. Das Medienstrandtuch. Dreieinhalb Stunden haben wir geschafft mit einer ausführlichen Gequatscherei über unseren Jugendhelden Indiana Jones. Unter anderem, ja. Unter anderem. Ah, schön ist das, schön ist das. Cool. Gut. Na, dann machen wir es jetzt schnell zumindest. Machen wir es schnell. Danke fürs Zuhören und Zuschauen da draußen vor den Empfangsgeräten. Danke Flo wieder für die Zeit. Gerne. Wir hören uns dann irgendwann im Sommer. Für die Vernachlässigung deiner Familie während der Aufnahme. Egal. Die paar Stunden schaffen sie ohne mich. Sehr schön. Gut erzogen. Gut. Gut. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao. Das Medienformat ist ein Partnerpodcast des Schock2 Magazins. Werde Teil unserer Community unter das Medienformat punkt schock2.at Untertitelung des ZDF für funk, 2017